Abschnitt 18 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Weltwanderer von Karl Kjellerup Zweites Buch, zweites Kapitel, Sonnenuntergänge, Teil 2 Die Brick schien sich allerdings allein auf dem weiten Meere zu befinden. Der Mond war aufgegangen, aber der östliche Himmel war etwas diesig, und so war sein Licht getrübt. Links lag eine Nebelbank auf dem Wasser. Rechts, wo der Schoner verschwunden war, konnte man weit blicken, und kein Schiff war zu sehen. Eine halbe Stunde verstrich. Sie wollte doch jetzt hinuntergehen und wenigstens sehen, wie es dem Vater und dem Mädchen ginge. Schließlich brauchte sie ja noch nichts zu sagen. »Segel, ho!« klang es vom Fockmars herunter. Ein Schauer, der durch das ganze Schiff zu zucken schien, schüttelte Amanda von der Fußsohle bis zum Scheitel. Sie folgte dem Blick Edmonds, der Luftwärts hinausspähte. Aus der hier auf dem Wasser brütenden Nebelbank glitt der Schoner kaum in der Entfernung eines Kanonenschusses hervor. Der Gedanke, den Vater aufzusuchen, war verschwunden, wie jeder andere Gedanke. Sie konnte nur gedankenlos und fast gefühllos jenen auf sie zugleitenden Segler anstarren, der in dem Gespensterlicht des verschleierten Mondes so furchtbar, aber auch so unwirklich zu sein schien wie der fliegende Holländer selber. Auf Deck und Achterdeck war alles in lebhafter Bewegung. Edmund war überall, aufmunternd, an vorher verabredetes erinnernd und neue Anordnungen treffend. Amanda stand noch immer am Hecke. Ihre Augen waren gerade über der Reiling und hingen am Schoner, der jetzt, genau wie das erste Mal, auf demselben Kurs wie die Brick lief, und so nahe an dieser, dass man bequem hinüberrufen konnte, aber das Breien hatte keinen Sinn mehr. Soweit sie beim unsicheren Licht sehen konnte, bot das Deck denselben leblosen Anblick, nur am Ruder der riesige Steuermann, der in dieser Beleuchtung vollends wie ein dämonisches Wesen wirkte, wenn er sich über die kolossale Ruderpinne beugte. Hier nehmen sie diese, auf alle Fälle. Es war Edmunds Stimme. Seine Nähe hatte sie schon gespürt. Jetzt fühlte sie die Berührung von einem kalten Gegenstand, um den sich ihre Hand instinktiv schloss. Eine Pistole. Sie sah auf, und ihr Blick begegnete dem seiner schwarzglänzenden Augen, aus dem ihr ein seltsamer, milder Ausdruck tiefer Besorgtheit entgegenleuchtete. Nur wenn's zum Äußersten kommt. Nicht, wenn sie entern. Erst wenn sie hier auf dem Achterdeck die Oberhand gewinnen. Sie entern mit Schiffs. Wenn sie hier Fuß gewinnen. Dann nicht zögern. Nur den Hahn spannen und abdrücken. Die Mündung an der Schläfe. Aber mein Vater. Wir Männer werden alle über die Klinge springen. Das ist bald geschehen. Aber die Frauen. Nun, für sie ist gesorgt, wenn sie den Mut haben. Und ich glaube, sie haben ihn. Ich denke, wir werden finden, dass Manfred recht hat. Es ist so schwierig, nicht zu sterben. Ein Gefühl freudigen Stolzes, weil er, der machtvolle Mann, der Einzige, der sich nicht fürchtete, sich so um sie kümmerte, weil er ihr das zutraute. Das war alles, wofür das Gemüt in diesem Augenblick Raum hatte. Aber freilich, sie konnte das nicht tun. Freiwillig sterben, ja. Aber nicht so. Sie musste den Vater und die Barbara finden. Wir wollen zusammen in die See springen. Ich muss sofort zu ihnen. Das war ihr ausgesprochener Wille. Aber sie war nicht imstande, einen Fuß zu bewegen. Sie stand da, vom Anblick des fremden Schiffes festgebannt. Jetzt lenkte es von der Brick ab, lag still und fing seine Kreiseldrehung auf dem Achtersteven an. Dasselbe hinterlistige Manöver. Die Kommandorufe des Kapitäns erschollen. Das Rad flog in den Händen des Rudergastes. Die Ketten des Steuers knarrten und schnurrten, die Rahen knarrten, die Segel schlugen und knallten. Aber die Stimme des Kapitäns ertönte wieder und heftiger. Erneutes Knarren, Knacken, Schnurren und Knallen. Erneute Kommandorufe, mit Flüchen und Fußstampfen untermischt. Eine Welle von Unruhe, jedem Einzelnen fühlbar, ging über das Deck. Etwas sei nicht in Ordnung. Das Manöver gelinge nicht. Und Amanda sah den Schoner immer mehr sich hinter das Heck der Brick schieben. Sie erinnerte sich der Worte Edmunds. Sie will uns ihre Breitseite längs Schiffs von hinten geben. Im nächsten Augenblick konnte ein Eisenhagel über das Deck fegen. Sie blickte, wie hilfesuchend, auf Edmund. Sein Gesicht war am Kolben des Gewehrs. Ein blendendes Aufblitzen, ein scharfer Knall. Drüben, auf dem Achterdeck des Schoners, rollte der Riesenkörper des Steuermanns. Die mächtige Ruderpinne schwenkte wie ein Arm, der nach einer stützenden Hand greift. Die Segel schlugen wild hin und her. Ein Freudenruf erscholl auf der Brick vom Achterdeck bis zum Heck. Der Schoner trieb hinten wie ein Wrack. Ein dunkler Fleck auf dem leuchtenden Streifen des Kielwassers. Lange dauerte es freilich nicht, bis der Feind wieder sein Schiff in der Hand hatte. Alle Segel beigesetzt, die Nase bis zum Bugspriet im Schaum, kam der Schoner herangebraust. Wie ein Windhund, der an der Seite des fliehenden Hirsches springt, hielt er sich an der Seite der Brick. Dieser hatte aber wieder die Louvre gewonnen, und das allgemeine Gefühl, dass Edmonds Meisterschuss sie gerettet habe, sollte sich nicht als ein trügerisches zeigen. Schon nach wenigen Minuten drehte der Schoner ab, um vor dem Wind westwärts zu gehen. In diesem Augenblick trat der Vollmond über den Rand einer Wolke hervor. Ein unwillkürlicher Schrei entrang sich den Lippen Amandas, und er war nicht der einzige Schreckensausruf, der an Bord laut ward. Das plötzlich heranströmende, volle Silberlicht des Mondes zeigte ihnen das Schiff, dessen Heck kaum einen Steinwurf entfernt war, gedrängt voll von Menschen. Sie überfluteten Deck und Schanze, ritten und krochen auf den Rahen, hingen in den Wanden. Das wimmelte durcheinander da drüben, wie in einem umgewälzten Bienenkorb. Man sah die weißen Zähne in den schwarzen Gesichtern grinsen. So, Fräulein Eichstätt, nun können Sie Ihren Vettern und Cousinen daheim schreiben, dass Sie Piraten gesehen. Und, was das Beste ist, Sie haben das Letzte von Ihnen gesehen. Das hätten Sie uns nicht gezeigt, wenn Sie daran dachten, wiederzukommen. An die dreihundert Mann, mehr als genug, um uns allen die Gurgel abzuschneiden, wenn Sie den Mut gehabt hätten. Die plötzliche Gewissheit, dass die Gefahr, gerade in dem Augenblick, wo sie ihr Gesicht entschleierte, endgültig vorüber sei, war zu viel für Amandas Nerven. Die Pistole entglitt ihrer schlaffen Hand und fiel rappelnd auf die Deckbohlen. Ein kräftiger Arm unterstützte sie. Ach, Mr. Watson, bringen Sie Fräulein Eichstätt in die Kajüte. Ich sehe, dass der Kapitän mich sprechen will. Und trösten Sie Miss Smith, dass Ihre Sultanerschaft ad unders ging. Dieser Seemannsscherz war das Letzte, was ihr von diesem Abend in Erinnerung geblieben war. Nie war später zwischen ihr und Edmund eine Hindeutung auf das Abenteuer gefallen. Und heute hatte Arthur Steele verraten, dass sein Vetter zu ihm davon gesprochen und ihren Mut gelobt hatte. Ihren Mut, während sie noch immer geglaubt hatte, eine recht klägliche Rolle gespielt zu haben. Ja, mehr noch, Edmund hatte selber mit Wort und Blick seine Bewunderung für ihren Mut ausgesprochen. Dass Sir Trevelyan nach diesem Abend, als Retter des ganzen Schiffes, der populärste Mann an Bord war und das weibliche Interesse für ihn im Salon bis zum Siedepunkt stieg, hatte nicht die Wirkung, ihn geselliger zu machen. Er die entgegengesetzte. Zu den gemeinsamen Mahlzeiten hatte er sich sowieso nie in der Kajüte eingefunden, da wenige Dinge ihm verhasster waren als eine Table d'Hotel und er sich von dieser Einrichtung ganz unabhängig fühlte. Durch sein Zusammenleben mit Shelley und Byron hatte er sich sowohl die gewohnheitsmäßige Unregelmäßigkeit wie die absolute Bedürfnislosigkeit in Bezug auf das Essen selbst, welche den beiden englischen Dichter Dioskuren gemeinsam war, vollkommen angeeignet. Unter dem weiblichen Publikum verbreitete sich dadurch die Sage, dass er, ebenso wie Lord Byron es nicht ertragen könne, Damen essen zu sehen, weil ein solcher Anblick mit der Vorstellung, die er von ihrem ätherischen Wesen hatte, kontrastierte. Eine Schrulle, die Miss Smith zwar himmlisch fand, dennoch aber aus tiefstem Herzen bedauerte. Edmund hielt sich also nach wie vor fern von den Passagieren und verkehrte in der Messe, aber auch vielfach vor dem Mast, wo er, da er sich ausnehmend gut mit dem Kapitän stand, bisweilen den nicht diensthabenden Teil der Mannschaft mit Rum bewirtete. So ließ er sich denn mehr hören als sehen. In den tropischen Nächten, mit ihrer milden Kühlung und ihrem ungeahnten, herrlichen Sternenhimmel über der stillen Sommersee, liebte Amanda es, wachend auf dem Verdeck zu träumen, wurde aber in dieser angenehmen Beschäftigung oft gestört durch den Gesang der Zechenden von der Back des Schiffes. Eine hohe, ungeschliffene, aber nicht unangenehme Baritonstimme und ein brüllender Chorus der Mannschaft. Besonders ein sehr beliebtes Lied gab es, dessen Kehrreim immer mit unglaublicher Gewalt von den durstigen Seelen angestimmt wurde, »Fifteen men on the dead man's chest, yo-yo ho and the bottle of rum«. Leugnant Watson, der seine Kavalierdienste noch immer getreulich dem deutschen Fräulein widmete, erklärte ihr freilich bei einer solchen Gelegenheit, dass dieses Lied eher unter den lustigen Roger als unter den blauen Peter hingehöre. Sie gestand lächelnd, diese beiden Gentlemen nicht zu kennen, worauf er ihr sagte, der Letztere sei nichts weniger als die britische Seeflagge, während der lustige Roger die gemütliche Bezeichnung für die schwarze Flagge der Piraten sei. »Sie wollen doch nicht sagen«, scherzte Amanda, »dass Sir Treveillian ein Pirat gewesen ist, Mr. Watson.« »Wer weiß, was er gewesen sein mag«, antwortete der Seeoffizier mit einem skeptischen Achselzucken. »Im vorigen Jahrhundert gab es in York einen Erzbischof, dem man nachsagt, er sei in seiner Jugend Bacanier gewesen«, Fußnote, Bacanier, Westindische Seeräubergesellschaft, Ende Fußnote. »Ich darf behaupten, dass Sir Treveillian nicht Erzbischof in York wird, aber ich würde nicht darauf schwören, dass er nicht in seiner Jugend unter dem lustigen Roger gefahren ist.« Es gab keinen vernünftigen Grund, warum Amanda dem jungen Seeoffizier diese Meinung übel vermerken sollte. Sicher ist es aber, dass sie ihn von diesem Augenblick an kühl behandelte. Die lange dreimonatliche Seereise näherte sich nun ihrem Abschluss. Man kreuzte gegen westlichen Wind im bengalischen Meerbusen an der Orissaer Küste. Als Amanda zur Zeit des Sonnenuntergangs auf das Deck kam, hörte sie Edmund vom Achterdeck ihren Namen rufen und sah ihn eifrig winken. »Kommen Sie, Fräulein Eichstätt, begrüßen Sie Indien, das Land der fremden Götter. Ich will meinen Vater rufen. Nein, sputen Sie sich, wir wollen den Stuart nach Ihrem Vater schicken.« Auf dem Achterdeck waren mehrere Passagiere versammelt, die westwärts blickten. Man hatte ein großes Fernrohr auf die Reiling gestützt und spähte eifrig nach irgendeinem bestimmten Punkt. Die Brigg hatte sich beim Kreuzen dem Lande bis auf eine knappe Seemeile genähert. Es war eine trostlos flache Küste, vor ihr der weiße Streifen der Brandung. In wenigen Minuten musste das Schiff überstark gehen und sich wieder von der Küste entfernen. Deshalb Edmunds Eifer. »Ich war gerade daran, nach Ihnen zu schicken. Sehen Sie hier durchs Rohr.« Schon mit bloßem Auge hatte Amanda mächtige und seltsame Bauwerke gewahrt. Durch das Fernrohr, das Edmund für sie richtete, sah sie mit großer Deutlichkeit ein unvergessliches Bild. Die Küste erhob sich nur wenig über den beweglichen weißen Schaumrand der Brandung. Hier und da einige dünne Palmen, wie riesenhafte blühende Grashalme. Und nun umfasste das Seefeld jenen Komplex von Gebäuden. Aus einem ziemlich ausgedehnten Hain stiegen zwei Pyramiden, aber weit über diese hinaufragten zwei hochgestreckte Kuppeltürme, gleich zwei ungeheuren Gurken, von denen man das eine Drittel abgeschnitten und die man auf der Schnittfläche aufgestellt hatte. Der Anblick war grotesk und doch nicht ohne eine gewisse feierliche und wilde Schönheit, zumal die Sonne gerade zwischen der einen breiten Pyramide und dem höchsten, weil nächsten, Kuppelturm stand. Ein rosiger Feuerschein schmiegte sich weich um die Zylinderfläche des Turmes, während die Stufen der Pyramide mit Goldstreifen gezeichnet waren, zwischen welchen kolossale Skulpturen aus dumpfer Purpurglut empor dämmerten, ihre violetten Sammeltiefen hineingrabend und hier und dort ein Streiflicht auffangend oder es mit einem schartigen Rand brechend. Die schweren Schlagschatten lagen quer über den Hain. Überall aber, wo die Bäume nicht in ihrem Bereich waren, glänzten Laub und Geäst, als ob sie aus Bronze wären, und die ganze Luft ringsum schien von Goldstaub zu sein, sodass eine Glorie um das Bild stand. »Was ist das?« fragte Amanda, ohne das Auge vom Glas zu nehmen. »Sind das Ruinen?« »Nein, bewahre, die Steine sind lebendig genug. Es ist wohl das wirksamste Heiligtum der Welt. Jaggernaut, wenn Sie den Namen gehört haben.« Sie hatte ihn gehört. Er war doch ein sprichwörtliches Symbol geworden für selbstopfernden religiösen Fanatismus, fantastischster und wildester Art. Und mit tiefem, fast andachtsvollem Schauer hing ihr Blick an diesen schwarzen Pyramiden und hoch aufsteigenden Kuppeln in ihrem Tempelhain, von der Glut des hinter ihnen sinkenden goldenen Sonnendiskus umstrahlt, rings um sie herum unabsehbare, rostrote Sandwüste, zu ihren Füßen die schäumende Welle des blauen Weltmeeres. »Ja, das ist in der Tat heiliges Land, was Sie dort sehen, Miss Eichstätt,« sagte Leutnant Watson. »Ich habe im vorigen Jahr einen kurzen Urlaub genutzt, um von Kalkutta aus diesen Tempel zu besuchen. Es ist keine Übertreibung, dass die Seiten der Wege meilenweit weiß von den Gebeinen der Pilger sind. Denn von überall her in ganz Indien schleppen sich Leute, die sich dem Tode nahe fühlen, nach diesem Tempel und sterben glücklich an der Seite des Weges, wenn ihre brechenden Augen jene Kuppeltürme erblicken. Deshalb kann ich nicht einmal sagen, dass diese toten Schädel und Knochen, die in dem roten Sand bleichen, einen traurigen Eindruck machen. Denn nichts ist gewisser, als dass diese Menschen in vollkommener Zuversicht auf ein seliges Leben sterben. Und wie werden sie enttäuscht? In welcher Hölle müssen sie erwachen? Wie Lazarus sterben und wie der reiche Mann erwachen?« seufzte ein glattrasierter Herr, dem man auf eine englische Viertelmeile den Reverend ansah. Und das nennen sie keinen traurigen Anblick, ein so entsetzliches Zeugnis davon, bis zu welchem Wahnsinn der Aberglaube die Menschen verblenden kann, wenn sie nicht durch das Licht des Evangeliums erleuchtet sind, »und was sagen sie zu den wahrhaft teuflischen Prozessionen in jenem Tempel, bei welchen Hunderte von fanatischen Anbetern sich von den Rädern des Götzenwagens zermalmen lassen und so durch Selbstmord ihren Schöpfer verleugnen?« Professor Eichstätt war unterdessen auf dem Achterdeck erschienen und hatte durch die Hilfe Amandas einen flüchtigen Blick des Tempels genossen, bevor die Brigg über Stark ging und sich wieder von der Küste entfernte, was gerade jetzt geschah. Er wandte sich nunmehr kampfbereit gegen den Kirchenmann und erklärte ihm, dass dies Ammenmärchen von der Selbstaufopferung in Jaggernaut auf Verleumdung oder groben Missverständnis beruhe. Die Gottheit würde gerade hier in ihrer lebenserhaltenden Form als Vishnu angebetet, so dass solche wilden Gebräuche hier absolut ausgeschlossen seien. Er fand einen willkommenen Unterstützer in einem hübschen, schlanken Herrn mit einem starken Schnurrbart, einem Kavallerieoberst, der von einer Urlaubsreise nach England zurückkehrte. Es sei konstatiert, dass in den letzten 13 Jahren nicht ein einziger solcher Fall vorgekommen sei. Die vereinzelten Fälle vor der Zeit möchten leicht begreifliche Folge des ungeheuren Gedränges sein. Solchermaßen zurückgewiesen setzte der Reverend eine mächtig hochkirchliche Miene auf, wobei seine Oberlippe noch einmal so lang wurde und meinte, dem sei wie ihm wolle, jedenfalls würde dieser und ähnliche scheußliche Gebräuche bald von diesem nachtumhüllten Land durch das Licht der Kirche und das segensreiche Zivilisationswerk der Engländer verjagt werden. Ach, gehen Sie mir mit Ihrem Zivilisationswerk, rief der unverfrorene Edmund. Was würden die Engländer für Spuren zurücklassen, wenn sie morgen aus diesem nachtumhüllten Land hinausgejagt würden? Den großen Hauptweg von Calcutta nach Benares, soweit er gebaut ist, und eine Pyramide von leeren Bierflaschen. Diese herausfordernden Behauptung wurde mehr mit Kopfschütteln und Lachen als mit Entrüstung begegnet. Die des Pastors war augenscheinlich, aber stumm. Na, na, Sir Trevelyan, rief der Kapitän, der sich unterdessen auch der Gesellschaft angeschlossen hatte. Das ist doch wohl etwas zu viel gesagt. Aber immerhin, besser eine Pyramide von Bierflaschen zu hinterlassen, als eine von Menschenköpfen, was frühere Eroberer Indiens getan haben, wenn es mit dem Garen, das man mir darüber gesponnen, seine Richtigkeit hat. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass ich Letztere vorziehe. Sie ist dekorativer, und man kann sie wenigstens in einem Gedicht verwenden. Man lachte über diesen unerwarteten Gesichtspunkt. Seine Ehrwürden hatte sich mittlerweile gefasst und richtete mit strenger Miene die Frage an Edmund, ob er etwa auch das nicht für eine unschätzbare Wohltat wollte gelten lassen, dass der gotteslästerlichste, teuflichste Gebrauch, den je ein dem Götzendienst verfallenes Volk erfunden habe, die Saati schon in den eigentlichen englischen Besitzungen verboten wäre und hoffentlich bald vom Boden Indiens überhaupt und damit aus der Welt vertrieben sein würde. Etwas ausweichend antwortete Edmund, dass auch darüber wohl verschiedene Meinungen sein könnten, weil eben niemand so eifrig für die Sitte des selbstgewählten Feuertodes der Witwe eingetreten sei, wie gerade die indischen Frauen, die doch in dieser Frage zuständig sein müssten. Hiermit war nun eine allgemeine Diskussion über die Saati eröffnet worden, die nicht umhin konnte, äußerst lebhaft, ja, erregt zu werden. Es war kaum fünf Jahre her, dass der Gouverneur, Lord Bantic, unter großer Opposition von allen Seiten, das Verbot der Saati in Bengalen durchgesetzt hatte, wodurch jeder aktive Teilnehmer an einer solchen der strafbaren Tötung schuldig erklärt wurde. Selbst in diesem kleinen Kreise waren die Meinungen geteilt. Wenn auch einige Lord Bantic als einen der größten Wohltäter der Menschheit priesen, so zweifelten andere, ob ein solcher humanitärer Eingriff in uralte religiös-ethische Vorstellungen eines der ältesten Kulturvölker berechtigt sei. Professor Eichstätt musste den interessierten Zuhörern auseinandersetzen, dass die Saati zwar in das graue Altertum zurückreiche, dennoch aber nicht in der vedischen Zeit beglaubigt sei, vielmehr sei sie nachträglich, durch Hinzufügen eines Hakens an einem Sanskrit-Buchstaben von den Brahmanen in den heiligen Text hineingefälscht worden, wodurch sie erst die religiöse Sanktion erhalten habe und eine, wenn auch keineswegs obligatorische, so doch sehr häufig ausgeübte Sitte geworden sei, während sie im Altertum vielmehr das Gepräge der heroischen Ausnahme getragen habe. Eben diese heroische Treue priesen einige als noch heute so bewundernswert wie je, während andere das durchaus nicht wollten gelten lassen. Es sei lediglich die Furcht vor dem gänzlich freudelosen Leben des indischen Witwenstandes, das eine Frau zur Sati bestimme, in Verbindung mit den Bitten der Familien, auf die der Glanz einer solchen Handlung fallen würde, und mit den abergläubischen Versprechungen und Drohungen der Brahmanen. Wenn so ein armes Geschöpf seine Einwilligung gab, sei sie schon von Opium berauscht, und vollends bei der Handlung selbst befände sie sich bekanntlich im Zustande vollkommener narkotischer Apathie. Fast der einzige Mann, der sich an diesem Streit nicht beteiligte, war der Oberst. Als nun eine kleine Pause eintrat, räusperte er sich und meinte, da er, wie es schien, der einzige Anwesende sei, der einer Sati beigewohnt hatte, würde es vielleicht nicht unangebracht sein, wenn er ihnen seine Erfahrung und seinen Eindruck mitteilte. Man bezeugte den einstimmigen Wunsch, dies Erlebnis so ausführlich wie nur möglich berichtet zu hören, und selten hat ein Erzähler sich von einem aufmerksameren Kreis umgeben gefühlt, als jetzt der Oberst, da er seinen Bericht anfing. Er hatte sich drei Jahre vorher in der nördlichen, halbunabhängigen Provinz Kutsch mit mehreren seiner Kameraden aufgehalten, um der gewöhnlichen Ferienrekreation der indischen Offiziere von der Langeweile des Kantonements Lebens zu genießen, der Tigerjagd. Kurz nach ihrer Ankunft erfuhren sie, dass eine junge Frau ihre Absicht erklärt habe, nach dem Satiritus auf dem Scheiterhaufen ihres am vorhergehenden Tage verblichenen Gatten zu sterben. Die Offiziere kamen überein, dass sie sich überzeugen wollten, ob diese Tat völlig freiwillig geschehe, ohne dass List oder Macht irgendwie mit im Spiel seien, widrigenfalls sie auf jede Gefahr hin und, wenn nötig unter Gebrauch der Waffen, die Ausführung der Sati verhindern wollten. Sie begaben sich also in guter Zeit zur gegebenen Stelle, wo es schon von Zuschauern wimmelte. Bald danach erschien die Witwe selbst, begleitet von den Brahmanen und von ihren Angehörigen, der Leichnam ihres Gatten wurde hinter ihr hergetragen. Sie war eine außerordentlich schöne Frau, etwa dreißig Jahre alt und prachtvoll gekleidet. Die Zuschauer begrüßten sie mit lautem Preisen ihrer Tugend und warfen Blumen, die Frauen drängten sich vor, um nur ihr Kleid zu berühren. Selbst legte sie eine solche Ruhe an den Tag und sah dem Aufschichten des Scheiterhaufens anscheinend so gleichgültig zu, dass der Verdacht sehr nahe lag, sie befände sich unter dem Einfluss von Opium. Zwei von den Europäern, die Militärärzte waren, traten deshalb nahe an sie heran, kamen aber beide zu dem Resultat, dass weder Opium noch sonst irgendein betäubendes oder auch nur berauschendes Mittel verwendet worden sei. Der Oberst wandte sich nun selbst an das Weib, fragte sie, ob sie völlig aus freiem Willen diese Tat begehe, und versicherte ihr, dass, wenn sie nur das geringste Widerstreben spüre, ihr Gelübde zu erfüllen, dann würde er, im Namen der britischen Regierung, ihr Schutz des Lebens und des Eigentums garantieren. Ihre Antwort war ruhig, von heroischer Festigkeit. Ich sterbe freiwillig. Gebt mir meinen Gemahl zurück, dann will ich leben. Während die Zeremonien weiterschritten, versuchte man es noch einmal mit Vorstellungen, bitten, ja, man beschwor sie flehentlich von ihrem Vorhaben abzulassen, aber alles vergeblich. Niemals hatte ein christlicher Märtyrer mit größerer Festigkeit den Scheiterhaufen bestiegen, als dies zarte Weib es ohne jeden Zwang tat. Von dem obersten Brahmanen begleitet, umschritt sie siebenmal den Scheiterhaufen, indem sie die Gebete hersagte, Reis auf den Boden streute und die Umherstehenden mit Wasser besprengte, dem man eine entsühnende Kraft zuschrieb. Sie nahm dann ihre Juwelen ab und verteilte sie an ihre Angehörigen, wobei sie für jeden ein tröstendes Wort hatte. Der Brahmane reichte ihr eine brennende Fackel, und mit dieser in der Hand trat sie durch die Tür und setzte sich ins Innere des Scheiterhaufens. Hier wurde der Leichnam ihres Gatten, nachdem er siebenmal um den Scheiterhaufen getragen worden, ihr über die Knie gelegt. Nun wurde der Eingang durch Dornengestrüpp und Gras verdeckt. Die Engländer bestanden aber darauf, dass dies so oberflächlich geschehe, dass die Frau, wenn sie aus ihrem brennenden Gefängnis fliehen wollte, nicht durch diese Schranke daran gehindert würde. Sie überzeugten sich, dass die Kraft eines Kindes genügen würde, um das Hindernis zu beseitigen, und erinnerten aber und aber die Frau daran, dass ihr der Ausgang keineswegs versperrt sei, denn sie hofften noch immer, dass sie noch im letzten Moment entweichen würde. Eine lautlose Stille trat ein, bis ein dünner Rauch, der sich vom Gipfel des Scheiterhaufens emporkräuselte, sie benachrichtigte, dass die Frau mit ihrer Fackel das Holz angezündet habe. Gleich danach züngelten und prasselten die Flammen in die Höhe. Kein Schrei, ja, nicht das leiseste Stöhnen verriet, dass etwas anderes als die Leiche des Verstorbenen vom Feuer verzehrt wurde. Diese Erzählung, belebt durch die anschaulichen Kleinzüge, worüber nur der Augenzeuge verfügt und unterstützt durch die Bewegung, die von der lebendigen Erinnerung ausgelöst, sich in Stimmklang, Blick und Miene unwillkürlich verriet und sich so den Zuhörern direkt mitteilte, hätte nie und nirgends ihre Wirkung verfehlen können. Hier, unter diesen Umständen, war sie überwältigend. Oben der glänzende Nachthimmel, wo das Licht des Mondes, das Brillantfeuer der Sterne nicht zu beeinträchtigen vermochte, unten die See, die Mondlicht und Sternenblinken, auf ihren langen, flachen Wellen schaukelte, welche sich mit leisem, monotonem Brausen am Bug des Schiffes brachen, und draußen nach links, hinter dem weißen Streifen der Brandung, dies mächtige, rätselhafte Land, ein Weltteil für sich, Indien mit seinen unerhörten Gegensätzen, mit seinen tiefen Mysterien, seiner uralten Weisheit, verborgen im Nebellicht, als ob es lausche, schweigend in der Nachtstille, mit einem Schweigen, das ihnen allen, vielleicht sogar den Pfarrer nicht ausgenommen, hörbar wurde, ihr Fremden, die ihr draußen vor meiner Schwelle schwimmt, was erkühnt ihr euch mit euren Neulingshänden an meinen uralten Gebräuchen zu rütteln, was vermesst ihr euch mit euren neuen Ideen von gestern über mich zu Gericht zu sitzen. Endlich brach Edmund das Schweigen, das nach der Erzählung des Obersten als der beräteste Dank von selbst eingetreten war. Wir haben nun die Sache für sich selbst reden hören. Die europäischen Herren hatten reichlich Gelegenheit gehabt, sich darüber auszusprechen und was die indischen Frauen meinen wissen wir auch. Nun möchten wir auch hören, was die europäischen Damen sagen. Die anwesenden Engländerinnen waren jetzt, da der Bann, worunter sie sich befunden, gebrochen war, sehr bereit, einmütig vom beiläufigen Murmeln seiner Ehrwürden aufgemuntert zu erklären, der Selbstmord sei ein schreckliches Verbrechen, das von dem lieben Gott ausdrücklich verboten sei, weshalb man unmöglich mit einer solchen Handlung sympathisieren könne. Die einzige Ausnahme bildete jene nicht Sultana gewordene Miss Smith, die mit einem schmachtenden Blick auf Edmund verstehen ließ, dass es ihr eine wahre Wonne sein würde, ihre Körperfülle auf dem Scheiterhaufen eines geliebten Ehegesponses zu opfern, was freilich später von dem undankbaren Edmund dahin gedeutet wurde, die Miss sei so erpicht darauf, einen Mann zu bekommen, dass sie zur Not das Risiko des Feuertodes mit in den Kauf nehmen wolle. Britannia hat gesprochen, was meint Germania? Es ärgerte Amanda sehr, zu fühlen, wie sie errötete und wie verwirrt sie wurde, als diese Frage Edmunds plötzlich die Aufmerksamkeit aller auf sie richtete. Außerdem befand sie sich in einer etwas unklaren Position. Die ganze Erörterung hatte so ziemlich den Charakter eines Kampfes zwischen dem Mann der Hochkirche und dem Byronianer angenommen. Man rangierte sich, je nach seinen Sympathien oder nach dem, was man scheinen möchte, unter der Fahne des einen oder des anderen und jetzt wurde sie von dem einen der Führer aufgefordert, als der letzte Kombatant ihre Partei zu ergreifen. Nun war ihr der Hochkirchenmann, der unterwegs mehrere Zusammenstöße mit ihrem Vater gehabt, vom ersten Anblick an im Innersten zuwider gewesen und nie mehr als gerade heute Abend. Andererseits wollte ihr aber auch das ganze Auftreten Edmunds bei dieser Gelegenheit nicht recht gefallen. Diese ziemlich gemischte Gesellschaft mit gewagten Paradoxen teils zu amüsieren, teils zum Widerspruch zu reizen, schien ihr an sich eine nicht ganz würdige Rolle und noch dazu eine solche solche, die für die ganze Stimmung nach dem ersten Eindruck einer fremden mächtigen Welt, der man zusteuerte, ganz besonders schlecht gewählt war. Ich weiß nicht, antwortete sie endlich ein wenig stotternd und nach Worten suchend, ob es Germania ansteht, durch meine Wenigkeit zu sprechen, aber ich finde, dass, wenn eine solche Handlung wirklich aus reiner Liebe geschieht, wenn gar nicht die Furcht vor einem freudelosen Leben mitspielt, wenn die Unglückliche sich neben den Leichnam ihres Gemahls auf den Scheiterhaufen hinlegt, weil sie nicht von ihm lassen kann, weil sie ohne den Geliebten nicht leben will und wohl auch hofft, mit ihm in einem seligen Leben vereinigt zu werden, dann verstehe ich nicht, wie man vor einer solchen Treue bis in den Tod hinein andere Gefühle als die der unbedingten Hochachtung und Bewunderung hegen kann. Seine Ehrwürden erhob sich und trat in würdevoller Haltung die Hände auf dem beleidigten Rücken einen Spaziergang auf dem Deck an, offenbar um die Nähe jenes Wesens zu meiden, das eine so verworfene Meinung äußern konnte. Dieser Erfolg tat Amanda im Herzen wohl, viel wohler als der laute Beifall Edmunds, der nicht auf sich warten ließ. Heroisch gesprochen wie Schillers Jungfrau und weise wie Shakespeare's Portia. Noch nicht ganz wie Portia, denn da muss man auch die andere Seite in Betracht ziehen, sagte Amanda mit einem ihr eigentümlichen schalkhaften Augenlachen, das selten unterließ denjenigen, an den es gerichtet war, begierig zu machen, was wohl jetzt folgen würde. Auch Edmund war etwas neugierig, als er fragte, und was ist denn die andere Seite, edle Portia, sie haben recht, audiator et altera pars. Die andere Seite ist die, dass ich nie davon gehört habe, dass ein indischer Witwer sich auf dem Scheiterhaufen seiner Frau hat verbrennen lassen, und dass ich dieses Gegenstück einigermaßen schmerzlich vermisse. diese Replik weckte ein so lebhaftes und lautes Echo, dass sogar der Pastor sich mit beschleunigten Schritten der Gruppe näherte, um zu erfahren, was vorgefallen war. Der Kapitän vor Lenz war so entzückt, dass er mit seinen großen Seemannstatzen Edmund auf den Rücken klatschte und ihn fragte, ob er, Oldboy, diesen Trumpf stechen könnte. Der alte Knabe schien nicht in dieser glücklichen Lage zu sein, und es kam ihm offenbar recht gelegen, als die allgemeine Aufmerksamkeit gerade in diesem Augenblick dadurch von ihnen abgeleitet wurde, dass von der Saarling aus ein großes Schiff vorne auf der Backbordseite signalisiert wurde. Gott verdamme seine Augen, rief der Kapitän, ist denn der Junge verrückt geworden, wie soll denn dort ein Schiff sein können? Mit Ihrer Erlaubnis, Herr Kapitän, sagte Leutnant Watson, der Matrose hat wahrscheinlich die schwarze Pagode bei Kanarac für ein Schiff gehalten, und es muss zu seiner Entschuldigung dienen, dass er nicht der erste Seemann ist, den sie getäuscht hat. Es zeigte sich in der Tat, dass dies der Fall war. Bald konnte man jenseits des Schaumstreifens einen dunklen Gegenstand unterscheiden, der einem großen Schiff unter voller Segelbekleidung täuschend ähnlich sah. Diesmal handelte es sich nicht wie bei Jaggernaut um einen lebendigen Tempel, sondern um eine ehrwürdige Ruine, und zwar um eins der berühmtesten architektonischen Denkmäler Indiens. Der turmartige Hauptbau war längst zusammengestürzt, und was man sah, war nur der kubische Vorbau mit seinem pyramidenförmigen Dach, das sich zu einer Höhe von etwa 130 Fuß erhob. Leutnant Watson, der auf seiner Rückfahrt von Jaggernaut auch diesen Tempel besucht hatte, musste eine Beschreibung zum Besten geben. Er sagte, die schwarzen Marmorblöcke, aus denen das Heiligtum gebaut war, seien von so übergigantischen Dimensionen, dass man schlechterdings nicht begreife, wie menschliche Kraft sie in ihre jetzige Lage gebracht habe, und dabei seien sie mit Skulpturwerken von so minutiöser Ausführung bedeckt, dass nur der große Buddha-Tempel auf Java damit rivalisieren könne. Ende von Abschnitt 18 Abschnitt 19 von Die Weltwanderer Das war Erinnerung stehen, von allen anderen getrennt, eingehegt durch die beiden mächtigen Landkennungen und indischen Wahrzeichen, den Tempel von Jaggernaut und die Schwarze Pagode. Aber wie ein Stern leuchtete zwischen ihnen, im Grunde ihres Bewusstseins, der stolze Gedanke, dass sie dem übermütigen Edmund einen Federhandschuh hingeworfen habe, den er nicht hatte aufnehmen dürfen, wusste sie doch mit untrüglicher Gewissheit, dass er das Leben einer Frau und das eines Mannes nicht als gleichwertig betrachtete. Ohne Zweifel würde er jeden Augenblick bereit sein, das Leben für eine Frau zu opfern und dies auch von jedem Mann verlangen, aber nur, weil es dem Manne gezieme, ritterlich zu sein und den Tod zu verachten. Im Grunde seines Herzens befand er sich in völliger Übereinstimmung mit der Wertschätzung, die sich in der einseitigen Sati Sitte so naiv aussprach. Sie wusste aber auch, dass er in jenem Augenblick sich dessen auf beschämende Weise bewusst geworden sei und sich ihr gegenüber zu dieser orientalischen Ansicht nicht habe bekennen dürfen. Und noch ein Bild tauchte an der Hand dieser Reihe auf, um sie abzuschließen. Der Sonnenuntergang von Benares. Wenn der Sonnenuntergang von Jagganaut der erste Gruß von Indien bedeutete, so war der von der heiligen Stadt am heiligen Strom erst die volle Weihe, die endgültige Bestätigung, dass sie sich jetzt wirklich mitten im alten Wunderland befände. Aber zwischen Jagganaut und Benares lag Kalkutta und damit das Eintreten eines neuen Faktors in ihr plötzlich so bewegtes Leben. Der Aufenthalt in Kalkutta bildete eine kleine Oase zwischen der dreimonatlichen Seefahrt und der ebenso langen Bootfahrt den Ganges aufwärts nach Korpore, wo man die Zivilisation zu verlassen hatte, um in Ochsenkarren sich langsam weiter zu bewegen. In jener Stadt der Paläste, die weder dem Vater noch der Tochter zusagte, schloss sich Sir Trevillians Vetter, der etwa 25-jährige Arthur Steele der Gesellschaft an. Er hatte eine nicht gerade hervorragende Stellung im Dienste der Ostindischen Kompanie gehabt und wollte jetzt seinem Vetter folgen, in der Eigenschaft als Sekretär, ein weder sehr anstrengender noch sehr einbringlicher Dienst allerdings, aber ihm schien es hauptsächlich darum zu tun zu sein, Land und Leute kennenzulernen und sich vielleicht dadurch für eine zukünftige Stellung zu qualifizieren. Durch sein freundliches und offenes Wesen gefiel er sofort Amanda, während er das Herz des Indologen durch sein Interesse für alles Indische gewann. Leider entdeckte dieser aber bald, dass dieses Interesse, das bei den Engländern in Indien nicht gar zu häufig zu finden war, bei dem jungen Schotten stark abergläubisch angehaucht sei. Arthur Steele gehörte einer geheimen theosophischen Gesellschaft an, in die er durchaus Professor Eichstätt einführen wollte. Glücklicherweise war keine Zeit dazu, man musste westwärts eilen, um vor der größten Hitze den Bestimmungsort zu erreichen. Die Fahrt den Hugli und den Ganges aufwärts wurde mit einer kleinen Flottille von Budgeras unternommen. Eingeborene Boote von einem besonders unchristlichen Äußeren, wie die brave Bärbel befand, die sich mit schwerem Herzen einem solchen Fahrzeug anvertraute. Amanda meinte, es ähnele am meisten einem umgekehrten Dreimaster. Zwei Drittel des Decks auf einem solchen Ganges Fahrzeug sind der Bequemlichkeit des Passagiers eingeräumt und bilden eine Kajüte, die in zwei Zimmer geteilt ist, von welchen das hintere als Schlafzimmer benutzt wird. Vor dem ersten Raum ist eine Veranda und das Dach ist das erhöhte Achterdeck des Schiffes, das bei schönem und nicht zu heißem Wetter der hauptsächliche Aufenthaltsort für den zeitweiligen Besitzer dieser Herrlichkeiten ist, vom Steuermann nicht zu reden, der hier das enorme Steuerruder hantiert. Im vorderen offenen Teil des Schiffes stehen die Bootsleute, die mit ihren plumpen Rudern den viereckigen Segeln helfen, das Fahrzeug vorwärts zu bringen. Alleine vermögen die Ruderer nicht, dies stromaufwärts zu tun. Bei Windstille oder Gegenwind wurde deshalb ein Seil am Mast befestigt, worauf die ganze Mannschaft, etwa zwölf Mann hoch, auf dem Ufer marschierend ihre Kräfte nicht sparte, um das Fahrzeug langsam genug vorwärts zu schleppen. Zu jeder Budgera gehörte wie ein Trabant ein Küchenboot. Mehr Floß als Boot, bestehend aus einigen rohen Balken mit einer Grashütte darauf und von zwei oder drei überaus lumpigen schwarzen Gesellern vorwärts geschaufelt. Edmund und Arthur führten an. Die zweite Budgera beherbergte Amanda und Berbele. Professor Eichstätt hatte sich mit einer kleinen Bibliothek in der dritten eingerichtet und die Dienerschaft folgte auf einer vierten. Das Wetter war fast immer schön. Amanda brachte den größten Teil oben auf dem Deck ihrer Kajüte zu und versuchte, besonders wenn sie geschleppt wurden, in ihr Skizzenbuch landschaftliche Erinnerungen einzutragen. Jede Biegung des Flusses entfaltete eine neue Szenerie, immer reizend durch schroffe Felsen, anmutige Hügel und mächtige Baumgruppen, oft geschmückt durch ein Kuppelgrab, einen verfallenen Tempel oder die Hütten eines Dorfes. Als sie aus dem Hugli hinaus waren und Mutter Ganga sie auf ihren breiten Strome trug, oft sich zu einem großen See erweiternd, aus welchem Tempel gekrönte Felseninseln auftauchten, nahm alles einen größeren Charakter an. Auf Dörfer folgten Städte mit den Freitreppen und Torbauten der Ghats am Wasser, belebt durch die farbenfreudigen Kleider der Bengalen. Mit ihren Kuppeln und Minaretten, hohen Pforten und mächtigen wehrhaften Granitmauern, ihrem Durcheinander von Palästen und Hütten immer wunderlich und im höchsten Grade malerisch. So wurde bei aller Einförmigkeit die Fahrt Amanda niemals langweilig, zumal das träumerische, beschauliche Dasein während des Tages immer einen gesellschaftlichen Abschluss auf dem Achterdeck der ersten Budgera fand, wo Edmund allabendlich seine Gäste zum Plaudern bei einem Glas Sorbet erwartete. Die Unterhaltung war dann gewöhnlich ebenso lebhaft wie mannigfaltig und lehrreich. Der Professor versäumte nicht, aus der reichen Vorratskammer seiner Gelehrsamkeit, geeignete Wegzehrung hervorzunehmen. Bihar, das alte Magadha, an dessen Nordgrenze sie fuhren, gab mit seinen großen buddhistischen Traditionen reichlich Veranlassungen zu geschichtlichen Abstechern, die das Licht der Vergangenheit über die umgebende Gegenwart strahlen ließen. Als sie an Patna vorüberkamen, verstand es sich von selbst, dass er den Glanz des alten Pataliputra schilderte, der Hauptstadt des großen und edlen Kaisers Asoka, wie sie der Grieche Megathenes angestaunt hat und wie fast 700 Jahre später der chinesische Pilger Fa-Hie sie noch sah, erfüllt von gelb gekleideten Buddha-Mönchen und von der festlich geschmückten Menge und der endlosen Prozession der Bilder. Dort lag nun der Rest jener Herrlichkeit vor ihnen, mit seinen Vorstätten, die sich drei Meilen weit am Südufer des Ganges hinstreckten, überaus malerisch zwar, aber doch sehr den Eindruck machend, als ob Pataliputra ähnlich wie Benares zwar einst aus Gold gebaut gewesen, aber zur Strafe seiner Sünden später in Stein und Mörtel, Lehm und Schmutz verwandelt worden wäre. Vielleicht ähnelte die Stadt in diesem bescheidenen Zustand mehr dem uralten, ehrwürdigen Pataligama, in dessen Herberge der Buddha auf seiner letzten Wanderung einkehrte, wo er bis tief in die Nacht die Laienbrüder mit religiöser Belehrung erfreute und wo er, nach der legendarischen Hinzufügung, in der Morgendämmerung, durch die Anwesenheit großer Götterscharen aufmerksam gemacht, seinem Lieblingsjünger Ananda die zukünftige Größe der Stadt prophezeite. Arthur Steele seinerseits hatte während seines dreijährigen Dienstes viele Erfahrungen über das indische Leben und über die Denkart der Hindus, teils durch eigene Beobachtung, teils durch Berichte zuverlässiger Zeugen gesammelt, die man gern aus ihm herauslockte, wenn er durch irgendeine Bemerkung einen Anhaltspunkt bot, denn er war besonders am Anfang zu schüchtern, um selber damit hervorzutreten. Namentlich entwickelte Amanda eine große Geschicklichkeit darin, so einen fast zufällig heraushängenden Faden zu ergreifen und Behände daran zu ziehen, bis eine ganz hübsche Geschichte zum Vorschein kam, und der junge Schotte, ehe er sich's versah, sein Garn so hübsch spannen wie sein seemännischer Vetter. Und dass bei diesem Garn alles in der Ordnung sei, daran würde nicht leicht jemand zweifeln, während es bei dem Spinnen Edmunds immer ein wenig zweifelhaft blieb, ob die Jugendjahre auf der See, die für die Wahrheit ebenso gefährlich zu sein schienen wie der Wald, und das Zusammenleben mit Dichtern, gesponnene Garn etwas glänzender machte, als es von Rechtswegen hätte sein sollen. Dieser letzte Beitrag zur Unterhaltung war überhaupt anderer Art und hatte keine Verbindung mit dem fremden Wunderland, das man durchkreuzte. Es wurde aber nicht mit geringerem Interesse aufgenommen, wenigstens nicht von Amanda. Wenn Edmund von seinen mit Byron, Shelley und Keats verbrachten Stunden sprach, da schien ihr der ganze indische Sternenhimmel, der über ihnen leuchtete und in den Wellen des heiligen Stromes blinkte, allmählich zu verblassen, vor dem Abglanz jenes drei Gestirns der englischen Poesie, der diesem Mann ihr gegenüber entströmte, welchem in der Tat diese Erinnerungen und nur sie etwas Heiliges waren. Auf diesem erhöhten Achterdeck des ersten Schiffes war denn auch die Gesellschaft versammelt, an dem Abend, wo man erwartete, hoffentlich noch vor dem Eintritt der Dunkelheit Benares zu Gesicht zu bekommen. Sie hatten den ganzen vorhergehenden Tag in der Militärstation Gasi Pore zugebracht, wo ein Jugendfreund Edmunds als Major garnisoniert war. Edmund war mit ihm und mehreren Offizieren auf Wildschweinjagd geritten. Obwohl Arthur ein guter Sportsmann war, zog er es vor, Amanda und ihrem Vater Gesellschaft zu leisten. Als Beamter der Ostindischen Kompanie war er einigermaßen mit ihrer Geschichte vertraut, so musste er denn die Wissbegierde des Professors stillen und hier selbst den Historiker spielen, indem er vor dem Grabmonument des Marquis Cornwallis einen Vortrag über die Regierung und die Kriegstaten des ersten aus der englischen Aristokratie hervorgegangenen indischen Generalgouverneurs hielt. Dabei fühlte er sich noch dazu bedrückt durch eine etwas feindselige Stimmung im männlichen Teil seines Auditoriums, denn in seiner Begeisterung für das Indische hielt Professor Eichstätt eigentlich die Eroberungen der Engländer hier für Raubzüge, obwohl er ohne sie niemals das gelobte Land gesehen hätte. So war es denn doppelt nötig, dass Amanda ihn aufmunterte, indem sie etwas Sympathie für den edlen Marquis zeigte, dessen Mausoleum nicht eben sehr zur Bewunderung aufforderte. Sie wunderte sich, dass alle indischen Denkmäler Stil und Charakter hätten, während alles, was die Engländer bauten, beides vermissen ließ. Und Arthur konnte nicht umhin zu gestehen, dass sie auf ihrer ganzen Reise keinem so reizlosen Bauwerk begegnet wären wie diesem. Seit unverdenklichen Zeiten war Garzipore berühmt wegen seiner Rosen, die alle Kenanas Indien mit Rosenwasser versahen. Der süße Duft von diesen unabsehbaren Blumenfeldern wurde von einem kühlenden Abendwind der Gesellschaft entgegen geweht, als man sich auf dem Promenaden Platz vor dem Mausoleum erging und der Militärkapelle lauschte, die den deutschen Gästen zu Ehren Stücke aus der Zauberflöte und ein paar alte Wiener Walzer spielte, nach denen schon der Kongress getanzt hatte. Es war bei dieser Gelegenheit, dass Amanda sich die Frage vorlegen musste, ob sie nicht vorher zu viel Interesse an den Taten des Marquis Cornwallis gezeigt habe und ob sie nicht mit Blicken und Mienen, ja sogar mit Worten dem jungen Schotten gegenüber vorsichtiger umgehen müsse, als sie in der letzten Zeit getan hatte. Leicht fiel es einer solchen Frage nicht bei ihr aufzutauchen, da sie keineswegs zu den Mädchen gehörte, die jeden Jüngling, der in den Bereich ihrer Augen kommt, als in übermächtiger Gefahr schwebend betrachten. Im Gegenteil, da sie im Profil keine griechische Stirn- und Nasenlinie aufzeigen konnte und en fasch über kein eiförmiges Madonnengesicht verfügte, hatte sie längst entschieden, dass sie auf Schönheit keinen Anspruch habe und fand deshalb keinen Grund, warum ein junger Mann sich kopfüber in sie verlieben solle. Und das trotz ihrer Erfahrungen hinsichtlich des Heidelberger Studenten mit den Fersen und den Rosen, an denen eine Erinnerung sie hier inmitten dieses Rosendufts ganz natürlich anwandelte. Ob er wohl vielleicht in einer Abendstunde in einem Wirtschaftsgarten am lieblichen Neckarstrom säße, seinen Wein eintrinkend, ihrer gedenkend und vielleicht Verse schreibend, auf Flügeln des Gesanges sie suchend? Ihm war es zweifelsohne passiert. Das kam ihr aber auch als ein unbegreiflicher Fall vor, der sich nicht so bald wiederholen könne. Und andererseits, dass ein junger Mann während einer monatelangen einförmigen Flussreise, wo sie der einzige Repräsentant des zarten Geschlechts war, nachgerade ihr gegenüber in einen leichten schwärmerischen Rausch geriet, war schließlich kein Zauberstück und brauchte nicht viel zu bedeuten. Aber es war ein beunruhigendes Symptom, dass er sie sogar den Wildschweinen vorzöge. Und ganz wundervoll war nun auch die Behändigkeit, womit dieser junge Mann beim Aufbruch wusste, alles so zu ordnen, dass Amanda allein mit ihm im Dockard fahren musste. Man hatte nämlich, da der Fluss von Gasi Pore bis Benares sich in mächtigen Windungen schlängelt, die Flotille den ganzen Tag weiter segeln lassen, um sie in der Nacht an einem bestimmten Punkt einzuholen, zu welchem Zweck die Offiziere ihnen bereitwillig einen Zweispänner und einen Dockard zur Verfügung gestellt hatten. Im Letzteren saß also Amanda neben dem kutschierenden Arthur, an sich keine üble Situation, da man auf diesem freien erhöhten Sitz die herrliche Fahrt in der erfrischend kühlen balsamischen Nachtluft durch die stille, weit und breit vom Monde erleuchtete Landschaft mit ihren großen Bäumen, ihren Hügeln und kleinen Ruinen viel besser als im großen Wagen genoss. Wenn wenn nur nicht eben dies neue ihr so ungewohnte Bewusstsein dagewesen wäre, sich nicht gehen lassen zu dürfen, aufpassen zu müssen, damit die Stimmung nicht zu romantisch würde, was ihren Genuss ziemlich beeinträchtigte. Sie atmete sogar erleichtert auf, als sie die silberglänzende Biegung des Flusses mit den schwarzen Punkten der Flottille sah, ohne das etwas Beunruhigenderes passiert wäre, als dass er ihr ein paar Mal versichert hatte, er würde diese Nacht nicht vergessen, wenn er auch hundert Jahre alt würde, und dass ihre Herrlichkeit in sein nächstes Erdenleben noch hineinklingen müsse, wobei ihr nicht ganz leicht war, die Fiktion aufrecht zu erhalten, dass solche Einzigartigkeit dieser Nocturne lediglich auf die Rechnung der umgebenden Natur zu schreiben sei. Nun standen sie alle auf dem hohen Achterdeck der ersten Budgera ihrer Flottille, alle im höchsten Stadium gespannte Erwartung, mit Ausnahme der unerschütterlichen Bärbele, die sich zum ersten und letzten Mal freilich ohne es zu wissen in Übereinstimmung mit einem großen indischen Worte befand, mit dem nämlich, dass es dem Weisen gleich gilt, ob er in Benares oder in einer nur hatte sie insofern eine noch höhere Warte des Gleichmuts erstiegen, als es ihr auch gleichgültig war, welches von beiden sie sähe. Jetzt sahen sie Benares. Wenigstens sahen es die anderen. Ja, da lag sie vor ihnen, auf dem hohen Ufer sich amphitheatralisch aufbauend, im glitzernden Wasser widerspiegelnd, die heilige Stadt am heiligen Strom. Kühler Schattendunst webte einen violetten Schleier über die Treppenreihen und Torbogen der Gards. Fußnote Gart Landungs- oder Badeplatz mit prächtigen Treppenanlagen von hervorspringenden Kiosk gekrönten Basteien unterbrochen und oben oft durch prächtige Torbauten architektonisch abgeschlossen. Ende Fußnote Und neue Fäden zogen sich in dies Gewebe hinauf von den Rauchknäulen, der auf den Leichenverbrennungsstätten am Ufer glimmenden Scheiterhaufen. Goldiges Helldunkel umflutete mystisch das Durcheinander und Übereinander der Tempel. Die Stadt schien nur aus solchen zu bestehen. Stufen steigende Terrassendächer, Pyramiden, runde Kuppeln und hochgestreckte Kuppeln und ganze Kuppel Bündel, alters schwarze, elfenbeingelbe, blutrote, besternte und güldene. Und über diesem ganzen bunten und wilden Gewimmel thronte in einsamer und erhabener majestätischer Ruhe, wie Weiland die Mogul Macht über das zersplitterte Hindutum, Aurangzebs Moschee, die mit ihren einfachen arabischen Formen dem ganzen Bild erst das entscheidende orientalische Gepräge, den Zauberstempel tausend- und einnächtiger Märchenpoesie aufdrückte, indem sie ihre glänzenden Kuppeln und die beiden fast überschlanken Minarette gegen den Abendhimmel erhob, einen Himmel, in dessen Tiefe alle Rosen, die je auf den Feldern Gazipores ihr feuriges, duftiges Blumendasein gefristet haben, in verklärter Gestalt zu überirdischer Wonne wiedergeboren zu sein schienen. Dachte ich's mir doch, sagte Edmund, dass dies sehenswert sein würde, da doch ein schwacher, sehr schwacher Abglanz genügt hat, um mich überhaupt hierher zu bringen. Da möchte man ja wirklich mit den indischen Fabeltieren die neugierige Frage stellen, wie war das? Oh, keineswegs fabelhaft, mein lieber Professor, sondern überaus einfach. Ich hatte die Absicht, nach Amerika zu gehen, um zu sehen, wie die in Europa geknebelte Freiheit sich dort gebürdete. Eines Tages besuchte ich einen Freund in London, um Abschied zu nehmen. Während ich im Salon wartete, blätterte ich in einem illustrierten Reisewerk, und das erste Bild, worauf mein Blick fiel, war ein feiner Farbendruck von Benares. Dieser Anblick, was der für einen Eindruck auf mich machte, nun, ich denke, er hat mich da berührt, wo ich meinen Strich mit dem Teerpinsel bekommen habe. Fußnote, der Teerpinsel, a touch of tar brush, ist der gewöhnliche Ausdruck in Indien für einen Engländer, der Hindu-Blut in seinen Adern hat, Ende Fußnote. Jedenfalls sehen sie die Wirkung, dass ich jetzt hier stehe und nicht in Amerika bin. Einfach kann man das ja nennen, rief Arthur. Ich verstehe aber, dass ich darin eine wunderbare Fügung sehe, für die ich wahrlich nicht dankbar genug sein kann. Nun, das nenne ich wahrhaftig einmal ritterliche Gefühle, deren Äußerung mir im tiefsten Herzen Wohltut, sagte Edmund im aufgeräumtesten Ton und klatschte Arthur auf die Schulter. Glänzende äußere Vorteile hat dir mein Herkommen ja nicht gewährt. Deine Freude darüber darf ich also ganz auf die Rechnung meiner Persönlichkeit schreiben. Der spöttische Sinn dieser Worte klang so deutlich heraus, dass Arthur sich genötigt sah, anstandshalber zu äußern, er habe den Kanzleidienst in Kalkutta herzlich satt und sehne sich sehr danach, Land und Leute kennenzulernen, sodass Edmunds Absicht, die ihm Gelegenheit dazu böte, allerdings auch abgesehen von verwandtschaftlichen Gefühlen, ein wahrer Segen für ihn sei. Als ob es nicht genug wäre, dass der junge Schotte bei dieser Ausflucht mit der Durchsichtigkeit der blonden Naturen bis unter sein sandfarbiges Haar hinauf errötete, musste er außerdem noch Amanda einen entschuldigenden Blick von solcher Beretsamkeit schicken, dass sie froh war, sich in den Anblick von Benares vertiefen und darauf bezügliche Fragen an ihren Vater richten zu können. Kein Zweifel, dass es sich hier um etwas mehr als um eine durch die Einförmigkeit einer Flussreise in Bewegung gesetzte und durch den Mangel an Auswahl dirigierte elementare Übung des jugendlichen Herzens handele. Kein Zweifel auch, dass dieser Jüngling so treu und zuverlässig sei, wie das Metall, nach dem er sich nannte. Und so sah sie sich denn gebieterisch der Frage gegenübergestellt, ob sie wohl imstande sein würde, das Gefühl, das aus diesen gewöhnlich recht kalten stahlblauen Augen ihr so warm entgegenleuchtete, jemals zu erwidern. Damals, angesichts des von der seligen Röte des Sonnenuntergangs am Himmel und im Wasser umleuchteten Benares, wusste sie, diese entscheidende Frage nicht zu beantworten. Heute, angesichts des im sterbenden Abendlicht finster und drohend sich erhebenden Raja-Palastes, wusste Amanda, dass sie jene Frage verneinen müsse. Nie würde sie den braven jungen Schotten lieben können. Ihr Herz war vergeben. Die so urplötzlich erweckte Vorstellung, dass Edmund eine andere liebe, und die gleichzeitig auftauchende Angst vor einer ihm drohenden Lebensgefahr, hatte ihr Innerstes mit solcher Macht aufgewühlt, dass das Verborgenste an den Tag gekommen war. Die Bekanntschaft mit jener anderen aber, und der Eindruck, den diese auf sie gemacht hatte, steigerte durch bittere Schärfe das Liebesbewusstsein bis zur höchsten, fast unerträglichen Klarheit. Ja, sie liebte Edmund. Oh, wie verschieden war dies rückhaltlose Selbstgeständnis von jener schüchternen Frage in Heidelberg. Hier gab es aber auch keine süße Unruhe mehr, keine belebende, freudige Hoffnung, alles schien hier Drohung, Enttäuschung, Entsagung und Verzweiflung zu sein. Und doch hätte sie dies nicht gegen jenes getauscht. Doch hätte sie nicht wünschen können, dass sie nie das liebliche Neckarstädtchen verlassen und ihren Fuß nie auf das Deck einer englischen Brick gesetzt hätte. Was konnte sie überhaupt jetzt wünschen? Nichts. Nur verharren konnte sie in der Gegenwart. Denn in die Zukunft hinausblickend was wurde sie wohl dort gewahr? Was war das Nächste? Vielmehr was war das Neueste, das irgendeine Aussicht eröffnete? Sie wusste, dass etwas Neues hinzugekommen sei. Noch an diesem Tage, wo sich so manches zusammenfand, war es hinzugekommen. Sie musste die Hände an die Schläfen pressen, um ihre Gedanken gewaltsam zu sammeln. Richtig, das war es. Edmonds Mission nach Afghanistan. Diese Mission, wenn er sie annähme, würde sie ihn von ihr entfernen? Auf wie lange? Auf immer vielleicht? Ja, wahrscheinlich auf immer. Kalarama hatte nicht verschwiegen, dass die persönliche Gefahr, die mit dieser Sendung verbunden war, eine sehr große sei. Und außerdem, der Ruf der Afghaner als das verräterischste und mordlustigste Räubervolk auf Gottes Erden war in Nordindien, das sie so oft entvölkert hatten, lebendig genug und auch ihr nicht unbekannt geblieben. Und dennoch hatte sie selbst ihm geraten hinzugehen, hatte das bisschen, was sie von Überredungskunst besaß, in Worten Blick und Miene aufgeboten, um bei ihm die Überzeugung zu wecken, dass es seine Pflicht sei, nach Afghanistan zu gehen. Wie hatte sie nur das tun können? Wie, wenn ihre Verwendung das letzte Lot wäre, dass die Schale zum Sinken brächte? Wenn sie es wäre, die ihn in den Tod schickte? Amanda bedeckte ihr Gesicht mit den Händen. Ein Zittern ging über ihren ganzen Körper. Dann erhob sie entschlossen den Kopf. Lieber die afghanischen Löwen als die indischen Schlangen. Ende von Abschnitt 19 Gelesen von Hokus Pokus Abschnitt 20 von Die Welt Wanderer Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Jessie Die Weltwanderer von Karl Gellerup Zweites Buch Kapitel 3 Der Webstuhl des Karma Der Raja Palast war in der unterdessen eingetretenen Dunkelheit fast verschwunden. Nur ein großer eckiger Schatten zeigte, wo jene indische Schlange hauste. Und in diesem Schatten verborgen schien sie noch lauernder, noch giftiger zu sein. Von der drohend finsteren Zukunft zurückgeschreckt fingen Amandas Gedanken von selber an, sich der Vergangenheit zuzuwenden. Zuerst der nächsten Vergangenheit. Sie gingen den einzelnen Gliedern nach, die sich zu dieser eisernen Kette der Notwendigkeit zusammengefügt, zu dieser Gegenwart geführt hatten. Da musste es ihr nun auffallen, wie sich unter ihnen doch so viel zufälliges befände, so vieles, was beinahe eine andere Richtung genommen hätte, wodurch sich dann das Ganze völlig anders gestaltet hätte. Ja, wenn nur ein einziges dieser Glieder seine ursprünglich eingeschlagene Richtung beibehalten hätte, dann wäre diese Gegenwart nicht herausgekommen, ja nicht einmal eine, die ihr irgendwie ähnlich sähe. Ihr Vater hatte sich eigentlich der Philosophie widmen wollen. Nur der Umstand, dass sich für einen Sanskritisten viel bessere Universitätsaussichten eröffneten, hatte ihn bestimmt, sich mit seiner ganzen Kraft auf das damals noch so junge Sanskrit-Studium zu werfen, mit dem er bisher nur wegen dessen neuen philosophischen Inhaltes geliebäugelt hatte. Sir Edmund war im Begriff, sich nach Amerika zu begeben, als eine Ansicht von Benares einen solchen Eindruck auf ihn machte, dass er sich entschloss, anstatt nach den nordamerikanischen Staaten sich nach Indien zu begeben. Kalarama endlich hatte schon ein Schreiben an einen englischen Professor aufgesetzt, als eine Zeitschrift mit einer Abhandlung von Professor Eichstätt ihm in die Hände kam und irgendetwas in diesem Aufsatz ihm so sehr gefiel, dass er sich entschloss, lieber diesen deutschen Gelehrten für sein Vorhaben zu werben. Aber wie? Hatte nicht Schillers Wallenstein doch recht mit seinem Es gibt keinen Zufall? Wenn aber keine einzige von diesen anscheinend gleichgültig schwankenden Einzelheiten zufällig diesen Weg genommen hätte, wenn alle einander suchten und fanden, um gemeinsam einem einzigen Ziele zuzustreben, um zusammen ein einheitliches Muster zu weben, welches war denn dieses Ziel? Welchen Sinn hatte das Muster, an welchem auch sie mitwob und in welches sie verwoben wurde? War es die gütige Vorsehung Gottes, die alles dies zum Besten lenkte, wie sie in der Schule gelernt hatte? Oder war es, wie dies alte Land der Weisheit lehrte und vor den Zeiten europäischen Denken schon gelehrt hatte, das Karma, ein ewiges Moralgesetz, das alles leitete? War alles dies lediglich die unaufhaltsame Selbstbewegung unserer eigenen Taten? Ihr Vater meinte zwar, dass er um des Brotes Willen Indologe geworden sei, aber vielleicht war dies nur ein Vorwand für seine Vernunft gewesen und er hatte in Wirklichkeit das Sanskrit gewählt, weil ein geheimer innerer Trieb ihn zu dieser Sprache hinzog, etwa weil er sie einst gesprochen habe? Sie musste an die platonische Lehre denken, dass alles Lernen erinnern sei. Ihr Vater hatte ihr oft diesen Satz in seiner ganzen Bedeutung entwickelt. Sie wusste auch, dass er eine Lieblingsidee Shelleys war. Wie gegenwärtig war ihr der Abend auf dem Ganges geblieben, wo Edmund ihnen die Geschichte von seinem extravaganten Dichterfreund und dem Bambino erzählte. Sie hatten einen ganzen Tag Platon zusammen gelesen, das heißt Shelly hatte aus Platon übersetzt, denn das bisschen Griechisch das Edmund gekonnt war längst verdunstet und gingen gegen Abend aus, um die herrliche Luft am Lung Arno zu genießen. Als sie über eine der Marmorbrücken kamen, stand eine arme Frau dort mit einem kleinen Jungen auf dem Arm. Shelly nahm ihr plötzlich das Kind ab und hielt es vor sich hin, zum größten Schrecken der Mutter, die wohl befürchten mochte, der seltsame Inglese mit dem bloßen, von wilden Haaren umflatterten Kopf sei ein Verrückter, der ihr Kind in den Fluss werfen wolle, weshalb sie es krampfhaft an seinem Hemdchen festhielt. Will ihr Bambino uns etwas von der Präexistenz sagen, Signora? fragte Shelly. Er kann nicht sprechen, Signor, antwortete sie. Oh, das glaubt er vielleicht, aber er könnte schon. Er ist nur ein paar Wochen alt, Signor, meinte die Mutter entschuldigend. Eben deshalb, er kann noch nicht das Sprechen vergessen haben, es ist undenkbar, antwortete der Poet und gab ihr das Kind zurück. Und mit komischer Entrüstung rief er aus, während er mit seinen langen Schritten vorwärts eilte, es ist zum Verzweifeln, wie verstockt diese Säuglinge sind. Und doch ist es gewiss, dass er vor wenigen Wochen vieles wusste, das wir in unseren Lebtagen nicht erfahren und am allerliebsten wissen möchten. So war sie denn mit dieser Idee so vertraut, dass sie manchmal mit ihr spielte. Eines Abends war über Shakespeare viel gesprochen worden, und sie hatte zuletzt geäußert, man könne sich, zumal in diesem Lande, seine erstaunliche Mannigfaltigkeit so erklären, dass er ein Wesen sei, das schon die verschiedensten Menschenleben hinter sich habe, sodass er sich nur zu besinnen brauche, um aus eigenster Erfahrung zu wissen, wie ein Krieger, ein Kaufmann, ein Clown, eine Desdemona und ein Falstaff, ein Prospero und ein Kaliban dachte und handelte. Jetzt dachte sie, und sie musste bei diesem Gedanken lächeln, vielleicht hat der Vater einst die Felsen in Schriften eingehauen, die er nun mit solcher Sicherheit dechiffriert. Und noch eine andere Seite bei dieser Wahl ihres Vaters fiel ihr auf. Vielleicht hätte er es doch vorgezogen, frei im weiten Gebiete der Philosophie umherzuschweifen, wenn er ein von den Anforderungen des bürgerlichen Lebens unabhängiger Mann gewesen wäre. Er war aber fast ohne Vermögen und er war verliebt. Ja, er war sogar heimlich verlobt, und zwar mit einem Mädchen aus adeliger Familie, die ebenso stolz wie wenig begütert war und große Hoffnung auf eine reiche Partie für die einzige sehr hübsche Tochter setzte. Er musste sich also bald möglichst eine Stellung erkämpfen. Auf dem Wege der Indologie waren ihm die wärmsten Empfehlungen August Wilhelm von Schlegels gesichert, dessen Kollegien er in Bonn besucht hatte, und der sich lebhaft für ihn interessierte. Dies gab den Ausschlag. Mit seinem eisernen Fleiß, der von einer robusten Gesundheit getragen wurde, vollbrachte er Wunder. In ein paar Jahren hatte er seine Professur und sein Mädchen. Wenn es nun aber im Leben eines Mannes etwas gibt, das nicht äußerlich und zufällig ist, so ist es die heftige Liebe zu einer bestimmten Frau. Und in dieser Liebe lag schon ihr eigenes Dasein mit seinen individuellen Merkmalen, mit ganz bestimmten Fähigkeiten, Anlagen und Beschränkungen vollkommen beschlossen. Dann war Edmunds anscheinend zufälliger Entschluss da, Indien anstatt nach Amerika zu gehen. Hatte er aber nicht selber angedeutet, dass der Anblick eines Benares Bildes in einem Prachtwerk gewiss nicht diese Wirkung auf ihn hätte ausüben können, wenn er nicht das Blut einer Hindu Prinzessin in seinen Adern gehabt hätte? Dies lautete nun freilich rationell genug. Kein noch so hart gesottener Empiriker und Naturwissenschaftler könnte etwas dagegen haben. Aber war dies nicht vielleicht nur die äußere Hülle? Könnte auch hier nicht ein innerer Zusammenhang wirken, den man kaum zu ahnen vermochte? War er vielleicht das Kind jener Begum und eines abenteuernden Engländers, weil sein innerstes Wesen, der Niederschlag früherer Taten gerade solche Bedingungen für seine Verkörperung brauchte, gerade diese Mischung vom Morgen- und Abendland. Die träumerische, zigeunerhaft schweifende Fantastik, gepaart mit der zähen und doch heftigen Energie des Westens, Sachsentum mit starkem keltischen Einschlag. Denn schon das Trey seines Namens gemahnte ja daran, dass er zu den Cornwall-Männern gehöre. Und nun Kalarama, der ihren Vater zu jenen Felseninschriften hingerufen hatte. Bei Kalarama fing für sie überhaupt das Mysterium erst recht an. Wie wunderbar war die Ähnlichkeit zwischen ihm und seinem Vorfahren des Altertums, Mahim Sasa. So zwar, dass sogar die Worte, die Amanda nach der ersten Begegnung mit ihm ihrem Vater gegenüber gebraucht hatte, sich bei dem alten Chronisten fanden. Mahim Sasa sehe er wie ein Sanyasin, denn wie ein Feldherr aus. Freilich würde auch hier der Naturforscher mit seiner Erklärung schnell bereit sein, mit einer, die nicht die ihrige war. Vor ihrem bohrenden Blick schienen in der Person Kalaramas die Wurzeln der gegenwärtigen Dinge bis in die graue Vorzeit hinab zu reichen. Und waren etwa in jenen Tiefen die Lebensfasern des Indologen mit denen des Inders verflochten? Hatte vielleicht irgendein Ausdruck, eine stilistische Wendung von denen, wo der Mann im Stil ist, in jenem Aufsatze bei dem indischen Minister dunkle Erinnerungen, träumende Sympathien wachgerufen, die ihn für den deutschen Gelehrten anstatt für den näherliegenden Engländer entschieden? Als Amanda sich diese dreiste Frage stellte, besann sie sich darauf, dass jener Aufsatz nicht von Ohn Gefähr in die Hände des Ministers gekommen sei. Er war ihm übergeben worden, und zwar von einem Freunde, den Kalarama seinen Guru, seinen geistigen Führer nannte. Wer mochte wohl diese jedenfalls sehr hervorragende Persönlichkeit sein, die hier so entscheidend eingegriffen hatte. Welche neuen, geheimnisvollen Beziehungen konnten sich nicht hier verborgen? Wie dem nun auch sei, wie auch alle Faktoren sich zusammengefunden haben mochten, sie wirkten und worben unaufhaltsam. Was wirkten? Was worben sie? Amanda blickte wie fragend in die Nacht hinaus. Auch die Schattenmasse des Palastes hatte sich jetzt im Dunkel aufgelöst. Sie verriet sich nur dadurch, dass drüben keine Sterne zu sehen waren. Amanda versuchte noch, ein durchschnittenes Sternenbild ergänzend zu erkennen, da war es plötzlich helles Tageslicht. Sie befand sich draußen vor der Hindustadt, wo sie öfters die Weberinnen an ihrer Arbeit beobachtet hatte. Gerade vor ihr streckte sich der primitive Webstuhl, eine lange Reihe von schief in die Erde gepflanzten Tigergrasstängeln, zwischen welchen die Kette des Gewebes sich ein- und ausschlängelte. Auf Auf jeder Seite ging ein Hindu-Weib hin und zurück. Ihre Rockfalten flatterten seitwärts, ihre Schleier bauschten sich, während die schön geformten Arme, blank wie Bronze, die auf langen Stöcken befestigten Schifflein durch die Kette führten. Dazu sangen sie ein wildes, melancholisches Lied. Es war die Ballade von Joghurt. Und in ihr Singen mischte sich bisweilen das gedämpfte Gebrüll einer der höckrigen Büffelkühe, die ringsum auf der mit Backsteinbröckeln bestreuten Erde ihr sparsames Futter suchten. Das war alles, wie sie es so oft gesehen. Nur pflegten die Frauen nicht bei ihrer Arbeit zu singen, sondern zu schwatzen. Eben wollte sie versuchen, ob sie hinlänglich Hindustani zusammenbringen könnte, um die Weberinnen zu fragen, ob Joghurt wohl noch immer ein Räuber sei, der Ratscha Beute entführe. Da waren beide Weiber plötzlich verschwunden. Aber die Kette des Webstuhles spannte sich noch vorher aus, zu beiden Seiten, oben und unten. Sie erfüllte den ganzen Raum und schien an den Sternen befestigt zu sein. Denn es war wieder Nacht, aber erleuchtet von den Farben des Musters in diesem unendlichen lebendigen Gewebe. Und Amanda war selbst mittendrin, war einer von den unzähligen Einschlagspäden, die durch keine Hand geleitet und gezogen zu werden brauchten. Denn sie waren beweglich und beseelt wie Schlangen und wie von einem untrüglichen Instinkt geführt, suchte und fand jeder seinen Weg, um immer an der rechten Stelle im Muster zu sein. Aber Amanda steckte nicht nur als selbstwirkender Faden im Gewebe. Sie befand sich gleichzeitig außerhalb desselben, obwohl es überall war. Sie stand ihm gegenüber als schauerndes Auge, überblickte das Muster und sah die nahen und fernen Bilder. Hier Amanda in der Sturzwelle auf dem Deck der Brigg vom Arm Edmunds umfasst, die Gesellschaft auf der Budgera vor Benares, Amanda und der Vater der Vorlesung Kalaramas lauschend, Amanda in der Kenana und die Singen der Rani. Dort die kleine Amara in den Armen des heimkehrenden Mahim Sasa, Amara als junges Mädchen vor einem herrlichen Kuppelbau, von hohen Bäumen umgeben, sitzend und noch andere, gar seltsame Amara Bilder. Und in dieser Zwiespaltung ihres Wesens in ein wirkendes und ein schauendes Teil, der Faden, der sie selber war, der durch die eine Bilderei sich ziehend emsig weiter am Muster wirkte, zugleich weit hinten in jene andere Bilderei verflochten war. Auch erkannte sie die anderen Fäden, die neben ihr herliefen und mit ihr zusammenwirkten. Den grauen Faden, ihren Vater, den roten, Edmund, den schwarzen, Dhirani, den silbernen Kalarama, den blauen Arthur. Eben wollte sie den letzten fragen, woher er denn eigentlich käme, da in der anderen Bildereihe doch kein blauer Faden verwoben sei, als ihre Aufmerksamkeit von einem prächtigen, goldenen Faden in Anspruch genommen wurde, der ihren Weg kreuzte, als ob er allen Fäden eine neue, für das Muster entscheidende Richtung geben wollte. Goldig glänzte es ja auch überall dort hinten in der anderen Bildereihe und sie freute sich des reicheren Glanzes, der sich jetzt im Gewebe verbreitete, als dieser güldene Meisterfaden sich mit dem Silbernen verschlang und ihr eigener Weißer den von ihnen vorgezeichneten dreisten Schwung mitmachen durfte. Je eifriger sie aber im Gewebe mitwirkte, um das neue Ungeahnte hervorzubringen, umso mehr strengte sie sich an, um als Schauende das Entstehende zu erblicken und sie sah, wie in der Mitte des ungeheuren Teppichs durch Zusammenwirken aller Fäden ein Menschenantlitz entstand und immer deutlicher wurde. Es war ein männliches Gesicht, aus dessen Zügen jene mit unaussprechlicher milde gepaarte erhabene Ruhe leuchtete, die den besten Buddha-Bildern allein eignet, während der dunkle geklüftete Bart dem Bilde zugleich etwas vom Christus-Typus verlieh, als ob Osten und Westen sich vereinigt hätten, um ein Idealbild heiliger Übermenschlichkeit zu schaffen. Die Augenlider waren gesenkt, wie auf den Bildern des in innere Schauung versenkten Buddha. Allmählich aber lüfteten sie sich oder schienen vielmehr durchleuchtet zu werden von dem Blick, dessen geheimnisvolle Macht Amanda so innerlich empfand, dass nunmehr mit einem Male ihre traumhafte Zwiespaltung aufgehoben war, als ob ihr Wesen sich gewaltsam einigen müsste, um diese Einwirkung auszuhalten. Sie sah wieder den Fensterrahmen, die Sträuche und Bäume des Gartens, die Sterne über ihren Wipfeln. Aber das Gesicht war noch immer da. Ende von Abschnitt 20 Abschnitt 21 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Weltwanderer von Karl Gellerup Zweites Buch Kapitel 4 Der Gruß des Meisters Kaum zehn Schritte vom Fenster entfernt, unter dem dunklen Laubdach eines niedrigen Baumes, stand ein Inder und betrachtete sie unverwandt. Als sie nun diesen Blick erwiderte, mußte sie an Kalarama denken. Sie wußte eigentlich nicht warum, denn wohl war die Größe der beiden Männer ziemlich dieselbe, aber die Gesichter ähnelten sich nicht gerade sehr. Am ehesten noch die Augen, die des Fremden waren aber größer und leuchtender als die des Ministers und schienen sie mit ihrem Blick zu durchdringen. Wie lange hat er mich wohl so angesehen, dachte sie, gewiß schon eine ganze Weile. Und die seltsame Idee bemächtigte sich ihrer, dass alle jene Karma-Gedanken, die ihre Fantasie soeben durchzogen hatten, nicht aus der Tiefe ihres eigenen Geistes aufgetaucht, sondern ihr zugeschickt waren, eingegeben von jenem Inder, der sie mit seinen funkelnden Augen durchleuchtete. Daher käme es gewiß auch, dass sie gar keine Angst empfand, als sie ihn so plötzlich dastehen sah. Sie sei schon von ihm durchdrungen und dadurch auf seine Erscheinung vorbereitet gewesen. Und wer war er denn? War er ein neuer Faktor, eine neue, eingreifende Macht? Gewiß war er das, sie fühlte es. Und eine Gute, auch das fühlte sie. Aber was würde er wohl wirken? Hatte er vielleicht schon eingegriffen? Der Inder, der Edmund gerettet hatte, der Yogi, vor dem selbst die Mörder scheuten, war er es nicht? Sie möchte fragen, aber sie scheute sich. Doch schon war es ihr, als ob diese Frage bejaht zu ihr zurückkehrte. Wie gern hätte sie ihm gedankt, aber vielleicht hörte er auch diese Danksagung. Und sie müsse wohl stattfinden, diese Unterredung. Woher sonst die Ruhe, die fast freudige Zuversicht in ihrem Gemüt, wo es vor wenigen Minuten noch so unselig gestürmt hatte? Und doch empfand sie eine leise Enttäuschung, als er nun fortging, ohne ein Wort zu sagen, jedoch nicht, ohne durch eine Neigung des Kopfes und eine fast segnende Handbewegung sie zu grüßen. Eine leise Enttäuschung. Sie hatte erwartet, dass schon jetzt und hier etwas sich ereignen würde, und nun ging er. Jedoch nur ein paar Schritte. Als ob er sich plötzlich eines Besseren besenne, blieb er stehen und wandte sich an sie. Will die liebe Mem Sahib einen Gruß an den Minister Kararama überbringen? Amanda lächelte. Gern will ich einen Gruß überbringen, wenn der freundliche Fremde mir einen solchen anvertrauen will. Mem Sahib möge dem Minister sagen, Der Guru grüßt seinen Chela. Fußnote Guru, geistiger Führer, Meister Chela, Lehrling Ende Fußnote Vor dem dritten Schakal-Schrei Erwartet der Guru den Chela an dem Ort, wo sie einst ihre bitterste Stunde erlebten. Ich werde den Gruß Wort für Wort überbringen, Fremder. Ich danke Ihnen. Gute Nacht, Mem Sahib Er grüßte mit derselben Bewegung von Kopf und Hand und verschwand im Laubschatten des Gartens. Amanda blickte ihm sinnend nach. Das war nun die zweite Botschaft, die sie an Kararama zu bringen hatte. Sie wollte nicht länger zögern. Schon war sie aufgestanden, um sich hinüber in das Studierzimmer des Vaters zu begeben, als ein Laut aus der Dunkelheit draußen ihre Aufmerksamkeit gefangen nahm und ihren Fuß fesselte. Warum, wußte sie nicht, es war nur der Schrei eines Reihers unten am Seeufer. Sie wunderte sich, ob er sich wohl wiederholen würde. Er tat es, und mit seltsamer Neugierde, die ihr Herz pochen ließ, lauschte sie. Ein dritter Reiherruf erfolgte. Amanda erblasste, zitterte am ganzen Körper und sank auf den Stuhl nieder. Sie hörte nicht mehr den Ruf, Edmund, Edmund, der bald danach fast unmittelbar unter ihrem Fenster ertönte. Noch weniger vernahm sie, als die Türe des Studierzimmers sich nun öffnete und die Stimmen des Vaters und Kalaramas laut im Korridor erschollen. Der Minister verabschiedete sich und bat Professor Eichstätt, seine liebe Tochter recht herzlich zu grüßen. Da bemerkten sie, daß Garuda, der mit ihnen die Studierstube verlassen hatte, durch die nur angelehnte Türe zu Amandas Zimmer hineinschlüpfte und sofort ein gar jämmerliches Wimmern anstimmte. Sie traten ein und fanden das Mädchen besinnungslos am Fenster. Der Vater erschrak tödlich. »Mein Gott, Exzellenz! Wie Sie sagten, hat meine Tochter doch bis jetzt das Klima sehr gut vertragen, und nun finden wir sie ohnmächtig. Ist es möglich, daß das indische Klima dennoch...« Kalarama, der sofort den Wasserkrug ergriffen hatte und das Gesicht der Ohnmächtigen mit dessen allerdings etwas lauem Inhalt besprengte, tröstete den bestürzten Indologen, der schon die Wahrscheinlichkeit voraussah, seine Tochter nach Europa zurückschicken zu müssen. »Ich denke, verehrter Freund, daß dieser kleine Anfall nicht so sehr eine klimatische als vielmehr eine seelische Ursache haben dürfte, wie wir ja wohl jetzt gleich erfahren werden.« In der Tat schlug Amanda jetzt die Augen auf und sah sich verwundert um. Sie würde von der Ohnmacht nichts gewußt haben, wenn nicht die besorgten Fragen ihres Vaters gewesen wären. Wie sie sich jetzt fühle, wie das wohl gekommen sei, ob sie unmittelbar vorher etwas verspürt habe oder durch irgendetwas erschüttert worden sei. Diese Fragen, die durch ein paar ruhige Bemerkungen des Ministers unterstützt wurden, brachten ihr bald alle kleinen Vorgänge in vollständiger Deutlichkeit zurück. Oh, es war ein plötzlicher Schrecken, oder wie ich es nennen soll, ganz unbegründet, ja töricht, wenn man will. Ich vernahm drei kurz nacheinander folgende Reiherrufe. Bei dem zweiten wurde mir ganz sonderbar zumute. Und gar bei dem dritten, nun ja, ich habe ja, wie Sie sehen, das Bewusstsein verloren. Professor Eichstätt sah ratlos den Minister an. Dieser Vorgang schien nichts zu erklären. Es mußte wohl doch eine klimatisch bedingte Krankheit sein, die sich ankündigte. »Sonderbar genug«, sagte Kalarama. »Nur Reiherrufe vom Seeufer?« »Ja, ich denke vom Seeufer.« »Doch zugleich so fern, unendlich fern, als halten sie durch Zeiten und Ewigkeiten wieder.« »Nein, ich kann nicht sagen, wie mir ward.« Kalarama nickte nachdenklich. »Wahrlich, ich würde denken, daß Sie weiter in der Sage vom Schlangenstein gelesen hätten, wenn ich nicht gesehen hätte, daß Ihr Vater das Manuskript in den Schrein einschloss, der noch immer auf dem Tische steht.« »Wenn ich Sie recht verstehe, Exzellenz«, fragte der Professor, »so kommen in jener Sage solche Reiherrufe vor.« »Gewiß, und zwar unter so unheimlichen Umständen, daß, wenn Ihre Tochter diesen Teil der Sage gekannt hätte, eine solche Wirkung auf ein so zartes und sensitives Wesen wie Amanda Memsahib bei aller natürlichen Gesundheit der Seele und Kraft des Geistes offenbar ist, durchaus nicht unerklärlich sein würde.« »Sie machen mich recht begierig, Exzellenz, diese Stelle zu lesen,« sagte Amanda. »Also auch dort drei Reiherrufe?« »Ja, aber keine wirklichen, von keinen Vögeln her stammend, sondern ein verabredetes Zeichen.« »Vielleicht war es auch hier ein solches Zeichen.« »Es kommt mir fast vor, als ob es das sein müsste.« »Aber das wäre doch wohl zu sonderbar, wenn so ein ganz zufälliger Zug an demselben Ort nach Jahrtausenden sich wiederholen sollte,« sagte Amanda und starrte, das Kinn in die Hand gestützt, sinnend in die Dunkelheit hinaus. »Wir sind ja im alten Indien, wo alles wiederkehrt,« warf Professor Eichstätt fast scherzend hin, »denn es gefiel ihm nicht, wenn seine Tochter in ihrem jetzigen Zustand sich in Grübeln verlöre und dadurch vielleicht ihre Gereiztheit erhöhen könnte.« »Wir sind in der alten Welt, wo alles wiederkehrt,« sagte Kala Rama mit ruhiger Überzeugung. »Wir kehren wieder.« »Und die Welt mit uns.« Alle drei schwiegen eine kleine Weile. Amanda strich sich mit der Hand über die Stirn und zum Minister aufblickend fing sie an. »Ach, daß ich das Jahr nicht vergesse, ich habe zwei Botschaften für Eure Exzellenz.« Der europäische Titel kam ihr jetzt nach den letzten Worten des Inders und im Zusammenhang mit dem Gruß des Guru recht sonderbar und unangemessen vor, aber die Etikette mußte wohl gewahrt werden. Nun, Mem Sahib, da bin ich in der Tat begierig. Der erste Gruß ist von Sir Trevelyan. Er bat mich, ihnen zu sagen, daß er die Sache mit Afghanistan sich doch reiflich überlegen würde. »Es ist mir lieb, das von ihm zu hören, und besonders lieb ist es mir, daß er es mir durch sie sagen lässt. Dies ist mir eine Bürgschaft dafür, daß seine Überlegung zum Besten ausfallen wird.« Weder Vater noch Tochter begriffen, wie Kalarama dies meinte. Aber sie fühlten beide, daß er gar wohl den Sinn seiner Worte wußte. »Die andere Botschaft ist von einem Fremden, von einem Inder, der plötzlich vor meinem Fenster draußen stand. Er bat mich, ihnen zu sagen, der Guru grüßt seinen Chela. Vor dem dritten Schakalschrei erwartet der Guru den Chela an dem Ort, wo sie einst ihre bitterste Stunde erlebten.« Professor Eichstätt blickte bestürzt von seiner Tochter zum Minister. Daß ein Fremder diesen hochgestellten siebzigjährigen Greis seinen Jünger nannte und als Meister ihn zu sich rief, kam ihm bei aller indischen Sonderlichkeit doch etwas zu sonderbar vor. Er fürchtete also, daß Amanda auf einen schlechten Scherz hereingefallen sei, und er wäre in dieser Ansicht nicht wenig bestärkt worden, hätte er geahnt, daß dieser Fremde nach der Schätzung seiner Tochter ein etwa vierzigjähriger Mann war. So war er denn nicht wenig besorgt, ob nicht sein Gönner sich durch diese zweite Botschaft verletzt fühlen würde. Aber im Gegenteil. Kalarama, der mit großem Ernste diesen Worten gelauscht hatte, neigte, als Amanda schwieg, seinen Kopf wie in demütiger Annahme eines höheren Befehls, und sein schönstes, wärmstes Lächeln umspielte seine Augen und Lippen, als er sprach, »Sie sind in der Tat die Überbringerin einer guten Botschaft, Mem Sahib.« Und zu ihrer großen Verwunderung ergriff der Greis ihre Hand und drückte einen Kuss darauf. Dann blieb er am Fenster stehen und blickte lange schweigend in die Nacht hinaus. Ein perlmutterartiger Glanz breitete sich über den Raja-Palast, dessen Türme und Kuppeln in immer deutlicheren Schattenrissen hervortraten. Der Tag war heiß, die Nacht wird kühl und köstlich werden, brach Kalarama endlich das Schweigen und wandte sich an die beiden. Der Mond ist im Aufgehen begriffen, und es ist sogar, wie ich mich besinne, Vollmond. Wäre es nicht gut, diese Nacht zu einer Wasserfahrt zu benutzen? Vater und Tochter waren beide gleichfreudig überrascht durch diesen unerwarteten Vorschlag. Gewiß, könnte nichts einladender sein, sagte der Professor. Besonders, wenn Exzellenz, wie ich sie verstehe, auf dieser Fahrt uns begleiten oder wohl gar uns führen werden. Gerade das beabsichtige ich. Das heißt, wenn ihre Tochter sich hinlänglich erholt hat, um einen solchen Ausflug zu unternehmen. Oh, Amanda befand sich schon vollkommen wohl und schien bereit, bis an das Ende der Welt mit Kalarama zu gehen. Immer hatte sie sich ja gewünscht, eine indische Nacht draußen in der Natur so recht genießen zu können. Und ich vermute sogar, fügte sie hinzu, dass eure Exzellenz etwas ganz Bestimmtes haben, was sie uns zeigen wollen. Was sie doch für ein kluges Töchterlein haben, Professor Sahib, lächelte Kalarama. Ja, in der Tat habe ich so etwas vor. Drüben, hinter den Palastfelsen, geht eine Bucht ein, und wo in sie ein kleiner Fluss deltaartig ausmündet, stehen ein paar uralte Ruinen, die sie wahrscheinlich noch nicht besichtigt haben. Nein, wir waren nicht da, Exzellenz. Ich besinne mich jetzt freilich, von ihnen gehört zu haben. Aber es gab bis jetzt so viel anderes, was dringenderes Interesse für mich hatte. Ganz recht. Ich glaube aber, dass diese Ruinen jetzt für ihre Tochter und für sie selbst ein nicht nur landschaftliches Interesse haben werden. Nun wohl, unten wartet meine Gondel, denn ich habe sie herbestellt, weil ich die Absicht hatte, in der Abendkühle auf dem Wasserwege zurückzukehren. Diese Botschaft aber, die ich jetzt empfing, ruft mich anderswohin, und zwar gerade nach jener Ruinenstätte. Bis zur letzten Nachtstunde ist noch weithin, und wir werden Zeit haben, alles in Ruhe zu besehen. Dann können sie mit der Gondel zurückkehren, denn ich werde sie nicht mehr gebrauchen. Der Professor bezeugte eine passende, wenn auch unnötige Besorgnis, dass seine Exzellenz sich ihretwegen irgendwelche Unbequemlichkeit auferlege, eine Besorgnis, die er sich bereitwillig genug ausreden ließ, während Amanda, ganz von dem bevorstehenden Ausflug erfüllt, sich schon über die Kommodenschublade beugte, um einen Schal hervorzusuchen, und auch ein seidenes Tuch für den Kopf, falls es später in der Nacht etwas kühl werden sollte. So führt das eine Gute das andere mit sich, sagte Kalarama. Und dieser mir so willkommene Gruß bringt auch Ihnen etwas Schönes. Ja, Sie könnten in der Tat diesen Tag, an dem ich Sie schon etwas in meine Familienchronik eingeweiht habe, nicht würdiger beschließen, als gerade durch einen Besuch dieser Ruinen. Denn die eine ist der Überrest des Palastes, den der Prinz Ajatasattu gerade an der Stelle errichten ließ, wo er zum ersten Mal Mahamaya begegnete. Die Bauwerke rühren von Baku her und wurden als seine hervorragendsten Schöpfungen geschätzt. Das ist ja aber ungeheuer interessant, rief Professor Eichstätt. Hörst du, Amanda, zwei Meisterwerke von jenem Baku, mit dem die Feder unseres hochverehrten Freundes uns schon vertraut gemacht hat. Denke dir nur, Amanda. Amanda dachte in der Tat. An jenem Ort, so dachte sie, haben unser Kalarama und jener ehrwürdige Fremde ihre bitterste Stunde erlebt. Wann war sie aber? Gehörte sie diesem ihrem Erdenleben an? Oder einem früheren? Haben sie diese Bitterkeit gekostet zwischen den Ruinen längst vergangener Herrlichkeiten? Oder damals, als jene Bauten so standen, wie Bakus Meisterhand sie vollendet hatte? Werde ich das je erfahren? Werden mir vielleicht schon heute Nacht diese Steine reden? Ende von Abschnitt 21 Abschnitt 22 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox-Aufnahme gibt es bei LibriVox.org. Die Weltwanderer von Karl Kjellerup. Zweites Buch, Kapitel 5. Mutter Kalis Haus und das Haus Kala Ramas. Als Professor Eichstätt und Amanda mit Kala Rama in den Garten hinaustraten, empfing sie der unbeschreifte, der unbeschreifte, der unbeschreiblich wonnige Gruß einer indischen Nacht. Jeder Luftzug, der mit den hundertfachen Düften der Blumen und Sträucher balsamisch beladen, ihnen entgegenfächelte, strich wie eine sammetweiche Liebkosung über Stirn und Wange. Und wenn noch etwas Mattigkeit von dem Ohnmachtsanfall bei dem jungen Mädchen zurückgeblieben war, so musste diese vollständig schwinden, als nun auch die vor ihnen sich ausbreitende große Seefläche ihre labende Kühle ihnen entgegenhauchte. In demselben kleinen Hafen, von dem aus Amanda ein paar Stunden vorher zum Palast hinaufgefahren war, lag die Gondel des Ministers, am Fuße eines kleinen schroffen Felshügels, der, in den See hinaustretend, diesen geschützten Landungsplatz gebildet hatte. Die Anhöhe war mit einer Gruppe von schönen, pappelähnlichen Piepalbäumen bestanden, deren Schattenschleier einen Kiosk umhüllte, der mit seiner von geschnitzten Holzpfeilern getragenen niedrigen Kuppel sich zierlich auf dem hellen Nachthimmel zeichnete, gleich einem jener kleinen Hindu-Tempel, die an so vielen Stellen in Rajputana sich vorfinden, offenbar von dem glücklichen Instinkt beseelt, sich gerade auf dem malerischsten Punkt der Landschaft aufzustellen. Dieser beherrschte zur einen Seite die große Fläche des Sees nach dem Gebirge zu, zur anderen die enge Bucht, an deren Ende die Hindu-Bucht amphitheatralisch gelagert war, während der schroffe, palastgekrönte Burgfelsen gegenüber diese Seitenbucht begrenzte und scharf wie ein Schiffsteven sich in den See hinausschob. Der Kiosk war denn auch Amandas Lieblingsplatz. Besonders verträumte sie gerne die Nachmittagsstunden dort, ein Buch in der Hand, aber den Blick öfters auf die Stadt gerichtet, die zur Hälfte vom violetten Schatten des Burgberges bedeckt war, während die andere Hälfte sich in abenteuerlichem Glanz breitete, übertünchter Lehm und schlechter Mörtel größtenteils in der Nähe gesehen, aus denen aber die magischen Goldstäbe der indischen Nachmittagssonne Haufen von Rosen und Perlen hervorzauberten. So lag sie drohend und verlockend da, diese seltsame Hindu-Stadt, wimmelnd voll von dem fremdartigen Leben, in das ein Europäer nie hineindringt, ja, das er kaum ahnend streift. Zu dieser Tageszeit, der bewegtesten in einer indischen Stadt, drang die Stimme jenes bewegten Lebens bis zum Gartenkiosk des Bungalow, ein tausendfach zusammengesetztes Geräusch, woraus sich einzelne Laute hervorhoben, der lang gedehnte Ruf des Wasserträgers, der raue Kehlenschrei des Kameltreibers, gelle Gongschläge oder dumpfe Glockentöne aus einem Tempel, lauter exotische Klänge, die, auch wenn sie las, sie fortwährend daran gemahnten, unter welchem fremden Himmel sie weilte, und immer wieder ihren Blick von den Blättern weg nach jenem Stadtbild hinzogen. Die Häuser drängten sich bis an den See heran, warteten sogar auf starken Pfeilern hinaus, tauchten sich in das kühle Nass und brüteten darüber mit purpurdunklen Torbogen, lugten mit viellöchrigen, taubenschlagartigen Erkern über das Wasser hinaus, guckten mit Terrassen, Kiosken, Türmchen und kleinen Maulwurfshaufen ähnlichen Kuppelchen einander über die Schultern, als ob ihre sonnenversenkten Höhen doch wenigstens das Wasser glitzernd sehen möchten. Hier und dort wurden ihre Mengen von den Gards auseinandergeschoben, breitspurig stiegen ihre Freitreppen herunter, farbig belebt wie durch das Gewimmel wandelnder Krokusse, deren blaue, rote und gelbe Flämmchen auch unten am Wasser leuchteten, wo die Mäntel der Badenden ihre lebendigen Farben mit den wiedergespiegelten mischten. Links, wo die Leichenverbrennungsstätte war, glühten ein paar Scheiterhaufen unter dem Schatten und schickten ihre Rauchsäulen in das Sonnenlicht hinauf, wo sich ihre Blässe in rosige Wölkchen verwandelte, ganz so, wie sie es an jenem Abend in Benares gesehen hatte und so, wie die Scheiterhaufen in diesem uralten Lande schon jahrtausendelang Tag für Tag geraucht hatten, ein ewiges Opfer von der Erde an den Himmel, von dem Diesseits an das Jenseits gesandt. Aber auch andere Opfer wurden dem undurchdringlichen Jenseits gebracht. Auch Lebendiges opferte diese indische Erde und nicht nur dem Himmel. Rechts am südlichen Gart, auf einer in den See hervortretenden Bastei stehend, erhob ein kleiner, reich verzierter Tempel seine Dachgruppe von zusammengewachsenen, hochgestreckten Kuppeln, die blutrot gefärbt und von goldigen Sternen übersät waren. So hoch und spitz war dies Kuppeldach, so gering der Umfang des vieleckigen Gebäudes, dass das ganze Bauwerk wie eine prächtige Riesenlaterne aussah. Dies Heiligtum war der furchtbaren Göttin Kali geweiht. Oben in der Luft und unten im Wasser, mit dem im Sonnengold gebadeten, glitzernden Steinschmuck seiner reich gegliederten Architektur und mit seiner hochragenden roten Tiara, leuchtend und glühend, beherrschte dieser Tempel das ganze Stadtbild, ein nicht zu umgehendes Symbol des Allerfremdartigsten, des dämonisch Furchtbarsten in diesem geheimnisvollen Indien, das sie so seltsam lockte und sie so seltsam abstieß. Amanda wußte gar wohl, was für Scheußlichkeiten dies eigenartige Bauwerk drüben unter seinem pittoresken, ja fast eleganten Äußeren verbarg, hatte sie doch von der Vorhalle aus in die Zelle hineingeschaut, wo das Abscheu und Grauen erregende Bronzebild der Göttin aus der Dunkelheit unheimlich hervorschimmerte. Das Schädelhalsband baumelte ihr auf den blanken Bauch hinab. Sie hatte den von Hauben blähenden Kobras gekrönten Kopf nach der Seite gedreht und blickte den Besucher mit einem seitwärts schießenden Blick aus dem gelben Steinauge an, während ein unsagbar grausames Lächeln ihre vollen, mit Blut frisch bestrichenen Lippen umspielte. Ein paar hässliche Priester erzählten ihr und ihrem Vater, die Göttin habe ursprünglich gerade ausgeblickt. Das war in den alten, frommen Zeiten gewesen, als täglich zu ihren Füßen einem Menschen der Kopf abgeschlagen wurde. Seitdem aber der Mensch durch ein elendes Zicklein ersetzt worden war, habe sie verächtlich den Kopf zur Seite gedreht, und obwohl ihr manchmal an ihrem Festtage hunderte von schwarzen Ziegen und viele Stiere geopfert worden seien, habe sie sich nicht mehr ganz versöhnen lassen. Erst wenn das alte, rechtliche Menschenopfer wieder eingeführt werden würde, dürfte man hoffen, dass Kali wieder den Kopf drehen und ihre Anbeter mit einem geraden, gnädigen Blick ansehen würde. Erst dann würde sich auch wieder Glück und Segen über das Land ergießen. Und Amanda hatte sich beeilt, aus dem unheiligen Schatten der Tempelsäulen wieder hinaus unter den offenen Himmel zu kommen. So magnetisch lebendig schien ihr plötzlich das Wesen dieses von Tausenden inbrünstig angebeteten, tagtäglich mit Blut gespeisten Fantasiegebildes drinnen in seinem eigenen Bezirk zu walten. Nie konnte sie aber mehr aus der Ferne jene blutrote spitze Kuppelgruppe sehen, ohne an die Zicklein zu denken, die jeden Tag drinnen geopfert werden, vor jenem unglaublich lebendigen Götzenbild, das sie kaum eines Blickes würdigte, weil es von Alters her an kostbareres Blut für seine bronze Lippen gewöhnt war. Selber hatte sie einer solchen Opferung nicht beigewohnt, aber Arthur hatte ihr davon erzählt. Wie hässliche, schwarz gekleidete Priester ein schwarzes, niedliches Zicklein vor das Bild hinziehen, wo es von einem Priester festgehalten wird, während ein anderer eine Schnur an seinen Hörnern befestigt. Wie neben das Tierchen ein plumpes, krummes Messer, alt und schartig von härteren Halswirbeln als den seinigen hingelegt wird und wie die Klinge und der Kopf des Zickleins mit Reißkörnern bestreut und mit Gangeswasser besprengt werden. Wie dabei das Zicklein ein ängstliches Meckern hören lässt, das in diesem gewölbten, von Säulen Korridors umgebenen, resonanzreichen Raum noch zehnfach erbärmlicher klingt, und überall noch spukhaft nachzittert, wenn ein Priester schon ein Schwert hoch erhebt, die krumme Klinge durch die Luft saust und das losgetrennte Köpfchen des Tieres, ohne den Boden berühren zu dürfen, an der Schnur hängend in ein Becken hineingeschwenkt wird. Wie der Opferpriester seinen plumpen Fuß auf die heftig zuckenden Glieder setzt und wie das hervorquellende Blut in das Becken sprudelt und gurgelt und gluckst, wie das aufgeregte Ohr es überall gurgeln und glucksen hört, als ob der ganze Bau in allen Ecken und Winkeln das Blut dränke und wie die noch aufgeregtere Fantasie beschwören möchte, dass die teuflische Bronze-Göttin ein boshaftes, rauhes Lachen, ein Lachen, wie es der alten, schwarzen Götterbronze wohl in der Kehle stecken mochte, verächtlich unterdrückt, als das blutgefüllte Becken mit dem Ziegenkopf zu ihr hingetragen und ein rotes Tuch vorgezogen wird, um die hochheilige, sakramentale Handlung, das Beschmieren ihrer Lippen mit dem warmen Blut, dem profanen Blick zu entziehen, wie man dann hinausstürzt und wie einem den ganzen Tag übel ist, ja, wie einen noch lange ein abergläubischer Schrecken verfolgt, als ob man durch seine Anwesenheit beim Opferdienst sich der scheußlichen Dämonien verschrieben habe, die einem drinnen wirklicher denn die Wirklichkeit vorkam. Alles dies sah, hörte und fühlte Amanda, wenn sie das spitze rote Kuppeldach erblickte. Und man konnte die Hindustadt nicht mit dem Auge, ja kaum mit der Erinnerung streifen, ohne dies hervortretende Wahrzeichen, dieses berete Symbol der Übermacht des schwarzen Blutes vor sich zu sehen. Umso lieber blickte sie hinüber nach dem Bau, der zur anderen Seite das Stadtbild beherrschte, die Stammburg Kala Ramas. Es war ein gewaltiges Bauwerk, von monumentaler, einfachster Größe, ein einziger geschlossener Steinblock, höher als er breit war, nach unten ausgetreten, um stämmiger zu erscheinen, an den Vierecken sich mit viereckigen, turmartigen Vorsprüngen verstärkend, von denen der Westliche seinen durchsichtig-violetten Schlagschatten auf die orange leuchtende Frontmauer warf. Diese Ecktürme überragten nicht die Mauerlinie, nur ein paar nestartig oben angeklebte Erker erhoben ihre Kuppelköpfchen darüber. In der ganzen Fläche nur ein paar unregelmäßig sitzende Fensterschlitze, aber unten war die ganze Front zwischen den Ecktürmen eine offene Arkadenhalle, von welcher nur die Bogen und der obere Teil der Pfeiler die Mauern der Terrasse überragten, die dies trutziger Haus wie eine mächtige, durch einen runden Vorsprung wiederum verstärkte Bastei bis zum Abhang vorschob, dessen Seiten das Mauerwerk größtenteils glatt verkleidete, sodass der ganze Bau sich wie in zwei ungeheuren Stockwerken vom Talgrund erhob. Die Anhöhe, worauf die Burg stand, schien ebenso wohl dem Raja-Berg wie dem Stadtgebiet zu gehören, und in der Tat vereinigte sich die alte Stadtmauer am Rande der Schlucht mit der Terrasse, während die Befestigungsmauer, die an dieser Seite von den Zinnen gekrönten Höhen des Berges in Zickzacklinien die schroffen Leiten herunterstiegen, erst an der Rückseite der Burg aufhörten. Trutzig und wehrhaft, vom Mauerkranz bis zum Sockel, in jedem Stein das Heim eines Kriegergeschlechts, so stand die Stammburg des mächtigen Ministers mitten zwischen Palast und Stadt da. In seiner majestätischen Einsamkeit, mit der vornehmen Ruhe seiner geraden Linien, hatte das Gebäude ihr bis jetzt immer von seinem Besitzer, dem edlen Kala Rama, dem Gönner ihres Vaters, gesprochen. Von heute ab würde aber der heroische Name des großen Feldherrn Mahim Sasa wie mit Trometenklang von allen Vierecktürmen zu ihr hinüberklingen, wenn sie nachmittags träumend dort oben im Gartenkiosk saß. Sie würde das liebliche Kind Amara dort wohnen lassen. In jener mächtigen Arkade hatte ihre vogelartige kleine Stimme den Widerhall geweckt und das Herz des großen Helden erheitert. Aus jenem hochschwebenden Schwalben-Nesterker hatte sie weit übers Land hinaus gespäht, ob nicht in der tiefen Einsattlung der ockerfarbigen Hügelkette das Banner ihres Ohm wehen und die Lanzenspitzen seiner Begleiter aufblitzen würden, bis sie es eines Tages wirklich taten und sie hinunter eilte, um Blumen zu pflücken und zusammenzubinden zu einem Kranz für sein geliebtes Haupt. »Das fantasierst du dir alles recht hübsch aus, mein Kind«, sagte Professor Eichstätt, »aber eine solche Lokalisierung dürfte doch aus dem Grund nicht erlaubt sein, weil dieser Bau unmöglich ein so hohes Alter haben kann. Und warum denn nicht? Er ist doch so fest gebaut, dass er wohl tausende von Jahren stehen kann.« Sie blickte den Minister an, in der Hoffnung, Unterstützung bei ihm zu finden. Kala Rama aber schüttelte lächelnd den Kopf. »Sie mögen darin Recht haben,« »Mem Amanda Sahib, das Gefüge scheint der Zeit trotzen zu können, wie das der Pyramiden. Tatsächlich hat aber ihr Vater Recht, und ich kann ihm mein Zeugnis nicht versagen, dass dieses Haus aus der Mitte des 17. Jahrhunderts stammt. Es wurde von demselben Ahnherrn gebaut, der durch den Verrat des Großmoguls ums Leben kam und zu dessen Andenken unsere Familie seitdem mit der linken Hand grüßt.« Amanda musste sich dieser Autorität beugen, aber sie meinte, »Jener Vorfahrkala Ramas habe gewiss sein Haus an derselben Stelle errichtet, wo die Familie von jeher ansässig gewesen war, denn es stünde gerade am rechten Ort, zwischen Raja-Palast und Stadt, wie der Minister zwischen Fürst und Volk. Dort habe gewiss auch schon Mahim-Sasas Haus gestanden, und könnte es nicht ebenso ausgesehen haben und durch Tradition nachgeahmt worden sein. Arkadenhallen und Erker habe man in Indien seit unvordenklichen Zeiten gehabt, und so müsste es ihr denn auch erlaubt sein, es sich so vorzustellen und in dieser neuen Burg nur eine Wiedergeburt der Ursprünglichen zu sehen.« »Dagegen wird gewiss niemand etwas einwenden können,« sagte Kala Rama, »und mich dünkt, Mahim-Sahib, sie haben dort einen sehr glücklichen Ausdruck gewählt, um ihre Befugnis zu erhärten, die Dinge der Vorzeit im richtigen Licht zu erträumen. Jetzt freilich haust oben in jenem Erker kein lieblicheres Wesen als Mahim-Sahibs aller untertänigster Diener, denn abends ist er mein liebster Aufenthalt. Ich kann da, wenn ich mich von meinen Büchern abwende, weit über die dunkle Welt hinaus blicken und zur anderen Seite direkt auf das flache Dach meines Hauses hinaustreten, wo diese Erdenwelt nicht zu existieren scheint und nichts als der sternenfunkelnde Himmelsraum um mich ist. Oh, wie beneidenswert! »Ein erhabener Aufenthalt«, murmelte der Professor. »Dann ist es Ihre Lampe, Exzellenz, die mir von drüben so oft wie ein Stern zugewinkt hat? Von jetzt ab wird das Licht mir noch traulicher leuchten.« »Wie, Mahim-Sahib, auch nachts suchen Sie diesen entfernten Punkt auf, aber doch nicht allein.« »Nicht allein, Exzellenz, mit meinem Garuda, denn bevor mir Herr Steele den guten Mungo schenkte, hätte ich für mein Leben mich nicht im Dunkel so weit gewagt, dazu hatte ich gar zu große Angst vor Kobras.« Und sie erging sich im Lob des treuen und tapferen Tierchens, das auch jetzt von der einen Seite des Weges zur anderen und manchmal ein Stückchen ins Gras hinein vor ihnen hin und her schnuberte, in unermüdlichem Nachkommen seiner polizeilichen Pflicht. Amanda versäumte nicht, seine heutige Heldentat zu rühmen und erzählte auch von dem kleinen Schlangenstein, dieser unansehnlichen Alltagsausgabe des berühmten Edelsteins Kalaramas, den der Sieger aus der toten Kobra herausgeschüttelt hatte, wobei sie denn auch das nächtliche Abenteuer Arthurs nicht unerwähnt ließ. Kalarama nickte mit freundlichem Lächeln. »Ja, Mem, Amanda, Sahib, auch ich habe ein paar Mal das beobachtet. Es sieht wirklich aus, als betet die Kobra den Stein an. Und doch sucht das Vieh dabei nur sein Futter. Das Steinchen, es ist eine besondere Art Kiesel, phosphorisiert und verbreitet einen schwachen Schein, wie das weibliche Glühwürmchen. Die Käfer werden dadurch angezogen, und die Kobra schnappt zu. »Dachte ich's mir doch«, rief der Professor vergnügt, »dass eine befriedigende Erklärung dieses sonderbaren Phänomens schon bekannt sein müsse.« »So? Mich befriedigt sie gar nicht«, schmolte Amanda. Es war so hübsch, sich zu denken, dass einige besonders hochentwickelte Kobras einen kleinen Fetisch mit sich herumführten und nachts ihre Andacht davor hielten, meine übertriebene Angst vor diesen Tieren kommt mir etwas weniger ungereimt vor, wenn ich mir einreden darf, diese meine Erbfeinde seien geistig so hochentwickelt, dass sie eine Art Religion haben. Betet so eine weise, böse Kobra die Mutter Kali an, auf das ihre Haube sich recht giftgeschwollen aufblähen möge, dann darf es mir schon eher erlaubt sein, mich ein wenig unsinnig zu fürchten. »Nun, ich denke, es müsste dich schon getröstet haben zu hören, dass der vagehalsige Sir Trevelyan an derselben Angst leidet.« »Sir Trevelyan?«, fragte Carla Rama und blieb vor Überraschung stehen, seine beiden Begleiter mit großen Augen anblickend. »Ja, denken Sie sich, Exzellenz«, antwortete Amanda, »Mr. Steele erzählte uns heute, sein Vetter könne sich nicht dazu überwinden, die Künste eines Schlangenzähmers zu sehen. Trotz aller Aufbietung seiner Willenskraft musste er es aufgeben. Das ist stärker als ich«, sagte er. »Seltsam. Höchst seltsam«, murmelte Carla Rama. Nur zu gerne hätte Amanda gefragt, welche Gedanken sich der Greise Inder wohl über das scheinbar zufällige Zusammentreffen mache, das auch ihr Gemüt als ein bedeutungsvolles Rätsel tiefsinnigen Zusammenhanges beunruhigte. Aber sie wagte es nicht, das Schweigen zu stören, das Carla Rama im Weiterschreiten beobachtete. Sie wagte es nicht, obwohl gerade dies Schweigen sie in ihren Ahnungen bestärkte, dass an diesem unscheinbaren Punkt sich etwas für sie sehr Wichtiges verberge. Wenige Schritte brachten sie nun zum Ziel, dem Gartenhafen am Fuße des kleinen, kiosktragenden Vorgebirges. Carla Rama blieb stehen, bevor sie noch die Landungsstufen erreicht hatten, und das vorherige freundliche Lächeln belebte wieder Augen und Lippen. »Es tut mir sehr leid, meine liebe Mem Saib, Ihnen mit meiner nüchternen Erklärung eine Enttäuschung bereitet zu haben, aber wenn wir etwas tiefer blicken, wird der Unterschied vielleicht nicht so groß, wie es zuerst den Anschein haben mag. Denn was, meinen Sie, sucht der Mensch am meisten bei seinem Fetisch, seinem Götzen, seinem heiligen Bild, ja selbst bei seinem Herrgott im täglichen Gebet? Glauben Sie mir, weitaus die meisten suchen hauptsächlich, was die Kobras bei ihrem Stein suchen und finden, ihr Futter? »Nur zu wahr, Exzellenz«, rief der Professor, »mit wie viel ängstlicherer Innigkeit wird von den meisten das Gebet, unser tägliches Brot gib uns heute, gebetet, denn das Erhabenere, so recht religiöse, geheiligt sei dein Name.« »Und fügen wir noch hinzu, hochverehrter Professor Sahib, das kann in diesem Leben, in dieser Welt auch nicht anders sein. So wollen wir denn auch nicht zu viel von den armen Menschen verlangen, und von den armen Kobras auch nicht, Mim Sahib, zumal wir schließlich doch nicht wissen, ob sich bei ihnen, angesichts des helfenden Lichtsteines, nicht dunkle Gefühle rühren, die für sie ebenso viel bedeuten mögen, wie die Regung des Gemüts eines Wilden, der seinen Fetisch um Jagdglück bittet, und er trat an die Stufen hin und mit tiefer orientalischer Verbeugung auf die Anlegen der Barke zeigen, sprach er, »Darf ich nun meine liebenswerten Gäste, die mir wie mein Vater und meine Mutter sind, ersuchen ihre unschätzbaren Persönlichkeiten, die Fackel der Wissenschaft und die Zierde des weiblichen Geschlechtes, diesem geringen erbärmlichen Fahrzeug ihres diensteifrigen Sklaven anvertrauen zu wollen?« Der Humor Kala Ramas, wenn er auf diese Weise seinen europäischen Freunden gegenüber den üblichen orientalischen Schwulz leise travestierte, hatte einen eigentümlichen, herzlichen Charakter. Er wusste es, sie durch Blicke und Stimmklang verstehen zu lassen, dass er sich gerne seines Vorrechtes als Orientale bediene, um in scheinbar übertriebenen Formen gerade das Richtige zu sagen, hielt er doch in vollem Ernst das liebliche Mädchen für die Zierde ihres Geschlechtes und nicht weniger den Vater für eine Fackel der Wissenschaft und war er doch bereit, ihnen mit allen seinen Kräften, die nicht gering waren, zu dienen. Die Barke des Ministers konnte allerdings nur vom Standpunkt morgenländischer, zeremonieller Selbsterniedrigung als ein erbärmliches Fahrzeug betrachtet werden. Eher nahm sie sich in europäischen Augen etwas schwerfällig aus und erinnerte Vater und Tochter an ihre Budgera auf dem Ganges. Sie streckte einen langen, spitz zulaufenden Vordersteven gleich dem Schnabel eines ungeheuren Wasservogels über die Wasserfläche hin, während der Achtersteven sich breit und kräftig in die Höhe erhob. Hier stand, regungslos wie eine Statue, die Stange des großen Steuerruders in den Händen, ein mittelgroßer, schön gebauter Inder, dessen nackte Glieder wie Bronze in den Mondstrahlen glänzten. Ein großer weißer Turban und ein gleichfarbiges Lendentuch bildeten auch für die sechs Ruderer die ebenso gleitsame wie praktische Livree, denn den bloßen Kopf dem Mondlicht auszusetzen, hielten sie für den unfehlbaren Weg zur Geisteskrankheit. Sie standen paarweise am vorderen Teil der Barke, jeder ein kurzes und breites, schaufelförmiges Ruder in beiden Händen haltend, zur Abfahrt bereit. Der mit gestickten Kissen und persischen Teppichen üppig ausgestattete Sitzplatz befand sich in der Mitte des Fahrzeuges, doch etwas zurück, ziemlich wie in einer venezianischen Gondel. Kala Rama nötigte seine beiden Gäste, sich auf den Ehrenplatz zu setzen, einen sofaartigen Sitz, der die Breite der Barke einnahm und den Rücken an den Hintersteven lehnte und von dem man aus des angenehmsten und freiesten Blickes während der Fahrt genoss. Selbst aber nahm er einen niederen Stuhl und setzte sich seitwärts nieder, wie Professor Eichstätt sich mit einer häufigen Wende der buddhistischen Sutras sagte, denn er war nicht unempfänglich dafür, von einem indischen Magnaten als ein Erhabener behandelt zu werden. Nicht ganz so leicht wie das Unterbringen der Passagiere war das der Plates und Decken, die das fürsorgliche Dienstmädchen hinuntergetragen hatte, mit vollstem Beifall Kala Ramas, da man nie wisse, wie lange man wegbleiben würde, und gegen Morgen sehr wohl eine ziemliche Kühle auf dem Wasser eintreten könne. Sie hatte die Arme voll, denn tapfer hatte Bärbele sich gegen jeden Beistand der von ihr verachteten, wimmelnden indischen Dienerschaft gewährt. Sie war auch jetzt nicht gesonnen, die kostbaren, von ihr selbst eingekauften und aus Heidelberg bis hierher mitgebrachten Sachen der Behandlung brauner, eingeborener Hände zu überlassen. Vergebens streckten sich diese ihr entgegen, vergebens ertönte ein sechsstimmiger Chorus »Gib her, Aja, gib her, Aja!« Nur um so fester schlossen sich die starken Arme der derben Schwäbin um die teure Last. Nur um so energischer schüttelte sich ihr runder Kopf mit den harten, blanken Apfelwangen. »Ja, Aja hat mich so viel ihr wollt, ihr nackten Heiden, euch die schönen Decken geben, damit ihr sie recht vollspritzt, was? Ihr braunen Affen! Plätschern sie mit ihren Schaufeln im Wasser herum, schönes Rudern, das!« Bärbele war freilich eine waschechte Binnenländerin, aber sie hatte unterwegs sowohl Bremer Seeleute wie englische Orloks-Matrosen Rudern sehen und bildete sich was darauf ein, dass man ihr in diesem Kapitel kein X für ein U machte. Schönes Rudern, wie die Jungen in einer Kufe auf dem Dorfteich herumschaukeln. Und die ehrliche, aber dicke Haut gab sich nicht zufrieden, bevor sie nicht eigenhändig die Sachen in den Hintersteven außerhalb des Bereiches eines Wassertropfens weggestaut hatte, zum großen Ärger des Professors, der zu diesem Zweck aufstehen musste, wodurch der feierliche Moment seines erhabenen Thronens mit dem seitwärts sitzenden Minister zu seinen Füßen erheblichen Abbruch erlitt. Als nun das Fahrzeug von Dannen glitt, hätte freilich Bärbele gerechterweise zugeben müssen, dass diese sechs nackten Heiden mit ihren Schaufeln die Barke recht wacker vorwärts zu bringen wussten, aber die getreue Magd hatte anderes und Wichtigeres im Kopf. Die Arme über den Busen gekreuzt, schaute sie missbilligend und besorgt ihrer abfahrenden Herrschaft nach. Dass ein junges unwissendes Blut wie Amanda, die von den garstigen Kobras abgesehen keine Furcht zu kennen schien, sich der Obhut lauter brauner Hindus anvertraute, war nicht zum Verwundern, aber so ein graues Haupt wie das des Herrn Professors hätte auch klüger sein können und wäre es auch gewesen, wenn es nicht ewig und immer über die alten Bücher gebückt wäre, sondern sich umsehe, was rings in der Welt vorginge. Dass der alte, anständig gekleidete indische Herr, den sie Minister nannten, so ziemlich wie ein Christenmensch aussehe, war nicht zu leugnen, aber Moor bleibt halt Moor und Indianer Indianer. Denn so bezeichnete die Schwäbin ebenso hartnäckig wie sprachlich korrekt die eingeborenen Indiens, wiewohl es sie anfangs etwas irre gemacht hatte, dass die Indianer nach allem, was sie gehört und gelegentlich sogar gelesen hatte, rot heute waren, während diese Menschen zweifelsohne braun, ja oft fast schwarz waren. Sie zog aber aus diesem Konflikt zwischen Erlerntem und Geschautem lediglich den Schluss, dass man sich auf Historienbücher nicht verlassen könne und das halt probieren über Studieren gehe. Als ob es Amanda ahnte, dass ihre gute Magd einer Aufmunterung sehr bedürftig war, winkte sie in diesem Augenblick mit ihrem Taschentuch. Bärbele war nicht saumselig, den Gruß zu erwidern, aber aufgemuntert sah sie dabei nicht aus. Vielmehr rannen dicke Tränen ihr die Wangen hinunter. Wer verbürgte ihr denn, dass sie ihr geliebtes Fräulein und ihren guten Herrn auf dieser Erde wiedersehen würde? Bärbele konnte keine englischen Zeitungen lesen, und sie dankte ihrem Gott, ihrem Heiland und allen Heiligen, dass sie diese fremdländische Sprache nicht kenne. Aber die Luft selbst war in diesen Tagen in ganz Indien schwirrend voll von den furchtbaren Namen der Taks. Überall in Britisch Indien wurden die Leichen ihrer Opfer hekatombenweise aufgehängt. So war denn auch Hinlängliches in diesen schwäbischen Kopf eingedrungen, um seiner Besitzerin eine nicht ganz grundlose Wasser in der Gesellschaft dieser Indianer einzugeben. Wie wäre ihr aber erst zumute gewesen, wenn sie geahnt hätte, dass ein echter Tag ihr selber, Barbara Schwitzgäbeler aus echter Dingen, noch gestern im Bazar die Musseline ausgemessen hatte, und dass ihr geliebtes Fräulein Amanda, noch bevor die Barke ihr aus dem Auge entschwand, mit dem selben mörderischen Diener Kalis in Berührung kommen sollte. Ende von Abschnitt 22 Gelesen von Hokus Pokus Abschnitt 23 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Weltwanderer von Karl Kjellerup Zweites Buch, Kapitel 6 Der Diener Kalis Wie eine Kulisse schob sich der Kioskkügel zur Seite, als die Barke vorwärts glitt. Im Hintergrund erglänzte die Stadt mit ihren zahllosen kleinen Lichtern und warf eine goldige Fransenreihe über den Atlasblanken See. Alle charakteristischen Laute des nächtlichen Lebens der Hindustadt wimmelten ihnen entgegen. Leichtsinniges Geklimper der Banjo-Seiten, schwermütige und sehnlich hingehauchte Seufzer der Rohrflöten, das trockene, aufdringliche Dröhnen der Tomtoms und das rastlose Pochen der kleinen, stundenglasförmigen Handtrommeln, das wie die hörbaren Herzschläge fieberhaft pulsierenden Lebens ist. Momentweise wurde dies von dem heiseren Heulen und Bällen der Pariahunde übertäubt, die sich auf der offenen Strecke zwischen Stadt und Bungalow balgten. Ab und zu aber drang durch all dies ein voller, etwas gedämpfter Glockenton, gleich einem großen, immer aufs Neue sich bildenden und herabfallenden Lauttropfen, der die blanke Wasserbahn herab direkt zum Boot hinüberzugleiten schien. Amanda wusste sehr wohl, aus welchem heiligen Gefäß der Tropfen fiel. Jedes Mal sah sie vor sich die alte schwarze Bronzeglocke, die in schweren Ketten von der niedrigen Kuppel herunterhing, gerade über der steinernen Statue Nandis, des heiligen Stiers Shiva's. Sah auch, wie der alte, grimme Priester den Klöppel gegen die Glockenwand schlug, wenn ein Besucher eine Opfergabe niederlegte und sich nach dem Allerheiligsten verneigte. Wo Shiva's Gemahlin, Kali selbst, in finsterer Majestät thronte und aussah, als ob sie nicht übel Lust habe, ihren alten Sport zu erneuern, feindliche Dämonen zu verschlingen und ihre Kriegswagen mit den Zähnen zu zerkauen. Aber das war lange her, tausendmal tausende von Jahren, einen ganzen Kalper her. Längst, längst hatte sie statt der Dämonen und ihrer Kriegswagen mit Menschen vorlieb nehmen müssen. Unlängst war es nun gar ein Zicklein geworden, und wer wußte, ob ihr nicht auch dieses entzogen werden würde, in einer Zeit, wo man es wagte, ihre getreuesten Diener scharenweise aufzuhängen. Aber noch waren inbrünstige Anbeter die Menge da, noch klang die Opfergebetglocke, Schlag auf Schlag, Schlag auf Schlag in die Nacht hinaus, über den See hinüber, zu ihren Feinden und Verächtern hinüber. Um diese Stunde hatte sich sonst der Tempel in das nächtliche Dunkel zurückgezogen, das seiner finsteren Herrin so wohl eignete. Heute Abend aber waren all die gedehnten Kurvenlinien seines Kuppeldachs durch Lichtpünktchen abgezeichnet. Auch war dieser Schmuck nicht das einzige Lichtzeichen eines ungewöhnlichen Lebens des Kalihauses. Unten war eine lange Reihe ähnlicher Flämmchen in langsam gleitender Bewegung den Kai entlang, nach dem dunklen Raume unter den Lichtkuppeln zu und von denselben fort. Offenbar eine Prozession von Lampenträgern. Von ihr schien auch der hundertstimmige Ruf auszugehen, der jetzt anhob und sich mit tödlicher Monotonie wiederholte. Eine wilde Kadenz von drei, vier Tönen und von drei Worten, von denen Amanda das Mittlere als Kali auffasste. »Was singen Sie nur immer?« »Sie singen »Jai Kalima«, siegte Mutter Kali. »Wissen Sie, was das zu bedeuten hat?« Als Amanda und der Vater den Minister mit fragender Wissbegierde anblickten, fuhr dieser mit einer Stimme fort, an der seine Gäste zu ihrer Überraschung eine nicht ganz beherrschte Erregung bemerkten. »Sie haben vielleicht gehört, dass in Qualior die schwarze Pest seit kurzem viele Opfer fordert?« »Gewiß, Exzellenz«, stammelte der Professor, »sichtbar unangenehm berührt.« »Sie liegt ja immer auf der Lauer in einer Hindustadt. Ich schmeichle mir freilich durch sanitäre Maßnahmen die Gefahr, hier bei uns bedeutend vermindert zu haben.« »Oh, darüber kann kein Zweifel sein, Exzellenz, auch englische Zeitungen haben das ja ausdrücklich konstatiert,« beeilte sich der Professor, seinem hohen Gönner zu versichern. »Und vielleicht noch mehr sich selbst, denn schon die Äußerung dieser tröstlichen Worte verlieh ihm wieder ein mutiges Aussehen.« »In Qualior tritt sie, wie gesagt, seit einigen Wochen lebhafter auf, deshalb diese Prozession. Aber zu welchem Zweck, was meinen Sie wohl?« »Doch wohl, um die Göttin anzuflehen, dass sie diese Stadt beschützen möge,« vermutete Amanda. »Ganz wie sie in ähnlichen Fällen in Italien eine Prozession an die Mutter Gottes veranstalten und um ihren Schutz flehen,« sagte der Professor, »obwohl ich freilich diese beiden Göttinnen nicht verglichen wissen möchte.« Kala Rama schüttelte den Kopf mit einem Lächeln, das einen Stich ins Sarkastische hatte. »Sie sind eine Fackel der Wissenschaft, Professor Sahib, und das arische Indien des Veda, das Land, worin der Buddha predigte, liegt offen wie ein Buch vor ihnen, aber das spätere Indien, das Hinduland des durchsickanten schwarzen Blutes, das durchschauen sie nicht. Seine Wege sind leider Gottes nicht die ihrigen. Oh nein, nicht um die Pest abzuwenden, um sie hierher zu beschwören, findet jene Kaliprozession statt.« »Hier her!«, rief der Professor Eichstätt und fuhr unwillkürlich vom Sitz empor, als ob der Ruf der Kalianbeter, der laut und drohend herüberklang, den tödlichen Pesthauch der schädelgegürteten Göttin mit sich trüge. Auch Amanda fühlte ein kaltes Schauern in allen Gliedern. »Ja«, fuhr Kala Rama fort, »sie beschwören die Göttin, den ganzen Kelch ihres Zorns hier über ihre Feinde auszugießen, über denjenigen, die es wagen, die blutigen Gebräuche jenes finsteren Aberglaubens zu bekämpfen, die die Witwenverbrennung nach Kräften einschränken und die Tax verfolgen, die für Gesundheit und geistiges Wohl des Volkes sorgen, über jeden, der sich an dieser Kulturarbeit beteiligt, bis zum letzten Tagelöhner, der einen Stein zu einem Schulgebäude oder einem Krankenhaus trägt. Und wenn sie auch selber, die getreuen Anbeter der Götter, mitfallen müssen, oh, das schreckt sie nicht. Ich muss ihnen das lassen, sie würden alle mit Freuden sterben, wenn sie wüssten, dass mit demselben Griff die würgende Hand Kalis auch ihre Feinde vernichtet, und mit dem letzten Seufzer würden ihre blauen Lippen ein »Jai Kalima« hinhauchen. Kalarama hatte mit der Bitterkeit gesprochen, deren sich ein großer und edler Mann, wenn er auch sein Herz mit der erhabensten Philosophie der Resignation gepanzert hat, kaum erwehren kann, wenn er sieht, dass seine besten Bestrebungen an der Blindheit seiner Zeitgenossen teilweise scheitern, oder dass sie doch nur in verkümmerter Gestalt an ihr vorüberkommen können. Nach diesem Ausbruch folgte ein allgemeines Schweigen, eine Pause, die durch das Geräusch und die Laute aus der Stadt vor allem von dem ewig sich wiederholenden Kaliruf ausgefüllt wurden. Es tat Amanda herzlich leid, dass sie durch ihre unüberlegte Frage diesen ehrwürdigen Kreis zu Äußerungen verleitet hatte, die er aus eigener Initiative offenbar nicht getan hätte, und die er vielleicht jetzt schon als eine gar zu offenherzige Vertraulichkeit bereute. Ihrem feinfühligen weiblichen Instinkt gehorchend, strengte sie ihre ganze Erfindungskraft an, um das dadurch eingetretene Schweigen auf eine Weise zu brechen, die von jenem Thema abführte, ohne doch die Absicht zu verraten, dies zu tun. Sie vermeinte schon, einen passenden Weg gefunden zu haben, und wollte ihn gerade betreten, als sie zu ihrer Überraschung bemerkte, dass Kala Rama, den Kopf zur Seite geneigt, angespannt lauschte. Ein kurzer, leise gesprochener Befehl, und die sechs Ruderer stellten ihre Arbeit ein. Die Barke glitt noch eine kurze Strecke vorwärts, auch das Rauschen des Wassers am Bug des flachbodigen Fahrzeuges verstummte. Ein neuer Laut war da. Er mischte sich wie ein stetiger Unterton in das wüste Bellen der Pariahunde, tief und glockenweich. Ob er wohl von den Glockenfröschen herrührte, von denen Amanda schon hatte erzählen hören? Ein Blick auf das Gesicht Kala Ramas genügte, um ihr zu zeigen, dass es sich um etwas Wichtigeres handle. Der Minister lauschte nicht mehr, er spähte, nach dem jenseitigen Ufer hinüber. Vom Schatten des Palastberges ausgesehen, der sie jetzt einhüllte, leuchtete die Küste zwischen der Stadt und dem Bungalow wie eine Schneelandschaft. Man konnte die ganze Strecke deutlich übersehen, bis dorthin, wo die Stadt unregelmäßig und wie zerbröckelnd aufhörte, und wo Amanda noch die Wellenlinie der verlassenen Webstühle erkannte, vor denen sie sich kürzlich in ihrer Traumvision befunden hatte. In jener Vision, die sie wieder vergessen hatte und deren Spuren auch jetzt nur teilweise und dunkel in ihr erwachten. Der Schatten der ewigen Bäume und der Unebenheiten des Bodens lagen tiefschwarz in unbeweglicher Ruhe da. Aber einer dieser Schatten bewegte sich. Er flog, wie von einem Sturmwind getrieben, von der Stadt in der Richtung nach dem Bungalow, oder vielmehr, wie es jetzt schien, nach einer Stelle in der Mitte zwischen beiden, wo die Küste sich abflachte, denn in der Nähe der Stadt war das Ufer noch felsig und schroff, wenn auch nicht von bedeutender Höhe. Das Heulen der Pariahunde verstummte, als ob sie auseinandergesprengt worden wären. Jener Neuelaut hingegen, der sich damit vermischt hatte, drang selbstständig und herausfordernd ans Ohr. Jetzt erkannte Amanda ihn. Sie hatte ihn vernommen, als sie alle einige Wochen vorher die Stelle des Raja besuchten. Es war das Bellen eines Spürhundes. Der fliegende Schatten war der eines Mannes, dessen Gestalt man ihrer weißen Kleidung wegen nicht unterscheiden konnte, und der Mann wurde von einem Hund verfolgt. Amanda erhob sich in atemloser Spannung, obwohl sie von ihrem Sitzplatz aus eine ebenso freie Aussicht hatte. Der Minister und die Ruderer starrten sich um die Wette die Augen aus, nur der Professor war durch seine Kurzsichtigkeit von der allgemeinen Erregung ausgeschlossen. Auch dachten weder sein Freund noch seine Tochter daran, ihm den Grund ihres sichtbar gespannten Interesses mitzuteilen. »Was ist's? Seht ihr denn etwas Besonderes?« fragte er ein wenig ungeduldig. »Es ist ein Mann, der aus der Stadt flüchtet, Vater. Von einem Hund verfolgt. Hörst du nicht, wie er bellt? Ein Spürhund. Mein Gott, wenn er den Ärmsten einholt.« Der flüchtige Schatten flog über das Ufer hinaus. Ein leises Platschen, Ringwellen im Wasser, eine silbernleuchtende Dreieckspitze, die sich über die blanke Fläche vorwärts schob. »Hörtest du, Vater? Er entkam, er schwimmt hierher. Ach, der Hund!« Noch ein Platschen, plumper, patschiger, neue Ringwellen, die anderen überfließend, noch eine silbernleuchtende Dreieckspitze, der ersteren nacheilend. Sie lagen etwa zwanzig Faden von der schroff abfallenden Felsenwand entfernt und nicht sehr weit von der Stelle, wo ihre scharfe Ecke in den See hinaustrat. Von dem Augenblick an, wo Kala Rama seinen Ruderern den Befehl gegeben, waren sie unbeweglich dort liegen geblieben, während Amanda aber jetzt unverwandten Blickes die beiden über die Wasserfläche hineilenden Dreieckspitzen beobachtete, merkte sie, dass sich das Fahrzeug bewegte. Anfangs wunderte sie das keineswegs. Was war natürlicher, als dass man dem Schwimmer entgegenruderte, um ihn aufzunehmen? Anstatt aber dies zu tun, zeigte sich bald, dass die Barke mählich der Felswand zuglitt. Dabei musste sie sich langsam drehen, sodass sie den hohen Achtersteven dem Schwimmer entgegenwandte, denn Amanda war genötigt, ihren Kopf immer mehr hervorzustrecken, um ihn in Sicht zu behalten. Als sie nun überrascht durch dies unbegreifliche Manöver sich umwandte, sah sie mit wachsender Verwunderung, dass Kala Rama im Begriff war, seinen Turban abzuwickeln, und dass die Ruderer und der Steuermann schon barköpfig waren. Und als in diesem Augenblick der Vater sich vorbeugte, berührte Kala Rama seine Schulter und bat ihn mit leisem Flüstern, seinen Strohhut abzunehmen. Offenbar versteckte sich die Barke und wollte durch keinen hellen Punkt die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Amanda wollte sich wieder umwenden und nach dem Schwimmer hinausblicken, aber als ob Kala Rama sie auf andere Gedanken bringen wollte, reichte er ihr gerade jetzt den gelben, nadelförmig gefassten Edelstein, den er aus seinem Turban losgelöst hatte, und bat sie, diesen für ihn in Verwahrung zu nehmen. Es mochte sich nach indischem Gedankengang wohl nicht leicht ein kräftigerer Magnet für eine junge Frauenseele finden lassen, als dies auserlesene Juwel, zumal Amanda glaubte, den berühmten Schlangenstein selbst, von dessen märchenhafter Herkunft sie soeben gehört hatte, in der Hand zu halten. Hier stand aber ein Menschenleben auf dem Spiel, und das junge Mädchen ließ durch das anvertraute Kleinod ihre Aufmerksamkeit nicht ablenken. Der Abstand zwischen den beiden Dreieckspitzen hatte sich vergrößert. Offenbar war der Mensch der bessere Schwimmer. Er steuerte auf sie los. Wollte er aber auf dieser Seite landen oder um die Ecke herumschwimmen und irgendwo an der langen Seewand des Palastberges sein Glück versuchen, wo es ihm ein leichtes sein würde, eine Stelle zu finden, die wohl er, nicht aber der Hund erklimmen konnte? Das Letztere schien das Wahrscheinlichere. Einmal, weil er durch längeres Schwimmen seinen Vorteil besser ausnutzte, dann aber auch, weil es ihm kaum möglich sein würde, auf dieser Seite des Berges an der Bucht zu entkommen. Der Hund war keineswegs mehr sein einziger Verfolger. Vielmehr wimmelte schon das ganze jenseitige Ufer von Indern. Viele warfen sich ins Wasser und setzten schwimmend die Verfolgung fort. Andere liefen die Küste entlang, jeden hervorspringenden Punkt suchend, um von dort aus die Schwimmenden durch Zurufe anzufeuern und ihnen die Richtung, die der Verfolgte nahm, anzugeben. Die Eifrigsten stürzten nach dem Park des Bungalows und schienen jenen Lieblingsplatz Amandas, den Kiosk-gegründen Felsenhügel, erstürmen zu wollen, von wo aus sie allerdings am längsten den Flüchtling im Auge behalten könnten, falls er aus der Bucht hinaus wollte. Dass aber dies der Fall war, unterlag keinem Zweifel mehr. Er steuerte links von ihnen auf die hervorspringende Ecke los. Die Barke kehrte ihm unentwegt den hohen Achtersteven zu, dessen Form am leichtesten mit denen der nahen Felswand zusammenschmolz. Aber gleichzeitig bewegte auch sie sich nach jener Ecke hin. Lautlos, wie kein europäisches Boot mit langen, zwischen dollen arbeitenden Riemen es hätte tun können, glitt sie nach links, und in diesem seitwärts und halb rücklinks sich hinschieben des verschwindenden Fahrzeuges lag etwas unaussprechlich lauerndes und heimtückisches, das Amanda den Atem benahm und ihr gleichzeitig ein Gefühl gab, als ob sie im nächsten Moment laut aufschreien müsste. Ein Blick auf Kala Rama genügte aber, um einen solchen Ausbruch zu ersticken. Blitzenden Auges, die Lippen zusammengebissen, jede Falte seines Gesichtes starr, als ob sie in Stein gehauen wären, spähte er über die Reling hinaus, während er mit fast unmerklichen Bewegungen der rechten Hand seine Leute dirigierte, die keinen Bruchteil einer Sekunde ihre schwarzen, glitzernden Augen von ihrem Gebieter abwandten. Kaum erkannte das seltsam ergriffene Mädchen ihren väterlichen Freund wieder, der kürzlich noch so vertraulich mit ihr geplaudert hatte. Sie meinte, seinen Vorfahren Mahim Sasa zu sehen, der irgendeine gefahrvolle Expedition gegen die schwarze Haut leitete. Der Schwimmer war jetzt nur ein Dutzend Faden entfernt und hatte noch immer keine Ahnung von der Nähe eines Fahrzeuges. Sein Blick haftete starr an der scharfen Felsenecke, hinter welcher er mit gutem Grund hoffte, seine Sicherheit zu finden. Das glatte, geölte Haar, an dem die Wassertropfen abglitten, glänzte bläulich. Turban und Kumurbund, Fußnote, Kumurbund, langes, baumwollendes Tuch, das die Inder um den Leib wickeln, Ende Fußnote, hatte er abgestreift, um seinen Verfolger weniger sichtbar zu sein. Jedes Mal, wenn beim Zurückführen der Arme Kopf und Schulter sich aus dem Wasser ein wenig erhoben, sah man jetzt ziemlich deutlich sein Gesicht, mit der vor Anstrengung gerunzelten Stirn, der hervorgeschobenen Unterlippe und dem kurzen Bart, der in einer nassen, zusammengeklebten Spitze vom Kinn herunterhing. Bald kam es Amanda vor, als ob ihr dieses Gesicht wohl bekannt wäre, bald schien es ihr wiederum in seiner wilden Hässlichkeit völlig fremd zu sein. Kala Rama erhob die Hand. Die Barke schwenkte links um und schoss mit ihrem langen, spitzen Steven wie ein Alligator auf den Schwimmer los, der augenblicklich unter dem Wasser verschwand. Ein kurzer Ruf von Kala Rama und fünf von den sechs Ruderern waren über Bord, verschwunden im erregten Wasser. Der Minister hatte schon seinen faltenreichen Mantel von sich geworfen, mit einem einfachen Kaftan angetan, ergriff er das eine Ruder, das er mit einer Sicherheit handhabte, als ob er sein Leben lang Bootsmann gewesen wäre. Hier und dort tauchte ein Kopf auf und wieder unter. Der Steuermann, der auf seinem erhöhten Standpunkt einen freien Überblick hatte, gab den Schwimmenden fortwährend die Richtung an. Jetzt schien ein vielköpfiges Seeungeheuer mit einem von Riesenschlangen geflochtenen Körper und mit vielen Köpfen versehen, wie ein indisches Götzenbild, emporzutauchen und sich hin und her zu wälzen. Ein Dutzendfaden vorn und links von der Barke, gerade außerhalb des Schattenbereiches, wo das wogende Wasser wie eine Silberkaskade schäumte und spritzte um den blanken Gliederknäuel. Im Handumdrehen war die Barke neben der Gruppe. Emporgehoben und geschoben von den Schwimmenden, gezogen vom Minister und seinen Bootsleuten, wurde ein halbnackter, scheinbar lebloser Körper in das Fahrzeug hinüberbefördert und sofort mit Stricken kreuz und quer gebunden. Das Mondlicht fiel gerade auf die starren Züge des zurückgesunkenen Kopfes. Amanda sah jetzt, an wen das Gesicht des Schwimmers sie erinnert hatte. Sie glaubte, Moulroy zu erkennen, den reichen Musselinhändler im Bazar. Glaubte es und meinte dann, im nächsten Augenblick sich getäuscht zu haben, als dieses Gesicht sich belebte, die Züge sich zu einem dämonischen Ausdruck verzerrten und aus den schwarzen Augen ein stahlblaues Blinken seitwärts schoss, von so unheimlicher Wildheit, dass sie entsetzt zurückschauderte. Ein Faustschlag in den Nacken hatte den Gefangenen nur für kurze Zeit betäubt. Seine erste Bewegung überzeugte ihn, dass die Bande fest waren. Sein erster Blick starrte in den heiß atmenden Rachen des Spürhundes, der soeben vom Steuermann ins Boot gezogen worden war, wo er zitternd vor freudiger Erregung über seiner zur Strecke gebrachten Beute stand. Mit der plötzlichen Resignation der Orientalen lag der Hindu jetzt ruhig und scheinbar teilnahmslos auf dem Boden des Fahrzeuges. Nur ab und zu schoss einer jener stahlblauen Blitze gleich dem Blinken eines Messers aus dem Augenwinkel. Es war in der Tat Molroy. Die Barke glitt schon in voller Fahrt auf die Stadt zu. Aber ein Wort des Steuermannes veranlasste Carla Rama, das Rudern einstellen zu lassen. Man hörte Ruder plätschern von vorn. Eine große Barke wurde sichtbar. Sie kam ihnen schnell entgegen. Wenige Minuten danach lagen die beiden Fahrzeuge ruhig nebeneinander. Das Angekommene war die Polizeibarke. Ohne Schwierigkeit ward der Gefangene in diese hinübergetragen. Der Hund folgte, offenbar entschlossen, seine Beute nicht mehr aus den Augen zu lassen. Der Sekretär des Ministers stand im Vordersteven der Polizeibarke und stattete seinen Bericht ab, wodurch das Rätsel, das Carla Rama fortwährend geneckt, ja sogar beunruhigt hatte, wie sie in so kurzer Zeit hin und zurück sein konnten, in Bälde gelöst wurde. Eher durch Zufall als durch Einsicht hatte der Sekretär nicht gewartet, bis sie an Ort und Stelle waren, um den Hund an dem Romal riechen zu lassen, sondern dies sofort beim Aufbruch getan. Die glückliche Wirkung zeigte sich, als man noch kaum den halben Weg zurückgelegt hatte. Denn plötzlich wollte der Hund nicht weiter, sondern mit der Schnauze an der Erde drehte er rechts ab und suchte sich seinen eigenen Weg mit solcher Sicherheit und Energie, dass er seinen Führer mit sich zog. Man konnte kaum zweifeln, dass er unerwartet auf die Fährte des Bürgers gestoßen sei. In einem großen Bogen führte der Hund sie nun zur Stadt zurück, die sie durch das nördliche Tor verlassen hatten und durch das östliche wieder betraten. Es war schon dunkel. Um diese Tageszeit waren die Straßen immer gedrängt voll, heute aber hatte die Kalifeier mit der angehenden Lampenprozession ihre Belebtheit dermaßen gesteigert, dass es ein richtiges Huriburi, wie das bezeichnende Hindustani-Wort lautete, gab. Ohne jedoch sich dadurch im geringsten Irre führen zu lassen, stürmte der Hund durch Gässchen und Höfe. Bald zeigte es sich, dass er die Richtung nach dem Kali-Tempel einschlüge. Je näher man der langsam schreitenden Prozession kam, um so ärger wurde das Gedränge. Durch die hierbei erfolgte Verzögerung ungeduldig geworden, ließ der Hund sein tiefes Bellen ertönen. In den Reihen der Prozession entstand plötzlich Unruhe. Das vorwärts drängende Gebaren des Hundes wurde so ungestüm, dass man sich genötigt sah, ihn loszulassen. Aber vergebens versuchte er die Reihen der Lampenträger zu durchbrechen, die sich Bein an Bein vor ihm schlossen. Auf die Vorstellungen des Sekretärs und der Rechtsdiener antworteten fanatische Ausbrüche. Schmälerung der rechte Kalis seien genug dagewesen. Ihr Zorn ging sichtbar über die Lande. Diese Verunglimpfung, diese Störung der heiligen Prozession würde nicht ungerecht bleiben. ihre Feinde möchten sich vorsehen. Drohungen wurden ausgestoßen, Schmähungen des Ministers wurden laut. Man musste sich dazu bequemen, dem Beispiel des Hundes zu folgen und die unendlich lange Prozession zu umgehen, was freilich für die Menschen längere Zeit in Anspruch nahm als für das Tier. Dies war klugerweise auf der anderen Seite der Reihen zurückgeeilt, bis es die Fährte des Flüchtlings auffand. Aber mittlerweile hatte dieser einen solchen Vorsprung gewonnen, dass er uneingeholt die niedrige Stelle des Gestades erreichte, wo er ins Wasser springen konnte, um im Schwimmen sein Heil zu suchen. Was ihm wohl auch gelungen wäre, wenn der Minister selbst ihn nicht abgefangen hätte. Dieser schien mit der ihm vorbehaltenen Rolle im Drama nicht unzufrieden. Ein barsches Lächeln umspielte seine schmalen Lippen, während er kopfnickend dem Schluss des Berichtes lauschte. Er lobte das ganze Verhalten des Sekretärs und seiner Leute, gab einige kurze Anweisungen zur Sicherung des Gefangenen unter den veränderten Umständen, an welchem Gart man landen müsse, welcher Weg zum Palast einzuschlagen sei, um nicht unnötiges Aufsehen zu wecken, und vergaß schließlich nicht, gute Pflege und Belohnung für den braven Hund, der sein Bestes getan einzuschärfen. Das eifrige und aufgeregte Schreien der Verfolger hatte aufgehört. Man sah sie das Ufer entlang nach der Stadt zurück eilen. Die verschiedenen Laute von dort her machten sich wieder geltend. Das Geklimper der Banjos, das Dröhnen der Tomtoms, das fieberhaft rastlose Pochen der kleinen Handtrommeln, vor allem aber der immer sich wiederholende fanatische Kali-Ruf der Prozession, deren tausende von kleinen Lampen in stetiger Bewegung waren, auf den Tempel zu und von demselben fort. Jai Kalima, Jai Kalima. Und indem die Barke mit dem Gefangenen von Dannen glitt, schickte Kala Rama einen trotzig fröhlichen Blick dort hinüber. Sieg der Mutter Kali, nun, durch diesen Diener Kalis nimmermehr. Ende von Abschnitt 23 Gelesen von Hokus Pokus Abschnitt 24 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Weltwanderer von Karl Gjellerup Zweites Buch Kapitel Sieben Die Steine Reden Was hat denn der arme Mulroy getan? fragte Amanda als die Barke nun ihren so lange unterbrochenen Kurs wieder aufnahm und in beschleunigtem Tempo wie um das Versäumte einzuholen über das Wasser dahinglitt. Kalarama der im Begriff war den langen weißen Musselin wieder um seinen Kopf zu winden blickte sie überrascht an So haben sie ihn doch erkannt? Oh ja Exzellenz bisweilen war ich im Zweifel aber zuletzt habe ich ihn sehr wohl erkannt Sie reichte dem Minister den ihr anvertrauten Edelstein den sie bis jetzt krampfhaft in der Hand gehalten hatte Anstatt ihn aber in seinen jetzt fertig umgewickelten Turban zu stecken beugte Kalarama sich vor und befestigte ihn in dem braunen Spitzenschleier den Amanda über den Kopf geworfen hatte Er erging sich in Lob darüber wie der Stein erst jetzt seinen rechten Platz gefunden zu haben scheine und rief den Professor als Zeugen an Dieser hatte bis jetzt mit den Augen die sich entfernende Barke verfolgt und die lichter geschmückte Stadt betrachtet die erst jetzt als die Barke um die Ecke bog und aus der Bucht in den See hinaus steuerte seinem Blick entzogen wurde Er vertiefte sich in den Gedanken welche hübsche kleine Episode dies Erlebnis in seinen bald zu schreibenden Erinnerungen an Indien bilden würde eine fast novelistische Erholung von ernsten Materien als da war sein gestriges im Bazar geführtes tiefgründliches religiös philosophisches Gespräch mit dem Kaufmann Mulroy Diese durch Kontrast wirksame Zusammenstellung kam ihm äußerst glücklich sogar fast genial vor und er war nur mit halber Seele dabei als ihn der Minister aus seinen Gedankentiefen herausrief damit er den Effekt des gelben Diamanten am Kopf seiner Tochter bewundere Merkwürdig dachte der Gelehrte während er etwas Zustimmendes murmelte ein wenig ärgerlich darüber daß ihm ein wie ihm schien sehr fein gesponnener Gedankenfaden durch diese Unterbrechung zerrissen wurde Merkwürdig in in einigen Stücken zum Beispiel wenn es sich um Edelsteine handelt sind doch diese Inder selbst ihre hervorragendsten Männer noch wie die Kinder wiederum wollte es Amanda scheinen als ob Kalarama durch den Stein ihre Gedanken ablenken wollte und wiederum war ihr menschliches Interesse zu stark als daß ihm dies gelingen könnte was hat denn der arme Mulroy getan daß man ihn so mit Hunden hetzt fragte sie sobald eine passende Pause entstand wen rief ihr Vater Mulroy aber doch nicht mein ehrwürdiger Freund aus dem Bazar Kalarama nickte mit einem gutmütig ironischen Lächeln er hatte längst die Gewohnheit des Professors bemerkt jeden Menschen mit dem er einmal einige Worte gewechselt hatte Freund zu nennen sie hatte den liebenswürdigen Grund daß Karl Eichstätt seine eigene freundliche Gesinnung durch ein sehr naives Tat Tvam Asi ohne weiteres bei jedem anderen voraussetzte Fuß Fußnote das bist du das große Wort der Inder die wesentliche Identität aller Lebewesen aussprechend Mit Be By der Traurigen beschaffenheit dieser Welt mußten sich nun dabei bisweilen solche Missklänge ergeben wie hier mit Freund Das Drolligste dabei aber war dies, daß jene Beschaffenheit der ihn umgebenden Welt dem Gelehrten theoretisch so wohl bekannt war, daß er auf der Stelle den schönsten Vortrag darüber hätte halten können, gespickt mit Zitaten aller der weisesten aller der Zeiten. Deshalb mußte der Minister ein wenig lächeln. »Ach, Sie haben auch bei ihm gekauft?«, bemerkte er in einem lässigen Ton, der mit der erregten Frage des Professors gar sehr kontrastierte. »Ja, er hatte die besten Musseline. Dieser, den ich mir gerade um den Kopf wickelte, war auch von ihm und kann sich sehen lassen. Er wird mir keinen mehr verkaufen.« Sie wollten wissen, Mem Sahib, was Mulroy getan hat. Tagi hat er betrieben, sein ganzes Leben hindurch, und heute zum letzten Mal. Amanda erblasste. Professor Eichstätt fuhr auf, wie von einer Bremse gestochen. »Mein Gott, Exzellenz, Sie wollen doch nicht sagen, daß der Mann in irgendeiner Verbindung mit jenen Ungeheuern steht, von deren Mordtaten die Zeitungen jetzt so voll sind?« Oh, meine Behauptung geht etwas weiter als das. »Unmöglich, Exzellenz! Hier muß irgendein unseliges Missverständnis obwalten. Mulroy, einer der reichsten Männer der Stadt, wie man mir sagt.« Das war er unstreitig. Aber ich müßte mich sehr irren, wenn sein Reichtum nicht weniger von seinen eigenen Waren als von denen anderer herrührt, und bei seinen Geschäftsreisen, deren Häufigkeit mir oft verdächtig war, mögen die Mondschein-Nächte die ausgiebigsten gewesen sein. »Ich kann's nicht glauben, Exzellenz,« protestierte der Professor. »Es muß ein Irrtum, eine Verwechslung der Person sein. Noch gestern war ich mit Amanda und der Aya im Bazar, um für das morgige Fest einige Einkäufe zu machen. Mulroy hat uns mit Sorbet bewirtet, und ich hatte ein langes Gespräch mit ihm über die tiefsten Fragen der indischen Philosophie. Wenn ich auch bedauern muß, daß Mulroy, wie leider so viele moderne Inder, von der hohen idealistischen Anschauung eines Ankara abgefallen war und die populäre theistische Auffassung teilte, wie er denn auch in der Seelenwanderungslehre ziemlich grobe Volksvorstellungen hegte, so zeigte er sich doch als ein hochgebildeter und sogar gelehrter, ja, als ein tiefreligiöser, ein vederkundiger Mann. Ohne Zweifel tat er das, mein lieber Professor Sahib, und ich kann Sie nur beglückwünschen, daß Sie noch zu rechter Zeit ein so tiefsinniges Gespräch mit einem so hervorragenden Tag führen konnten. Das wird Ihnen gewiß zeitlebens eine interessante Erinnerung bleiben. Professor Eichstätt sank mit einem Seufzer in sich zusammen. Die Worte seines indischen Freundes waren zu bestimmt, um einen Zweifel bestehen zu lassen, und sie ließen ihm die Tragweite der vorherigen Bemerkung des Ministers aufdämmern. Das Hinduland des durchsickernden schwarzen Blutes sei ihm ein verschlossenes Buch. Anstatt der schönen schriftstellerischen Verbindung, die er zwischen seinem gestrigen Gespräch mit Mulroy und seinem jetzigen nächtlichen Erlebnis herzustellen im Begriff stand, sah er eine ganz reelle, von recht verfänglicher Art, die durchaus nicht zu benutzen war. Die Kontrastwirkung fiel für seinen Zweck entschieden zu drastisch aus. Und der gute Professor gab sich schweigend dem Kummer hin, der einen Autor ergreift, wenn einer seiner feinsten Einfälle von brutalen Begebenheiten überholt und außer Kurs gesetzt wird. In ganz andersartige Gedanken war Amanda versunken. Der Zusammenhang zwischen dem gefährlichen Abenteuer Edmunds im Gebirge und diesem Erlebnis war ihr keinen Augenblick zweifelhaft. Sie hatte freilich dem Bericht des Sekretärs nicht folgen können, aber schon durch seine Handbewegungen, die mehrmals lebhaft in der Richtung des Gebirges gezeigt hatten, war es ihr klar geworden, dass man dort oben durch die Hilfe des Hundes die Spur des Tags, der seinen Romal verlor, gesucht und auch gefunden hatte, vermutlich mittelst dieser seltenen Beute. Mit dem Scheusal, das ihren Geliebten Meuchlings hatte erdrosseln wollen und wahrscheinlich Dutzende von Mordtaten auf seinem Gewissen hatte, empfand sie kein Mitleid. Und doch konnten ihre Gedanken nicht umhin, sich fortwährend mit ihm zu beschäftigen. Der Ausdruck Kala Ramas »Sieg der Mutter Kali?« »Durch diesen Diener nimmermehr« und sein ruhiger Satz »Der wird mir keinen Musselin mehr verkaufen« gaben das Schicksal des Gefangenentags deutlich genug an. Amanda kannte jetzt Indien hinglänglich, um sich sagen zu können, daß man kurzen Prozess machen würde. Es würde kein Defensor da sein, der in beweglichen Worten den armen Angeklagten als ein Opfer religiöser Zwangsvorstellungen und erblicher Belastung hinstellte. Der Rest seiner diesmaligen Schicksalsbahn bot der Fantasie, die sich mit ihm beschäftigte, wenig Raum. Es mochte wohl diese gewaltsame Begrenzung der Perspektive sein, vielleicht unterstützt durch die Bemerkung des Vaters, Mulroy, huldige der naiven, volkstümlichen Vorstellung von der Seelenwanderung, die Amanda dazu führte, das allgemeine Schweigen plötzlich durch die Frage zu brechen, ob nun die Buddhisten lehrten, daß ein solcher Mensch nach dem Tode in der Gestalt eines wilden, blutdürstigen Tieres wiedergeboren wird, und, wie sie halb scherzend hinzufügte, ob der gute Garuda, der schlafend in ihrem Schoße lag und beim Nennen seines Namens leise knurrte, etwa in der Gestalt eines tapferen Vaterlandsverteidigers nächstes Mal das Licht der Welt erblicken würde. »Das Nicht-Grade, Mem-Sahib«, antwortete Kalarama mit einem ernsten Lächeln. Aber nicht nur die Buddhisten, sondern alle Inder haben zu allen Zeiten fest geglaubt, daß der Tod für jedes Wesen nur den Übergang in ein neues Dasein bedeutet und daß die Art dieses Daseins ganz und gar durch sein bisheriges Verhalten bedingt ist und daß wir alle das sind, was wir zu sein verdienen und daß jedes Wesen auf dem Platze steht, auf den es sich selber gestellt hat. »Wie die uralte Brihadarangyakam Upanishad das so unvergleichlich sagt«, fiel der Professor ein, »je nachdem er handelt, je nachdem er wandelt, danach wird er geboren. Wer Gutes tat, wird als Guter geboren, wer Böses tat, wird als Böser geboren. Je nachdem seine Einsicht ist, danach tut er das Werk. Je nachdem er das Werk tat, danach ergeht es ihm. Und wie überaus anschaulich ist auch das Bild von der Raupe. »Wie eine Raupe, nachdem sie zur Spitze des Blattes gelangt ist, einen anderen Anfang ergreift und sich selbst dazu hinüberzieht. So auch die Seele, nachdem sie den Leib abgeschüttelt und zeitweilig das Nichtwissen losgelassen hat, ergreift sie einen anderen Anfang und zieht sich selbst dazu hinüber.« Das plötzliche Auftauchen des indischen Grundgedankens hatte auf heilsame Weise den Indologen aus seinen missmutigen Autorgedanken aufgeweckt. Mit wahrer Begeisterung stürzte er sich in einen Vortrag über Methempsychose. Von den Indern ging er zu den Pythagorean und Platonikern, von diesen zu den Thrakern, von dort zu den Druiden, machte einen flüchtigen Besuch in der nordischen Edda, sprang hinüber zu den Negern Neugineas und kam über Polynesien nach Indien zurück. Dort streifte er die zweifelhaften Spuren in Rigveda, durchstürmte den Urwald der Brahmanas, vertiefte sich in Chankaras subtiler Distinktion zwischen exoterischer und esoterischer Lehre und balancierte auf den Messerschneiden buddhistischer Scholastik. Da aber auf diesem Gebiete sein Vortrag in eine Diskussion mit Kalarama ausartete, flog er plötzlich nach Deutschland zurück, wo er keine Unterbrechung zu fürchten brauchte. Denn wenn dieser treffliche Gelehrte einen menschlichen Fehler hatte, so weiß der, dass er gern sich selbst reden hörte, und er hatte sich während dieser abenteuerlichen Fahrt so stumpf verhalten müssen, daß es ihm gewiß zu gönnen war, wenn er sich jetzt revanchierte und seiner Passion als Vortragshalter ein wenig fröhnte. Was mir nun hier ganz besonders auffällt, ist der Umstand, daß es keineswegs fantastische Gemüter von der Art Jean-Paul's sind, bei denen wir diesen die Fantasie zweifelsohne lebhaft anregenden Gedanken tiefe Wurzeln schlagen sehen. Im Gegenteil, es sind vorzugsweise die besonnensten, ja recht eigentlich kritischen Geister. So hat unser prächtiger Lessing seine Erziehung des Menschengeschlechts ganz wesentlich auf ihm aufgebaut. Und der scharfe, nüchternen Lichtenberg erklärt uns, er könne die Vorstellung nicht aus seinem Kopfe verjagen, daß er schon einmal früher auf der Welt gewesen, was er dann sehr richtig mit seiner idealistischen Grundanschauung zusammenführt. Und wenn auch der Erzkritiker, unser großer Kant, bei seiner fast übertriebenen Vorsicht allem Dogmatischen gegenüber diesen Gedanken nicht in seinen Lehrbegriff aufnimmt, so setzt er ihn doch gewissermaßen immer voraus. Denn der und der allein von allen uns bekannten Gedanken über die Fortdauer nach dem Tode entspricht seiner Unterscheidung zwischen dem intelligiblen und einem empirischen Charakter, da doch nicht einzusehen ist, warum so ein überzeitlicher, intelligibler Charakter nur gerade einmal in Erscheinung treten sollte, während ihm ja die Erscheinungsbedingungen immer offen stehen müssen. Das Boot glitt schnell entlang des mächtigen Palastberges, dessen rote Felsenwände nur wenige Faden zur Rechten dem See so schroff entstiegen, daß Amanda sich wunderte, ob wohl Mulroy hier irgendwo eine Landungsstelle gefunden hätte und dessen Schlagschatten den unregelmäßigen, zinnengekrönten Rand des Gipfels auf die blanke Fläche wie auf eine metallene Tafel zeichnete. Daß der Berg den Mond dem Blick verbarg, ließ den tropischen Sternenhimmel nur um so prachtvoller erglänzen, zumal vor den ebenso kurzsichtigen wie begeisterten Augen des Professors. Wenn auch eine Unmenge kleiner Sterne ihnen unsichtbar blieb, so prangten die anderen um so üppiger und entwickelten sich zu wahren Feuerrädern, als ob eine schwarz-blaue Wiese über und über mit silbernen und goldenen Flockenkugeln verblühten Löwenzahns bedeckt wäre. »Wie kann man«, rief er aus, »unter diesem indischen Sternenhimmel von unserem Kant sprechen, ohne zu wünschen, daß es ihm vergönnt gewesen wäre, sich an diesem unvergleichlichen Anblick zu erbauen?« »Wiewohl das so sehr viel blassere Firmament, das sich über Königsberg wölbt, genügt hat, um ihn zu jenem berühmten Ausspruch in der Kritik der praktischen Vernunft zu begeistern. Du weißt, liebe Amanda, jene Stelle, die ich dir schon öfters vorgesagt habe. Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Und zwar, so können wir von unserem Standpunkt aus ergänzend hinzufügen, gehören diese beiden Dinge zusammen, wie Äußeres und Inneres, so zwar, daß die mechanische Gesetzmäßigkeit der physischen Welt, die sich im Sternenhimmel dem Blick so imposant offenbart, im letzten Grunde doch mit dem moralischen Gesetz identisch sein muß, wie umgekehrt ihr Inder das mystische Walten dieses Moralgesetzes nicht gleich den Europäern juristisch deutet, als die Verfügung eines göttlichen Richters, sondern es uns naturalistisch, als ein blind und doch hellseherisch sich vollstreckendes Naturgesetz verbildlicht. Unter dem heiligen Namen Adrastea, die Unentrinnbare, kennt Plotin dieselbe ordnende Gerechtigkeit, die ihr Inder noch schärfer und treffender als das Karma, als die Tat schlechthin bezeichnet. Nicht zufälliger und willkürlicher wahrlich nehmen Sie, mein verehrungswürdiger Freund, Ihre hohe Stellung als Lenker eines edlen Volkes ein, als jener, so überaus hell leuchtende Stern, gerade an diesem Ort und nicht östlicher oder westlicher steht, ich meine den dort, der so schillernd funkelt, gewiß ein Planet, vermutlich Brihaspati, wie ihr Inder ihn nennt, oder Jupiter, wie wir ihn getauft haben. Ganz richtig, nickte Kalarama, von dem eure Astronomen uns lehren, daß er von acht Monden begleitet wird. Ich muß immer daran denken, wie strahlend seine Nächte sein müssen, wenn ich auf meinem Dache hin und her gehe und ihn dort oben leuchten sehe. Eine sehr einschlägige Bemerkung, Exzellenz, denn sie erinnert mich an ein durchaus zu unserem Thema gehöriges Wort Kants. Wer weiß, laufen nicht jene Trabanten um den Jupiter, um uns dereinst zu leuchten? Da haben wir in der Tat bei ihm die Seelenwanderung, denn ob die Wiedergeburt auf diesem Planeten oder auf einem anderen stattfindet, ist ja etwas Nebensächliches. Und auch bei euch Indern sind die Städten der Wiedergeburt über viele Himmelssphären verteilt, die eine strahlender als die andere, was ganz der kantischen Anschauung entspricht. Denn er ist der Meinung, die er mit triftigen Gründen stützt, daß die Planeten, je weiter sie von der Sonne entfernt sind, aus um so leichterer Materie bestehen müssen und schließt daraus, daß die auf den ferneren Planeten lebenden Wesen weniger vom Körperlichen beschwert sein werden und ihre geistigen Fähigkeiten um so freier entwickeln können. So würden wir zu immer größerer Vollkommenheit steigen. Aber selbst eine solche wahrhaft grandiose Ansicht vermag diesen tiefen Geist doch nicht völlig zu befriedigen. Und so wendet er sich denn auch schließlich von ihr ab und diese ganze Erscheinungswelt gleichsam durchbrechend eröffnet er uns einen Blick auf ein gänzlich anders geartetes, Raum- und zeitloses Dasein, das uns, unserem innersten Wesen nach, zukommt. Samsara und Nirvana, sagte Kalarama. Ganz recht, verehrtester Freund, es ist in der Tat eine vollkommene Parallele. Wir kommen auf das zurück, mein lieber Professor, worüber wir vorhin uns einigten, daß das Licht des Ostens und des Westens im Begriffe sind, sich zu begegnen. Was sie mir da sagen, scheint mir umso bemerkenswerter zu sein, als es wohl kaum anzunehmen ist, daß unsere indische Lehre auf diesen Philosophen, der so wenig zur englischen Bedeutung seines Namens zu passen scheint, irgendeinen Einfluss hat ausüben können. Fußnote, die englische Bedeutung seines Namens, cant, gleich Heuchelei, besonders hochkirchliche. Das Wortspiel ist umso berechtigter, als einige meinen, die ursprüngliche Form des wahrscheinlich schottischen Namens sei cant. Ende Fußnote und zu den verschiedensten Zeiten den Weg brechen. Amanda hatte mit einiger Enttäuschung bemerkt, wie das Gespräch immer mehr in weite Weltfernen, ja in überweltliche Fernen und Weiten schweifte, und so das ursprüngliche Thema, das sie so lebhaft interessierte, aus seinem Gesichtskreis zu verlieren drohte. So benutzte sie denn eine bald eintretende Pause, um die Bemerkung einzuschieben, dass bei allen verschiedenen Formen der Wiedergeburtslehre so viel Anziehendes, ja Überzeugendes, wenigstens die Tieferen von ihnen auch haben mochten, dennoch das eine sie immer unbefriedigt ließe, dass so gar keine Erinnerung aus dem einen Leben in das folgende übergehen und die verschiedenen Existenzen des einen Wesens verbinden sollte. Ja, glaube nur nicht, liebes Kind, antwortete der Vater, daß du der Erste bist, der diese Einwendung erhebt. Vielmehr hat vielleicht keiner sie nicht erhoben, und doch wäre derjenige, der sie nicht erhübe, vielleicht der Weiseste. Denn nicht nur wissen wir nicht, ob es für die Lebensaufgabe des Menschen förderlich wäre, wenn er eine solche Erinnerung mitbrächte, sondern ich denke sogar, es gehört keine übergroße Besonnenheit dazu, um einzusehen, daß es im Großen und Ganzen eine hemmende Wirkung auf unsere Willensfreiheit ausüben und uns die Frische und Unmittelbarkeit, die zu einem tüchtigen Leben gehört, nehmen müßte. Das mag wohl sein, aber es will mir immer nicht als dasselbe Wesen vorkommen, wenn keine Erinnerung eine Brücke zum Vorhergehenden schlägt. Liebe Amanda, über diese Frage der Identität haben wir ja schon gehandelt, sagte der Professor mit einer leisen Ungeduld in seiner Stimme, denn er liebte es nicht, wenn ein Gespräch Buchtungen machte und auf schon Erledigtes zurückkam. »Es ist ein falsches Extrem, zu sagen, daß es ein anderer sei. Es ist ein ebenso falsches Extrem, zu sagen, es sei derselbe. So antwortete Buddha, als ihm jemand eine diesbezügliche Frage stellte.« Amanda schüttelte den Kopf, als ob sie sich dadurch wenig befriedigt fühlte. »Nun«, sagte Kalarama lächelnd, »Wir wollen gern ihrer Tochter zugeben, daß diese Frage nach der persönlichen Identität eine mehr als schwierige ist. Und das kann uns wohl auch kaum wundern, wenn wir bedenken, wie schwierig es schon innerhalb des einzelnen Lebens ist, zu bestimmen, worauf denn eigentlich die Identität der Persönlichkeit beruht. Sie ist uns so selbstverständlich, daß eine Frage danach, dem Unbefangenen ganz überflüssig erscheint. Je eifriger man sie aber zu beantworten versucht, um so schwieriger wird es. Unser Körper verändert sich fortwährend, unser Geist nicht weniger. In welchem Sinn ist der Kreis derselbe wie das Kind? Sie wollen sich nun freilich an der Erinnerung halten, Mem Sahib, wie an einer festen Schnur, an der alles angereiht ist. Aber wie unendlich viele Einzelheiten ihres Lebens gibt es nicht, die ihnen völlig entschwunden sind, und doch würden sie nicht in Abrede stellen, daß sie selber sie erlebt haben. Nicht, wenn sie mich daran erinnerten, Exzellenz, antwortete Amanda, indem sie den Kopf etwas schräg neigte und den Minister mit einem neckischen Lächeln anblickte. Die beiden Männer lachten leise, vergnügt über die schlagfertige Parade des Mädchens. Das hast du nun zwar recht schlau geantwortet, liebe Amanda, sagte der Vater, aber so sollst du uns denn doch nicht davonschlüpfen. Denn gesetzt, es würde durch ein paar ganz zuverlässige Zeugen festgestellt, du hättest etwas getan, daß dir völlig aus der Erinnerung geschwunden wäre, so müßtest du doch anerkennen, daß du es selber gewesen wärst. Das müßte ich wohl. Ihre Tochter fühlt sich überführt, nicht überzeugt, und damit ist uns wenig geholfen, Professor Sahib. Ich denke vielmehr, wir müssen auf Ihre Forderung eingehen. Sie meinten, Mem Sahib, mit ihrem sehr hübschen Scherz, die erlebte Einzelheit eines Lebens mag der Erinnerung entschwunden sein, so muß sie doch imstande sein, wieder belebt und in die Erinnerung eingefügt zu werden, ansonsten die Identität keine Bedeutung habe. Wer sagt uns nun aber, daß dies nicht auch der Fall ist, mit einem ganzen, scheinbar vergessenen Lebenslauf? Die Geburt hat uns die Erinnerung daran genommen, sehr zum Vorteil unseres irdischen Wandels, wie ihr Vater so richtig bemerkte. Warum sollte nicht der Tod uns jene Erinnerung wiedergeben? Ein vortrefflicher Gedanke, rief Professor Eichstätt. Das wäre eben jenes zeitweilige Loslassen des Nichtwissens, von dem die Upanishad sprach, des Nichtwissens, nämlich dieses empirischen, durch Sinnenwerkzeuge bedingten Erkennens, an dessen Stelle dann ein höheres Bewusstsein treten würde, etwa wie wenn einer aus einem Traum erwachend sich auf sein eigentliches Leben besinnt, dabei sich nun aber auch anderer vorhergehender Träume erinnert. Das wäre dann wohl auch jenes Unerwartete und Unverhoffte, von dem der alte, dunkle Heraklit sagt, daß es den Menschen nach dem Tode erwarte. »Es freut mich, daß Sie diesen Gedanken nicht als fantastisch abweisen,« sagte Kalarama. »Als Inder geziemt es mir aber, nicht bei ihm stehen zu bleiben und nicht unerwähnt zu lassen, daß wir Inder, bei denen diese Wiedergeburtslehre tiefer als bei allen anderen eingewurzelt war, tiefer in der Tat als irgendeine andere Vorstellung, und die wir doch auch vielleicht deshalb über Erfahrungen auf diesem geheimnisvollen Gebiete verfügen, die anderen verborgen blieben, daß wir, sage ich, zu allen Zeiten überzeugt waren, daß einzelne hochstehende Menschen, die ihre höchsten geistigen Kräfte völlig zur Entwicklung gebracht haben, daß besonders der Heilige die Fähigkeit hat, sich schon in diesem Leben eines vorhergehenden oder mehrerer vorhergehender Lebensläufe zu erinnern. »Sind Sie, verzeihen Sie mir die Frage, Exzellenz, sind Sie selber je solchen Männern begegnet?« Amanda bereute sofort, diese Frage gestellt zu haben, die sie freilich schlechterdings nicht zu unterdrücken vermochte, denn Kalarama zögerte, bevor er sie beantwortete. »Einen solchen Mann kenne ich, Mem Sahib. Das ist sein Guru, der mit mir sprach und den er vor dem dritten Schakalschrei in den Ruinen treffen soll,« dachte Amanda. »Auch Professor Eichstätt dachte an diesen geheimnisvollen Grüßenden.« »Wenn das nur nicht irgendein Schwindler von einem Yogi ist, der den guten Kalarama zum Besten hat.« »Aber wir werden besser tun, von solchen immerhin seltenen Ausnahmefällen abzusehen,« hub Kalarama wieder an. »Und wir können es um so mehr tun, als wir uns nicht lange umzusehen brauchen, um auch im gewöhnlichen Leben dunkle Erinnerungen an ein Vorhergehendes zu entdecken. Oder sollte nur unsere indische Poesie imstande sein, in der plötzlich auflodernden Liebe zwischen einem Jüngling und einem Mädchen, die sich kaum noch kennen und die von dann ab einander alles sind, ein ahnendes Wiedererkennen zu sehen? Und führt von diesem heroischen Höhepunkt nicht eine Stufenleiter zu allen unseren Sympathien und Antipathien hinab? Sollten wir aber dann etwas anderes in den unwiderstehlichen, individuellen Trieben und Fähigkeiten, vor allem in denen des Genies, erblicken? Aber ich möchte noch weitergehen und behaupten, daß vielleicht jeder Mensch, wenn er nur recht aufmerksam in sein Inneres blicken wollte, dort viele kleine Eigenarten und Sonderlichkeiten, viele nur ihm eigene und immer wiederkehrende, bis in die erste Kindheit zurück zu verfolgende Regungen, ja sogar auch bestimmte Erinnerungsbilder finden würde, die alle unmöglich ihren Ursprung in dem gegenwärtigen Leben haben können. »Ich glaube doch«, entgegnete der Professor, »daß Sie, mein hochverehrter Freund, mit dieser Behauptung etwas zu weit gehen, wenigstens in dem letzten Punkt, wenn Sie sogar von bestimmten Erinnerungsbildern sprechen, die sich nicht auf Eindrücke diesseits der Geburt zurückführen ließen. Denn ich muß gestehen, daß ich bei mir derartige Spuren eines vorhergegangenen Erdenwallens nicht finden kann.« »Nicht? Wirklich nicht?« fragte Kalarama mit einem feinen Lächeln. »Sehen Sie nur recht genau hin.« »Gewiß, ich will mich der inneren Selbstschau hingeben.« »Aber bitte«, scherzte Kalarama, »mit untergeschlagenen Beinen zu sitzen und das regelmäßige Atemholen nicht zu vergessen.« »Oh, es soll nach alter Yogi-Vorschrift geschehen, einen lautlosen Ort wählend, dazu des Sitzens rechte Art, die Glieder wie eine Schildkröte einziehend, langsam den Leib mit Hauch bis zur Herzgegend anfüllend und langsam den Hauch wieder ausatmend, soll er die schneidhafte Fixierung ausüben.« »So umständliche Vorbereitungen brauche ich nicht zu machen«, sagte Amanda. »Die Worte Eurer Exzellenz weckten bei mir gerade ein Erinnerungsbild, an das ich lange nicht gedacht habe. Es reicht bis in meine früheste Kinderzeit zurück. Ja, mir ist in der Tat, als wäre ich nie ohne es gewesen. Seine Entstehung habe ich mir aber nie erklären können. Bisweilen habe ich mir gedacht, ich müsse das wohl geträumt haben. Dann bleibt es aber ebenso unerklärlich, wie eine solche Fantasie in den Traum eines Kindes hineinkäme.« »Und davon hast du mir nie etwas erzählt, oder sollte ich das vergessen haben?« »O nein, Vater, ich habe dir gewiß nichts davon erzählt. Ich sprach ja mit niemand davon. Denn obwohl es so lange zurück, wie ich mich erinnern kann, immer als etwas wirklich Erlebtes vor mir stand, so hatte es doch zugleich etwas seltsam Traumhaftes oder vielmehr Unwirkliches an sich. »Na, da machst du mich wirklich begierig.« Kalarama sagte nichts, beugte sich aber ein wenig vor und betrachtete sie mit einer ernsten Aufmerksamkeit, die deutlich genug zeigte, dass er wenigstens ebenso erwartungsvoll war wie ihr Vater. Amanda errötete, die beiden Gedankenstriche ihrer Augenbrauen rückten sich näher und ihre Stirn runzelte sich. Offenbar kostete es sie eine nicht ganz geringe Anstrengung, die am nebligen Erinnerungshorizonte stehende Vision zu bannen und sogar beschreibende Worte dafür zu finden. Ich stehe oder vielleicht sitze ich, das weiß ich nicht recht, vor einem eigentümlichen Kuppelbau. Nicht so sehr groß scheint es mir, aber wunderschön. Der untere Teil ist von Stein. Es führen auch einige Stufen hinan und in diesem Teil befindet sich eine Nische mit einer goldigen, sitzenden Figur, aber anders sitzend, als ich sonst jemand hatte sitzen sehen. Jetzt würde ich sagen, es sei ein Brahma- oder Buddha-Bild. Die Kuppel ist ganz von Gold und glänzt wie eine Sonne, denn das Sonnenlicht flutet vom tiefblauen Himmel herab. Ich weiß, dass ich immer, wenn ich daran dachte, mich gewundert habe, ob Sonnenlicht wirklich so stark sein könne. Jetzt weiß ich's freilich. Es ist ein offener Platz, aber hohe Bäume stehen hinter dem Bau. Kein Wipfel rührt sich, alles ist still, lautlos und so feierlich, so seltsam erwartungsvoll scheint mir, aber das kann ich nun erst recht nicht beschreiben. Und das ist alles? fragte der Vater. Ja, das ist alles. Und vielleicht genug, meinte Kalarama mit bedächtigem Kopfnicken. Nur, fügte Amanda schüchtern hinzu, ein Etwas, das sich nicht in Worte fassen lässt, am wenigsten von mir, wie ein Farbenton, etwas, das es für sich stellt unter allen anderen Vorstellungen, ganz abgesehen davon, dass ich es ja nie mit diesen meinen Augen gesehen haben kann. »Außer im Traum«, fiel der Vater ein, »ich möchte doch hier deiner Traumhypothese beipflichten. Du bist ja als klein immer in meinem Studierzimmer herumgekrochen und mußtest ein Näschen in alle Bücher stecken, die da lagen. Da kannst du gar wohl in einem der illustrierten Werke, die ich oft von den Bibliotheken hatte, die Abbildung einer buddhistischen Stupa gesehen haben, denn ein solcher Bau scheint es mir zu sein. Und dieser Eindruck hat sich dann in einem Traum zum lebendigen Erlebnis gestaltet.« Die Erklärung klang wahrscheinlich genug, schien aber weder Amanda noch Kala Rama zu befriedigen. Sie schwiegen beide. Man befand sich nicht mehr auf dem See. Das Fahrzeug war um die nördliche Ecke des Palastberges gebogen, wo eine tiefe Bucht sich öffnete, derjenigen, an der die Stadt lag, entsprechend. An zwei Seiten von niedrigen, mit Djangeln dicht bewachsenen Ufern begrenzt, hatte diese Bucht zur dritten Seite den landeinwärts mählich sich abdachenden Palastberg, wo sich oben die Parkterrassen befanden, auf deren Lage Kala Rama seine Gäste aufmerksam machte. Diese in ganz Indien berühmte Anlage hatte sich ihnen noch nicht geöffnet. Das war dem morgigen Abend vorbehalten, bei welchem die Europäer dies Prachtstück altindischer Gartenkunst unter den günstigsten Auspizien, belebt durch die bunten Scharen eines orientalischen Hoffestes, bewundern sollten. Am Ende der Bucht, wo der Vorberg sich plötzlich aus den Djangeln erhob, wie ein Elefant, der in den See hinaustritt, um sein Abendbad zu nehmen, öffnete sich eine allerinnerste Bucht, die von der deltaartigen Ausmündung eines Flusses gebildet zu sein schien. Wo das Netz der Wasseradern glitzerte, erhoben sich aus dem Gebüsch verfallene, überwucherte Mauerwerke, stämmige Säulen ragten in die Luft empor, und eine massive Kuppel ruhte schwer zwischen den durchbrochenen und leicht bewegten Baumkronen. An einem bequemen Landungsplatze, den einige im Wasser stehende Säulen mit ihrem Marmorboden bildeten, legte die Barke an, und man stieg aus. Reich ornamentierte, mit Skulpturenschmuck fast überladene Marmorsäulen standen unregelmäßig verteilt oder lagen umgestürzt auf dem getäfelten Boden, als ob in mythischer Urzeit ein Götterpaar sich hier des edlen Brettspiels ergötzt und sich in Unmut davon erhoben hätte. Kalarama führte seine Gäste eilig, fast ungeduldig, durch diese Palastruine, ohne bemerken zu wollen, daß der Indologe hier eine an der Ecke eines Pfeilers eingenistete, schwellgliedrige Göttin näher bewundern möchte, dort einem zu seinen Füßen hingestreckten Kapital gern eine genauere Aufmerksamkeit gewidmet hätte, oder diese indirekten Aufforderungen zum beschaulichen Verweilen höchstens mit einem »Nachher,« mein lieber Professor Sahib, beantwortend. Schließlich durchschritt man eine ziemlich gut erhaltene Vorhalle und trat durch ihre äußerste Säunenreihe auf einige breite Stufen hinaus. Ein offener Platz, von größeren Bäumen unregelmäßig eingehegt, hier und da mit niedrigem Gebüsch bewachsen, breitete sich zu ihren Füßen aus. Etwa hundert Schritt entfernt fesselte ein tempelartiges Gebäude von vornehmer Schlichtheit sofort ihre Aufmerksamkeit. Auf einem niedrigen, viereckigen Stufenpostament erhob sich ein zylindrischer Bau, der in waagerechte, reich ornamentierte Schichten sehr anmutsvoll gegliedert war und von einer herrlich gewölbten Kuppel gekrönt wurde. Wie hell auch der Mondschein war, der sich über dies offenbar sehr altertümliche Kunstdenkmal ergoss, so ließ er doch in diesem Abstand nur geringe Spuren des Verfalls erkennen, am ehesten noch an den Nischen, die den mittleren Teil des Zylinders umgaben. An der vorderen und größten glitzerte zur einen Seite des Schattenrachens der zerbröckelte Bogenrand. »Entzückend!« rief der Indologe. »Jetzt verstehe ich wohl, verehrtester Gönner und Freund, warum Sie so durch die Palastruine eilten. Verfallene Säulenhallen gibt's ja hier in Indien zu Tausenden, aber eine solche Stupa!« »Ja, Amanda, das ist ja der Kuppelbau, den du uns beschreibst. Sogar die Nische ist da. Freilich leer. Aber wie merkwürdig!« »Ich besinne mich nicht, auf irgendeiner Stupa-Abbildung eine solche gesehen zu haben.« »Wirklich eine Perle!« »Wie fein ist die Profilierung!« »Wirkliche Lieblichkeit der Linien!« »Einzig in seiner Art!« Und von seiner archäologischen Begeisterung getrieben, eilte Professor Eichstätt auf die Stupa zu. Seine beiden Gefährten folgten ihm nicht sofort. Festgebannt durch den Anblick, stand Amanda noch tief atmend mit weit geöffneten Augen da, als ob sie ein Gesicht sähe. Regungslos stand sie da, bis sie endlich, als der Vater sich etwas entfernt hatte, unwillkürlich und halb unbewusst die Hand ausstreckte und Kalaramas Schulter leise berührte. Der alte Inder blickte sie schon unverwandt an mit seinem sanften, verständnisvollen Lächeln. »Ja, Memsahib, ihr Vater hat recht. Das ist die Stupa, die sie uns beschrieben.« Amanda nickte. Die ahnungsvolle Frage, die sie sich beim Aufbruch zu dieser nächtlichen Fahrt vorgelegt hatte, »Werden mir schon heute diese Steine reden?«, war beantwortet. Die Steine hatten ihr geredet. Ende von Abschnitt 24 Abschnitt 25 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Weltwanderer von Carl Gellerup Zweites Buch Kapitel 8 Der große Bruder Als Arthur den Namen seines Veters lautrufend ihm nacheilte, war er im großen Zweifel, welche Richtung Edmund wohl eingeschlagen hätte. The Compounds verrieten nichts. Dunkel und blendend auf einmal, regungslos und stumm, breitete der solchermaßen auf anglo-indisch benamste Garten sich schweigend vor ihm und zu beiden Seiten. Confound the Compounds Aber wahrscheinlich war Edmund nach dem Landungsplatz am Kioskhügel gelaufen. Schon wollte er nach rechts stürzen, als er bemerkte, daß einige ziemlich entfernte hohe Bambuswedel, die sich links gegen das Licht erhoben, gewaltsam geschüttelt wurden. Schnell entschlossen eilte er in dieser Richtung. Es war ja ein geheimer Ausflug, den Edmund unternahm. Das Boot war vom Oberpriester Krishnas geschickt. Nichts natürlicher, als daß es an einem versteckten Ort anlegte. Götter und Priester lieben das Verborgene. Dieser Teil der Compounds war ihm gänzlich unbekannt. Fußnote Denn hier lagen die Hütten der Dienerschaft und mit der Verachtung gegen alles Eingeborene, Jagdbeute ausgenommen, die den echten Engländer auszeichnet, hatte er sich wohl gehütet, diesem diminutiven Dorf je einen Besuch abzustatten oder nur in seine Nähe zu kommen. Er kam an den Bambusrohren vorüber. Das Dünnste war geknickt. Ein schmaler Fußpfad führte weiter durch das dichte Gebüsch. Er folgte ihm atemlos. Bald ging es jäh abwärts. Wasser blinkte durch das dunkle Laub, wo er es noch nicht vermutete. Jetzt war die kleine Einbuchtung des Sees erreicht, wo das Boot lag, im Begriff vom Land zu stoßen. Ein kräftiger Sprung brachte noch im letzten Moment den jungen Schotten an Bord. Nach Luft schnappend setzte er sich im Hintersteven Edmund gegenüber, der mit einem mehr ärgerlichen als bewillkommenden Blick von seiner Ankunft Notiz nahm. Aber eine sehr begeisterte Aufnahme hatte Arthur sowieso nicht erwartet. Die vier schwarzen, bis auf das weiße Lendentuch nackten Kerle, die vorn im Boot standen und es mit fast lautlosen, aber kräftigen Schlägen der kurzen Ruder vorwärts trieben, sahen zwar nicht danach aus, große Sprachkenntnisse zu besitzen, sie waren aber vom Oberpriester und die beiden Engländer waren der Ansicht, daß man in ihrer Lage allem gegenüber, was von dem Brahmanen kam, nicht zu vorsichtig sein könnte. Die Besprechung der brennenden Frage war also ausgeschlossen und keiner von ihnen spürte Lust, von anderen Dingen zu reden. So saßen sie denn stumm, jeder in seine eigenen Gedanken vertieft, einander gegenüber, während das leichte Boot feilschnell quer über den See schoß, offenbar bestrebt, sobald wie möglich den schützenden Schatten des Palastberges, um sich gebreitet zu wissen. Aber hiermit noch nicht zufrieden lief der Kahn ganz bis an den Fuß des Berges hin, bevor er die Nase nordwärts wandte, und eilte dann so nahe entlang des schroffen Ufers, als ob er sich unter den Sandsteinfelsen verbergen wollte, die manchmal über seinem Wasserpfad hingen, wie kolossale Erker über der Straße. Edmund blickte seinen Vetter spöttisch an, spitzte die Lippen und pfiff eine alte Weise, deren Worte Arthur gar wohl bekannt waren. Nowhere in for it Demi what folly boys to be down hearted yoho Als aber das Schweigen nach und nach den beiden Vettern zu langweilig wurde, eröffneten sie ein Gespräch über Tagesfragen. Ob sich wohl das Gerücht bestätigen würde, dass die Sepoy Regimenter in Nuserabat gemeutert und ihre Offiziere erschossen und sich dann mit dem feindlichen Raja von Yudpore verbündet hätten? Wobei Edmund die Meinung äußerte, daß, wenn es sich nicht bestätigte, es bald an irgendeinem anderen Ort losgehen würde und mit lebhafter Schadenfreude den Zusammenbruch der englischen Machtstellung in Indien prophezeite. Als man sich hierüber hinlänglich entzweit hatte, stellte sich die Frage ein, ob es wahrscheinlich sei, daß Prinzessin Victoria in absehbarer Zeit den Thron besteige und inwiefern eine solche Eventualität für das britische Reich ein Segen sein würde. Diese Ansicht vertrat Arthur mit ritterlichem Eifer, um so mehr, als er erwartete, daß Edmund, bei seiner Geringschätzung der Weiber überhaupt, sich entschieden gegen die Thronbesteigung einer Frau erklären würde. Aber sein zynischer Vetter kam nur zu dem Resultat, daß die größte Veränderung die sein würde, daß die Briten von dann ab God save the Queen statt God save the King singen würden. Falsch singen sie das eine wie das andere, besonders ihr Schotten. Mit welchem partischen Pfeil nach der patriotischen Begeisterung Arthurs, der notorisch ein schlechter Sänger war, Edmund das Gefecht abbrach und wieder zu seiner eigenen musikalischen Leistung überging. Nowhere in for it. Sie waren in der Tat offenbar in for it, denn das Ziel ihrer Fahrt konnte nicht länger sehr entfernt sein. Sie waren um die Ecke des Palastberges in die nördliche Bucht eingelenkt. Auch hier blieben sie im Schatten des höheren Ufers, wo über den Bäumen der Parkterrassen ein wachsender Silberglanz das baldige Erscheinen des Mondes verhieß. Das Ende der Bucht war schon vorne sichtbar, dort tauchten auch Säulen und Mauerreste empor, und ein Netz von Wasseradern glitzerte durch das dunkle Gebüsch. Edmund stellte das Pfeifen ein. Das Boot ließ die Ruinenstätte rechts liegen, den bequemen Landungsplatz zwischen den Säulen verschmähend, drang auf einem schmalen Wasserweg in die Dschangeln hinein, schlüpfte nach einigen Minuten in ein Versteck von überhängendem Gebüsch und blieb liegen. Die beiden Engländer sprangen ans Land und stürmten durch das Gebüsch, Edmund voraus, bis sie eine kleine Lichtung erreichten, wo sie von dem Boot hinlänglich entfernt waren, um nicht gehört werden zu können. Hier wandte Edmund sich fragend an seinen Vetter, der sofort anfing, Ich konnte dich nicht hindern, in das Boot zu springen, ich konnte nur nachspringen, und der Rest war schweigen, solange die vier Brahmanen Sklaven um uns waren. Gut, dass du schwiegst, aber was hast du mir denn hier zu sagen, wo ich dich ehrlich gestanden nicht brauche? Oh, du brauchst mich, Edmund, denn du musst mich jetzt hören. Ich habe dir es ja schon gesagt, dein Spiel hier ist aus, nachdem du mit jenem Fremden gesprochen hast. Edmund lachte. Du glaubst wohl gar, ich habe ihm mein Geheimnis ausgeplaudert? Mit Worten, oh nein, aber in deinem tiefsten Herzen eingeschlossen, blieb ihm dein Geheimnis so verborgen, wie ein Wurm es in einem Blumenglas ist. Ihm? Wem? Du kennst ihn? Arthur sah vor sich nieder und schüttelte seinen Kopf. Tätig das, sagte er, mit einer seltsamen, kleinlauten Stimme. Edmund stampfte vor Ungeduld. Zerklaube mir nicht die Worte, du weißt wenigstens etwas von ihm. Wer ist er denn? Wir nennen ihn den großen Bruder. Wer? Wohl die okkultistische Gesellschaft in Kalkutta, wo du mich so gern einführen wolltest? Arthur nickte. Er ist einer von den Eurigen? Oh nein, das heißt, er ist einer von den Adepten, einer von den Dreien, die sich herabgelassen haben, unsere Meister zu sein und aus ihrem unerschöpflichen Wissenshort uns so viel zu offenbaren, wie es unserem Standpunkt angemessen ist. Diese Enthüllung schien einen recht tiefen Eindruck auf Edmund zu machen. Er schwieg eine Weile und starrte mit gerunzelter Stirn vor sich hin. Und bist du auch deiner Sache gewiß? Du kannst dich nicht irren? Hast du ihn denn oft gesehen? Nie bis jetzt, und ich weiß ja kaum, ob ich jetzt ihn selbst im Fleische gesehen habe. Nun, mir scheint doch, er war leibhaftig genug da, meinte Edmund. Arthur schüttelte zweifelhaft seinen Kopf. Ich kann das nicht sagen. Sie kommen selten, sehr selten aus ihrer Einsamkeit heraus, diese großen Adepten. Nichts soll ihnen peinlicher sein, als ihren erhabenen Aufenthalt in den eisumgürteten Gefilden des tibetischen Himalaya zu verlassen und in die schwerfällige, mit schlechtem Magnetismus beladene Atmosphäre des niederen Menschentreibens hinunter zu tauchen. Denn um in geistige Verbindung mit den Eingeweihten in unserer Welt zu treten, dazu genügen ihre Gedanken, die sie wortlos übertragen und denen keine Raumesschranke gewachsen ist. Zuweilen aber lassen sie aus ihrem Körper den feinen Ätherleib hervorgehen, den ätherischen, mit Sprache, Wille und Verstand begabten Doppelgänger, wie man den Halm aus einem Schilfrohr zieht, und in dieser Gestalt erscheinen sie uns. Das klingt mir etwas sehr mystisch. Hast du ihn denn selbst schon so gesehen? Oh, dazu bin ich viel zu gering. Wäre ich so weit gewesen, dass ein großer Adept mich einer solchen Gunst gewürdigt hätte, wie hätte ich mich dann jemals in ein so sündhaftes Unternehmen wie dieses verstricken können? Du sprichst noch immer in Rätseln. Wie hast du ihn denn erkennen können? Weil in unserem Sitzungszimmer ein Bild von ihm hing, nicht eines, das mit Pinsel und Farben hergestellt war, nein, gleichsam auf das Papier hingezaubert, als wenn durch magische Gewalt ein Spiegelbild auf dem Glas befestigt worden wäre. Denn sie wissen viele uns unbekannte Kräfte der Natur zu benutzen, und wie ihre Züge können sie auch ihre Gedanken gleichsam niederfällen, selbst hin geschlossene Briefe. Ein plötzliches Licht schien durch diese Worte dem jungen Schotten aufzuleuchten. Mein Gott, rief er, Edmund, jene Schrift in Onkel Archibalds Brief. Ja, sie war von ihm, antwortete Edmund ruhig. Das weiß ich schon. Er hat darauf hingedeutet. Nun, dann musst du doch aber selber schon einsehen, dass deine Pläne hier gescheitert sind. So, das glaubst du, lachte Edmund, du scheinst mich nur wenig zu kennen. Ich kenne dich freilich als tollkühn über die Maßen, aber noch nicht als ganz verrückt. Mit einem solchen Gegner es aufnehmen zu wollen, das ist ja der helle Wahnsinn. Und wer sagt dir, dass er überhaupt mein Gegner ist? Weil du in deiner Kurzsichtigkeit meine dreiste Tat als Sünde betrachtest, ebenso wie auch ein Adept für dich ein Katechismus hält ist, anstatt ein Riesenmensch, der, wie die Brahmanen sagen, jenseit des Guten und des Bösen steht. Das sind Sophismen, unterbrach ihn Arthur lebhaft. Du weißt es selber besser, du fühlst es wohl in deinem Herzen, dass du den Gegner gesehen hast. Nun wohl, möge es so sein, rief Edmund, umso besser. Ich sage dir, wenn alle Zauberer Indiens und Tibets mir jetzt entgegen ständen, umso mehr lockte mich das Ziel. Denn schön ist die gewitterschwangere Tropennacht der Hindu-Liebe, schöner noch als die ist der Herrschertag, der mit der Raja-Krone mir leuchtet. Aber wahrlich, schöner als jene beiden ist das geheimnisvolle Zwitterlicht einer drohenden Dämmerungsstunde, das mit den Schatten alter unaussprechlicher Mysterien mich umdüstert. Und darum glaube ich dir es ja auch, dass dieser Fremde ein Adept des höchsten verborgenen Wissens ist. Glaube es, weil ich es wünsche. Eine solche Macht in Waffen gegen sich zu rufen, das, denke ich, wäre doch einmal etwas. Du bist von Sinnen. Oh, mein Gehörsinn ist scharf genug. Hörst du nicht auch Stimmen? Es ist die Rani und ihre Aya, gewiß eine ebenso bequeme Person wie Julias Amme. Und darum leb wohl. Aber Arthur hielt ihn krampfhaft am Ärmel fest. Noch ist es Zeit, Edmund. Du hast eine Warnung bekommen wie selten ein Mann. Lass Lass diese unselige Rani und ihre Amme ihr törichtes Spiel treiben, schnell zum Bote zurück und heiße den vier Priestersklaven, dich so schnell wie sie rudern können, nach Hause zu bringen. Dann löst sich der ganze grausige Spuk hier von selber auf. Du gehst nach Afghanistan und und heirate deine Amanda und bin der langweilige Lump, für den du mich zu halten scheinst. Er brauchte sich nicht loszureißen. Bei dem Namen Amandas hatte die Hand des Vetters ihn von selber losgelassen und Edmund verschwand im Dunkel der Dschangeln in der Richtung, wo das Wasser rauschte und gurgelte. Ende von Abschnitt 25 Abschnitt 26 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Weltwanderer von Karl Gjellerup Zweites Buch Kapitel 9 Die schwimmende Lakshmi-Lampe Arthur schickte ihm keinen Blick nach. Achselzuckend warf er sich auf einen ungefallenen Baumstamm nieder. Er hatte getan, was ihm seine Pflicht gebot, hatte den Vetter so eindringlich gewarnt, wie es ihm möglich war, seine ganze Beretsamkeit aufgeboten. So weit war sein Gewissen frei. Hätte er ihn jetzt noch halten können? Er würde es nicht tun. Nein, er war froh, dass es seiner wohlgemeinten Warnung nicht gelungen war, den Vetter zurückzuhalten. Edmund eilte zum Hindu-Weib, möge sie ihn festhalten. Seine letzten Worte hatten Arthur gar zu drohend an das Unbehagen erinnert, womit die überraschend warme Anerkennung, die der Vetter heute den Reizen Amandas zollte, ihn erfüllt hatte. Auch war dies Unbehagen, diese vage Furcht vor einer Nebenbuhlerschaft seines Vitters keineswegs von heute. Diese Furcht war nur in der letzten Zeit während ihres hiesigen Aufenthalts eingeschläfert worden, war aber während der langen Flußreise ja schon in Kalkutta sehr rege gewesen, obwohl Edmund wenig oder nichts tat, um sie zu rechtfertigen. Der redliche junge Schotte wußte ja sehr wohl, daß ein Mann vom Schlage Edmunds etwas Bestrickendes für eine junge Mädchenfantasie haben kann, vielleicht haben muß. Immerhin wäre er der Neigung Amandas sicher gewesen, dann hätten alle Don Juan-Eigenschaften seines Vitters ihn wenig heiß gemacht. Das aber war es ja eben. Er war keineswegs sicher, das Herz der Geliebten gewonnen zu haben. Vielmehr befand er sich in dem schwebenden Zustand, wo ein Jüngling in einem Moment durch das Lächeln seiner Dame in den Himmel gehoben, im nächsten durch einen kalten Blick in die Hölle gestürzt wird. In einem solchen Zustand wirkt die Gegenwart eines frauengefährlichen Mannes wie das Summen einer Wespe um eine offene Wunde. Der gepeinigte Liebhaber wird dann oft eine keimende Leidenschaft des Mädchens für den anderen wittern, wo sie in Wirklichkeit gar nicht vorhanden ist. In der Tat hatte Arthur oft in Amandas Wesen diese und jene Kleinigkeit bemerkt, die er als Anzeichen eines sehr lebhaften, geheimen Interesses für Edmund auffaßte, hatte aber dabei immer gehofft, daß es eben nur seine Furcht sei, die es so deutete. So hatte er es denn mit warm Jubel begrüßt, als der Vetter sich kopfüber in dieses Liebesabenteuer mit der Rani stürzte. Wenn das ihn weiter mit sich riß und ihn in gefährlichere Wasser entführte, als jemand von ihnen von Anfang an geahnt hatte, so konnte er das von seinem jetzigen Standpunkt aus nicht mehr bedauern. Denn für den Fall, daß das Herz Amandas wirklich ein wenig für den Abenteurer schlug, mußte eben dies Abenteuer ihr doch die Augen öffnen. Morgen trat Edmunds überdreistes Unternehmen aus der Verborgenheit heraus. Mochte es nun gelingen oder nicht? Es würde aber nicht gelingen. Jedenfalls brachte es auch seine Liebessache zur Krise auf eine für ihn vorteilhafte Weise. Denn seine eigene Teilnahme an diesem fluchwürdigen Verbrechen, das war es jetzt mehr denn je in seinen eigenen Augen und würde es nicht weniger in denen Amandas sein, diese Teilnahme getraute er sich entschuldigen zu können, weil er doch nur aus Liebe für sie mitgegangen war. Aber das stand bei ihm fest. Die ihm zugeteilte aktive Rolle als schützender Gefangennehmer Kalaramas wollte er weit von sich weisen, und morgen Abend würde er keinen Augenblick von der Seite Amandas weichen. Sie war es, zu deren Schutz er berufen sei. Etwas beruhigt und noch mehr gehoben durch solche Betrachtungen sprang der Sohn des Landes des Gebirges und der See auf und die Waldwiese mit schnellen Schritten durchmessend sang er laut vor sich hin, und zwar, wie sein Vetter richtig vorausgesagt hatte, schrecklich falsch. Confound their politics, frustrate their knavish tricks, God save the Queen! Wobei the Queen, weder die durch Edmund gefährdete Königin des kleinen Hindu-Staates, noch jene zukünftige Beherrscherin seines Vaterlandes, für die er sich soeben in die Schanze geschlagen, bedeutete, sondern die Königin seines Herzens, deren Schutz er sich jetzt unter Lossagung von allen politischen Intrigen begeistert widmete. Der Vollmond stand jetzt goldig strahlend über den Baumkronen. Unwillkürlich schlug Arthur die Richtung nach dem See ein, war aber gar zu sehr von Hoffnungsträumen umflattert, um darauf zu achten, wo und wohin er ging. Plötzlich befand er sich unmittelbar vor den Ruinen. Er trat hinein, wo die Säulen am dichtesten standen, und auch hier und dort eine Mauerecke sich erhob. Aus einer solchen, die von tiefem Schatten bedeckt war, vernahm er einen ihm vertrauten, schnobernden Laut. Ein Mungos! Natürlich, gerade an solchen Orten nisten ja die Schlangen gern. Aber wie? Das Tierchen kroch aus der dunklen Ecke auf den vom Mondschein hell beschienenen Marmorboden heraus. Ein goldener Streifen, der wie ein Gurt sich mitten um seinen Leib spannte, gab ihm eine täuschende Ähnlichkeit mit Garuda. Aber gewiß war es Garuda. Das Tierchen winselte vor Freude des Wiedererkennens, hüpfte auf ihn zu und ging mit erhobenem Schwanze um ihn herum, das Fell an seinen Beinen wie eine Hauskatze reibend. Arthurs Herz pochte, wie das eines Jünglings soll und muß, wenn er in einer wundervollen Mondnacht in den romantischsten Umgebungen allein wandelnd plötzlich entdeckt, sie ist da. Daß es ihm sehr schwierig fallen dürfte, eine annehmbare Erklärung seiner Anwesenheit hier zu erfinden und keinen Verdacht zu erregen, wo Verdacht gefährlich war, daß es ihm in seiner Rolle als Verschworener nur gezieme, sofort nach dem Boot zurückzuschleichen und dort mit den vier schwarzen Priesterhunden zu kuschen, bis ihr Herr und Meister von seiner Schäferstunde zurückkehrte, solche Gedanken konnten nicht in einem Kopfe aufkommen, wo das große Gehirn nur für ein Zu-Ihr und das kleine nur für die entsprechende Bewegungsdirektion Raum hatte. Die Richtung zeigte schon Garuda. Als er dem rastlosen Tiere folgend zwischen die Säulen auf einige breite Stufen hinaustrat, gewahrte er kaum hundert Schritt von sich entfernt den Kuppelbau, den er schon im Vorüberfahren bemerkt hatte, und vernahm von dort Stimmen, darunter auch jene einzige. Jetzt sah er sie selbst um die Ecke kommen. Eine männliche Gestalt, die väterliche, folgte ihr, dann eine weißgekleidete, ein Inder, gewiß Kalarama. Einen Augenblick später war er an ihrer Seite. Ei, Herr Stiel, welche Überraschung! Wo kommen Sie denn her? Oh, ich wollte mir diese Ruinen ansehen, man muß sie, um die volle Stimmung zu bekommen, im Mondschein sehen, denke ich. Gestern Abend konnte ich nicht, wie Sie wissen, morgen ist das Fest, und länger wollte ich es nicht gerne aufschieben. Niemand plagte ihn mit unwillkommenen Fragen, aber er fühlte zwei Paar Augen mit etwas wie Verdacht auf sich ruhen, während der gute Professor Eichstätt ihm scherzend und neckisch genug vorhielt, daß unser lieber junger Freund anfing, ausschweifend zu werden, die eine Nacht nach Schlangen gefahndet, die nächste unter Ruinen geschwärmt, während die dritte schon vergeben war. Ei, ei! Er hatte seine eigene Hypothese über den Grund, der gerade heute Nacht den jungen Schotten nach der Ruinenstätte geführt hatte, und war auch mit diesem Grund keineswegs unzufrieden. Man war selber auch mal jung, ich kenne das, immer wo sie war. Arthur fühlte, daß er stark errötete und sehr verlegen war, und so beeilte er sich, ein lebhaftes Interesse für das altertümliche Architekturwerk zu bekunden. Ein zylindrischer Bau erhob sich auf drei ziemlich hohen Stufen und trug die fast halbkugelförmige Kuppel. Das Ganze hatte eine Höhe von etwa 30 Fuß. Ein Tierfries, von einem Wellen- und Laubornament eingeschlossen, umlief, jetzt durch große Lücken unterbrochen, den unteren Teil des Zylinders, der auch oben unter der Kuppel reich ornamentiert gewesen war, wie einzelne, noch sitzen gebliebene Bruchstücke zeigten. In mittlerer Höhe wies seine Fläche mehrere Nischen auf, von denen die eine, gerade in der Mitte nach der viereckigen Stufenbasis gerechnet, bedeutend größer als die anderen war. Sie befand sich den Palaststufen gerade gegenüber. »Diese große Nische, lieber junger Freund«, begann der Professor, »hat, wie seine Exzellenz uns soeben erzählte, ein schönes sitzendes Buddha-Bild aus Bronze enthalten, während die anderen, kleineren, Bildnisse buddhistischer Heiliger beherbergt haben. Wie jammerschade, daß von allen diesen Bildwerken keines mehr übrig ist, denn was wir hier von Skulpturen sehen, gibt uns eine hohe Vorstellung von dem Können des Meisters. Unbegreiflich, daß sogar das Hauptbild, die Buddha-Statue, so spurlos verschwinden konnte.« »Das werden wir ihren Freunden, den Brahmanen, zu verdanken haben«, sagte Kalarama. »Aber ewig bedauerlich ist es, denn es soll in der Tat ein Meisterwerk gewesen sein und muß sich in der Nische besonders herrlich ausgenommen haben. Der Buddha war dargestellt, wie er unter dem Bohbaum saß, dessen silberne Äste und smaragdenes Laub den Hintergrund ausfüllte, während Blumen, aus Edelsteinen hergestellt, den Boden bedeckten, welchen er mit den Fingern der linken Hand berührte. Amanda nickte schweigend und starrte vor sich hin, als ob das ganze Bildwerk vor ihr aufstiege. In der Tat meinte sie sich zu erinnern, daß jenes Bild in der Stupanische, das sie erwähnt hatte, genau dieser Beschreibung entspräche, wiewohl sie sich keineswegs sicher fühlte, daß ihre Fantasie ihr nicht hierbei einen Streich spielte. »Das muß ja aber wahrhaft wunderbar gewesen sein,« rief Professor Eichstätt aus. »Und welch herrliche Zeit für den Künstler, da er ein so reiches Kunstwerk hier aufstellen durfte.« »Gewiß eine schöne und stolze Zeit,« sagte Kalarama. Aber auch eine sehr beschäftigte Zeit, denn nicht nur hatte er damals noch den Palast Ajatasatus unter Arbeit, sondern im Heine der Nonnen ließ ihn gleichzeitig der Fürst eine neue Vihara bauen, eine schöne Versammlungshalle, die zwar nur aus Holz errichtet war, aber reich mit Schnitzwerk geziert. Jene Gruppe von Mangobäumen dort soll ein Überrest des heiligen Heines sein, so daß seine Arbeitsstellen nahe genug aneinander waren. Er besuchte sie täglich, überall ein Auge habend, und bei diesen Besichtigungen war Amara seine stete Begleiterin. So kam es, daß der Prinz Ajatasatu reichlich Gelegenheit hatte, sie zu sehen und zu bewundern, und bald in Liebe für sie erglühte. Und die Fürstin liebte er auch noch? fragte Amanda. Er liebte sie, wenn auch auf eine andere Weise, antwortete Kalarama. Jedenfalls erlitt sein Verhältnis zu ihr keine Veränderung. Wenn nun dieses Verhältnis schon an sich ein Verbrechen war, so schien es noch weniger entschuldbar, dadurch zu werden, daß er der Fürstin nicht einmal treu blieb, sondern sich schon nach kurzer Zeit in eine andere verliebte. Und doch, wäre er nicht besser gewesen, als erschien, dann wäre er in diesen zweiten Fehler nicht verfallen, so sonderbar und widersprechend auch diese Behauptung klingen mag. Oh, ich glaube wohl zu verstehen, wie Sie das meinen, Exzellenz, sagte Amanda. Unter all dem Milden und Finsteren wohnte in der Tiefe seines Wesens gleichsam eine andere, lichtere und reinere Seele, und diese war es, mit der er Amara liebte. Sie haben recht, Mem Sahib, das ist genau, was ich meine, antwortete Kala Rama. Was sollen wir nun aber sagen, wenn wir erfahren, daß auch Amara sein Gefühl erwiderte und daß in kurzer Zeit eine heftige Liebe zu dem Prinzen in ihr entbrannte? Müssen wir auf ähnliche Weise schließen, daß unter der lichten Seele ihres Wesens eine Trübe und Wilde wohnte, die sich durch das Furchtbare im Wesen des Prinzen angezogen fühlte? Das wollen wir nicht hoffen, sagte Professor Eichstätt, und das scheint mir mit dem Bilde, daß Sie uns von Amara gegeben haben, wenig zu stimmen. Und was meint denn unser weiblicher Berater? fragte Kala Rama mit einem prüfenden Blick, der Amanda vor Verlegenheit erröten ließ. Ich sollte denken, daß Sie, Mem Amanda Sahib, am besten imstande wären, uns hierüber Aufschluss zu geben, indem Sie sich an die Stelle jener Amara versetzen und gleichsam Ihre Seelenschwingungen miterleben. Ich glaube, versetzte Amanda nach kurzem Zögern, daß es in jedem von uns zwei solche Seelen gibt, und daß das wilde und stürmische Element in Ajatasattus Natur gar wohl einen verhängnisvollen, berauschenden Anziehungszauber üben könnte auf ein junges Mädchen, den Spross eines Kriegergeschlechtes und das Kind und das Kind eines Künstlers, in der es bei aller Zartheit wohl auch eine abenteuerliche Ader gegeben hat und die gewiß nicht zu jener Menge gehörte, die ihre Segel nie dem Sturme hissten. Fußnote, die ihre Segel und so weiter, Shelley, Adonais, Ende Fußnote. Es sind ja auch Kräfte, die sowohl in den Dienst des Guten wie des Bösen gestellt werden können, und gewiß wird Amara sie auf die günstigste Weise gedeutet haben, günstiger, als sie verdienten. Aber sollte die Hauptsache doch nicht die sein, dass die Blindheit der Liebe, über die ja viel geklagt wird, zugleich hellseherisch macht und dass Amara dadurch jenes den anderen verborgenen Lichtelement im Herzen Ajatasattus gewahr wurde? Und wenn das der Fall war, müßte sie dann nicht sich selber das Gelübde ablegen, es von der Knechtschaft zu erlösen und zur Herrschaft zu bringen? Kalarama nickte ihr freundlichen Beifall zu, Bevor er aber etwas sagen konnte, kam ihm Arthur zuvor. Der junge Mann hatte, als Amanda diesem psychologischen Problem gegenübergestellt wurde, sie mit erwartungsvoller und ängstlicher Spannung beobachtet, die nicht wenig dazu beitrug, ihre Verlegenheit zu steigern, und sein Gesicht verfinsterte sich zusehends, während sie ihre Meinung aussprach. »Ich kenne ja nicht die Personen, von denen hier die Rede ist,« sagte er mit etwas belegter Stimme. »Nach dem wenigen aber, das ich habe andeuten hören, glaube ich, daß das Mädchen sich in einen gefährlichen Irrtum verstrickte, und wenn sie sich selber ein solches Gelübde ablegte, möchte ich allerdings mit der weltklugen Königin in Hamlet sagen, die Dame dünkt es mich, verspricht zu viel.« »Sagen Sie das nicht so sicher, Sahib,« antwortete Kalarama. »Die Weltklugheit kommt oft zu kurz, wenn sie entscheiden will, was Glaube, Liebe und Begeisterung vermögen oder nicht vermögen. Jedenfalls wollen wir uns gern mit der Doppelerklärung Mem Amanda Sahibs zufriedengeben, die mir auch in der Tat das Richtige zu treffen scheint. Jetzt dürfte es aber Zeit sein, daß wir uns auch den Palast des Prinzen ansehen, von dem sich freilich nicht so viel hat erhalten können, wie von diesem einfachen und geschlossenen Bau. Sie gingen nach dem Palast hinüber, dessen Frontseite, wie Kalarama ihnen zeigte, gerade nach der Stupa gerichtet war, obwohl freilich das wirkliche Verhältnis das Umgekehrte war, denn als Fürst Narada sah, daß sein Bruder seinen Palast hier aufführte, wählte er für die Stupa, deren Errichtung er schon längst im Sinne hatte, gerade diesen Platz, in der Hoffnung, daß der Anblick des herrlichen Buddha-Bildes auf das Gemüt seines Halbbruders mildernd und erbauend einwirken würde. Zugleich aber sollte auch dieses kleine Heiligtum auf den Eintritt in den Heiligen Hain der Nonnen vorbereiten und eine kleine Andachtsstation vor dem selben bilden. Die wenigen Räume des Palastes, die man noch unterscheiden konnte, waren bald durchwandelt. In dem zweiten, einer größeren Halle, von welcher noch eine ganze Säulenreihe aufrecht stand, machte Kalarama sie auf die Spuren eines niedrigen Podiums aufmerksam, das für die Bayaderen Tänze bestimmt war, wenn der Prinz vornehme Gäste unterhielt, was allerdings, wie er hinzufügte, nur einmal geschah. Nun standen sie wieder auf dem kleinen Landungsplatz, wo die Gondel des Ministers etwas seitwärts an den Säulen angebunden lag. In jener Zeit, sagte Kalarama, ging das Wasser freilich nicht bis hierher, sondern ein jedenfalls nicht sehr breites Stück Garten erstreckte sich nach dem Seeufer hin. Ich denke, es muss malerischer so sein, meinte Afer. Es war in der Tat ein prächtiger Anblick. Links der Palastberg, steil aus dem See emporragend, auf dessen Fläche er seinen Schatten legte, landeinwärts terrassenförmig abfallend. Gerade über seinem Zinnengeschmückten Gipfel der Vollmond, dessen im Wasser zu ihren Füßen schwimmendes Bild wie ein großes Auge blinzelte und sich manchmal beim starken Blinzeln zerteilte, wobei dann der goldige flackernde Widerschein den verstümmelten Göttern und Nymphen, die aus Säulennischen hervorlugten oder von den Kapitälen herunterlächelten, ein seltsames Leben verlieh. Hinter ihnen und zu beiden Seiten die von solchen Bildwerken belebten, stämmigen, tiefkanelierten und gurtförmig eingeschnittenen Säulen. Einige im Wasser stehend, viele abgebrochen, andere ihre trägerförmigen Kapitäle in die leere Luft emporhebend, hier ein Paar durch das Gebälk verbunden, dort eine kleine Gruppe, die drei Viertel einer niedrigen Kuppel trug. In dieser, wie eine Feder am Helm, ein großer Busch, auf dem Gebälk hohes Gras, um die Säulenschäfte Lianen, niederwallende Schleier von Stängeln, Blättern und seltsamen Blumen. Weiter links, auf der Wiese außerhalb der Ruinenhalle, als Rest alter Waldherrlichkeit, ein paar mächtige Banyanbäume, deren dunkle Kronenmassen, wie auf hundert Stelzen, sich immer weiter hervorwagend, sich nach allen Seiten ausbreiteten, während neue Luftwurzeln überall wie Schlangen hinunterbaumelten. Rechts eine Gruppe Magnolien, welche wie Bittsuchende unzählige weiße Hände nach dem See ausstreckten, oder wie Opferbringende rote, weiß gefütterte Porzellantassen neigten. Dann die durch das Tal wie ein dunkler Fluss niederwallenden Djangeln und hier und da eine schräge Palme, gleich einem langen, neugierigen Straußhals. Endlich darüber hinaus dämmernd leuchtende Gebirgsformen, die wie aus Perlmutter gebaut sich anhäuften, bis sie sich auflösten, in demselben Silberglanz, der auch die matt leuchtende Fläche des Sees in sich sog. Die Lindeluft war schwer gesättigt vom süßen Duft der Magnolien und von dem bitteren Mandelgeruch der zahllosen Lotusrosen, die auf dem Wasser im Vordergrund schwammen oder sich darüber erhoben, aber auch labend durchtränkt von der Frische, die einer großen Süßwasserfläche entströmt. Ab und zu wurde die tiefe Stille durch den melancholischen Schrei einer Nachteule unterbrochen und von weit weit her ertönte bisweilen das heisere Bellen eines Panthers. Nein, sie, rief Amanda und zeigte nach links, wo hinter den bis an das Wasser herabhängenden Zweigen eines blühenden Gebüsches ein kleines Licht sich langsam vorwärts bewegte, bis es schließlich ganz in den See hinausglitt. Ach, das ist ja ein Irrlicht, meinte der Professor, ich habe noch nie ein solches gesehen, aber ich habe mir sie freilich in lebhafter Bewegung gedacht, hüpfend und spielend wie die unartigen Irrlichter in Goethes Märchen, die sogar dem Fährmann den Kahn umzuwerfen drohen. Aber in diesem Land der stillen Meditation scheinen sie sich ganz beruhigt zu haben. Es ist kein Irrlicht, Vater, es ist ein schwimmendes Lämpchen, eine Lakshmi-Lampe. Der kurzsichtige Professor, der nur eine unmittelbar auf dem Wasser schwimmende Flamme gewahrte, schüttelte ungläubig den Kopf. Nein, da geht wohl deine Fantasie mit dir durch, liebe Amanda, und das wäre wohl auch eine gar zu große Gunst des Zufalls, uns gerade heute das zu zeigen. Oh, ihre Tochter hat schon recht, sagte Kalarama. Das ist in der Tat ein solches Lämpchen, das irgendein Mädchen der Lakshmi opfert. Nun, das muss ich sagen, rief Professor Eichstätt, nicht nur die Szenerie jener wundervollen Sage wird uns heute Abend gezeigt, sondern auch diese uralte märchenhafte Sitte selbst. Das ist eben auch nur in Indien möglich, wo nicht nur alles wiederkehrt, sondern auch alles sich erhält. Aber wo bleibt nur das Mädchen? fragte Kalarama. Denn eigentlich müßte sie ja schon dem Lämpchen folgend draußen stehen und in die Hände klatschen vor Freude, weil die Göttin ihr Opfer annimmt und ihr Gebet gewiß erfüllen wird. Oh nein, nein, Exzellenz, wandte der Professor ein. Das ist ja weit besser so, sonst wäre es nicht eine so vollständige Illustration. Denn auch Mahamaya kam ja nicht so weit, sondern vergaß ihres Lichtschiffleins und blieb drinnen im Dunkeln, und zwar nicht ganz allein. Dies mochte wohl von den Lippen des ehrbaren Professors als eine etwas verfängliche Bemerkung anmuten. Aber es ist zu berücksichtigen, daß die Begebenheit, worauf er hindeutete, vor mehr als zwei Jahrtausenden sich zugetragen hatte, in welchem Fall das Patina der Säkel alle Nacktheiten schonend überdeckt, so zwar, daß es sogar manchmal den Anschein hat, als ob solche altertümlichen Liebschaften nur den dezenten Endzweck hatten, daß ein Professor Eichstätt und seine Kollegen sie in der Fülle der Zeit kritisieren, edieren, kommentieren und annotieren können. Arthur hatte mit starren Augen das schwimmende Lichtboot betrachtet, hatte er doch über Amanda und die herrliche Mondlandschaft, die er in ihrer Gesellschaft genoß, schon gänzlich vergessen, wie er hierher gekommen war, und diese stille, leuchtende Botschaft erinnerte ihn nur zu lebhaft daran. Er fühlte den Blick des Mädchens auf sich ruhen, einen Blick, dem er sonst gerne genug begegnete, jetzt aber wandte er sofort wieder den Seinen ab von dem ihren, der ihn forschend, ja gedankenlesend durchleuchtete, während er etwas von uralten, poetischen Sitten der Inder murmelte. War es möglich, daß sie etwas ahnte, daß sie das Geheimnis der Lakshmi-Lampe erriete? Wie aber war das denkbar? Er wußte ja nicht, welchen Schlüssel die Geschichte der Vorzeit in ihre Hand gelegt hatte. Als er sich wieder getraute, sie anzublicken, erschrak er über ihre Leichen Blässe. Sie lehnte sich in matter Stellung an die mächtige Säule, und ein Frösteln überlief ihre Gestalt vom Scheitel bis zum Fuß. Mein Gott, Fräulein Eichstätt, was ist Ihnen? Sie erkälten sich gewiß. Es zieht wirklich ein wenig am Wasser jetzt, lassen Sie mich Ihnen doch einen Schal holen, und er sprang schnell nach dem Boot. Mit Anstrengung riß Amanda ihren Blick von dem schwimmenden Lämpchen los, das nun ganz still auf dem Wasser lag, die Flamme unbeweglich nach oben und nach Sie haben mich sehr neugierig gemacht, Exzellenz, mit dem, was Sie vorher von den drei Reier Rufen sagten. Wäre es sehr vermessen von mir, Sie zu bitten, uns hier an Ort und Stelle etwas davon zu erzählen? Wenn ich Ihnen damit einen Gefallen tun kann, antwortete Kala Rama freundlich, will ich herzlich gerne weiter erzählen. Die Plates, welche die gute Bärbele so sorgfältig im Hintersteven der Barke in Sicherheit gebracht hatte, wurden geholt, und da es hier keine geeignete Stelle gab, um sich gesellig niederzulassen, kehrte man zur Frontseite des Palastes zurück. Die Stufen, die zum Stupa-Palast hinunterführten, bildeten hier eine bequeme Reihe von niederen Bänken. Diese wurden mit den Plates bedeckt, und alle machten sich's bequem. Kalarama setzte sich auf die oberste Stufe und lehnte sich an einen Säulenstumpf. Mit dem ihm eigenen Zartgefühl bat er Arthur, neben sich Platz zu nehmen, damit dieser sich ja nicht als einen nur geduldeten Eindringling fühlen sollte. Der junge Schotte tat das umso lieber, als er auf diese Weise Amanda gerade vor sich hatte. Das volle Mondlicht strömte über sie nieder, seltsam glänzte in ihrem dunklen Haar der große gelbe Edelstein, den Arthur erst jetzt dort bemerkte und mit einem gewissen Missbehagen wiedererkannte. Garuda rollte sich zu ihren Füßen zusammen und schien mit seinen winzigen spitzen Ohren begierig das weitere von jenem furchtbar großen Schlangenstein zu vernehmen. Herr Steele hat nun freilich leider nicht den Anfang gehört, bemerkte Amanda. Er kommt in Medias Rees, meinte der Professor, wird sich aber wohl leicht zurecht finden. Ich glaube auch, sagte Kalarama, um so mehr als alles, was ich ihnen vorlas, doch eigentlich nur die Einleitung bildete. Ende von Abschnitt 26 Abschnitt 27 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Weltwanderer von Karl Gjellerup Zweites Buch Zehntes Kapitel Der Schlangenstein Zweites Hauptstück Teil 1 Als dieser Bau, dessen ehrwürdige Überreste uns jetzt umgeben, gerade vollendet war, hub Kalarama zu erzählen an, veranstaltete der Prinz Ayatasattu ein Gastmahl zur Weihe des Hauses, wozu er alle seine Freunde, vor allem aber den Hof eingeladen hatte. Unter den eingeladenen Gästen befand sich natürlich auch, als Bruder des Baumeisters, der Feldherr Mahim Sasa. Dieser stand noch immer zwischen dem Prinzen und seinen ehrgeizigen Plänen. Ayatasattu hatte letztere keineswegs aufgegeben, obwohl er bisweilen zu verzweifeln anfing und immer mehr der Meinung zuneigte, er müsse geduldig darauf warten, dass der Tod selbst als sein Verbündeter auftrete und mit seiner Schlinge den Greis aus dem Wege räume. Dies war jedoch eine etwas trostlose Aussicht. Immer genügsam, ja hart gegen sich selbst, hatte Mahim Sasa seit Jahrzehnten völlig wie ein Asket gelebt. Er bot dem Siegtum keine Schwäche dar und schien wohl das vedische Normalalter von hundert Lebensjahren erreichen zu wollen. Wäre der Feldherr nicht gewesen, welch günstige Gelegenheit zur Ausführung seines Vorhabens hätte ihm dann nicht dies festgegeben. Nach der schlaflosen Nacht, die ihm solche Gedanken bereitet hatten, trat Ayatasattu am Festtage auf diese Stufen hinaus, um zu sehen, ob am Himmel sich irgendeine Wolke zeige, die seinen Vorbereitungen Gefahr drohen könnte. Da bemerkte er drüben an der Ecke der Stupa ein seltsames Geschöpf, das geduckt und mit scheuen Bewegungen gleichsam spähend umher schlich. Es war ein fast gänzlich schwarzer Mann, nackt bis auf das rote Lendentuch. Sein Kopf war vor den Strahlen der Sonne hinlänglich durch das struppige Haar geschützt, das ihm fast bis über die kleinen, stechenden Augen hinunterreichte, sodass er keine Stirn zu haben schien. Die Nase war eingedrückt, der untere Teil des Gesichtes hervorstehend, mit sparsamem Bart und geschwollenen Lippen. In dem einen Nasenflügel steckte ein großer, eiserner Ring, als ob er mit einem Strick auf den Markt gezogen werden sollte, um verkauft zu werden. »Ich würde nicht viel für ihn geben«, lachte Ayatasattu bei diesem Gedanken. »Und doch, wer weiß«, fügte er hinzu, indem er auf den Vorplatz hinunter trat und sich ihm näherte. Irgendetwas an dieser sonderbaren Erscheinung weckte seine Neugier, ja, zog ihn an. Dem schwarzen Mann schien es ähnlich zu gehen. Er schlich in einem Bogen um den Prinzen herum, wie ein Raubtier, das nicht weiß, ob es die Flucht ergreifen oder losspringen soll. Gebieterisch winkte der Prinz ihn näher. »Was suchst du hier, schwarzer Hund?« Der so Angeredete grinste, halb schlau, halb furchtsam, sodass seine weißen, spitzen Wolfszähne sich zeigten, und den Korb streichelnd, den er unter dem Arme trug, sagte er mit einer kriechenden Verbeugung »Rayanaga, Kobra, Tanzen, Herr!« Ajatasato forderte ihn mit einer Handbewegung auf, seine Künste zu zeigen. Sofort setzte der Schwarze sich in kauernder Stellung auf die Erde nieder, schlug den Deckel des Korbes zurück, in welchem man nur große grüne Blätter gewahrte, und begann auf einer kleinen, aus Rohr und Kürbis gefertigten Pfeife eine schaurige, einförmige Weise anzustimmen, die bisweilen durch schrille Flötentöne unterbrochen wurde. Die Blätter fingen an, sich zu bewegen. Erst der Kopf, und dann der ganze Körper einer Schlange glitt über den Rand des Korbes hinaus, ringelte sich auf dem Boden, richtete sich in die Höhe und blähte die Haube auf. Ajatasato trat unwillkürlich einen Schritt zurück. Nie hatte er eine Kobra von solcher Größe gesehen. Sie war vorzüglich abgerichtet. Manchmal nahm der Schwarze die rechte Hand von der Flöte und schnalzte mit den Fingern nach dem Schlangenkopf hin, der mit der geklüfteten Zunge spielte und bisweilen nach dem Finger schnappte, sodass die großen Giftfangen sichtbar wurden. Und der Schwarze grinste. »Nur Spiel! Gut, Nager! Zärtlich wie ein Hündchen!« Der Prinz stampfte ungeduldig auf. »Genug, der Possenkerl! Lass dein Getue und höre mich an!« Der Schlangenzähmer legte sofort die Flöte beiseite, hieß die gehorsame Schlange in den Korb Griechen und drückte behutsam den Deckel zu. »Du bist nicht, was du scheinen möchtest. Du bist kein Gaukler«, sagte der Prinz mit einem strengen Blick. »Wo kommst du her?« Der Schlangenzähmer streckte die Hand gegen Westen aus. »Weit, weit her, o Herr, von dort, vom Sonnenuntergang.« »Du lügst. Dort gegen Westen sitzen Arier, edle Stämme, weißhäutige Männer, echtesten Geblüts, Götter entstammt. Du aber, schwarzer Hund, gehörst den Affensprossen im Norden an.« Der Schlangenzähmer schüttelte den Kopf. »Nein, nein, dort, wo die Sonne.« »Schweig«, unterbrach ihn der Prinz. »Du bist den Schlangenanbeter in den Gebirgshöhlen entstammt.« »Leugne nicht. Ich kenne die rauhen Kehlaute deiner Stimme. Auch weiß ich wohl, warum du hier herumschleichst.« »Rajanaga vorzeigen, Herr«, sagte der Schwarze. »Ich spiele, sie tanzt. Uns beiden schafft sie Nahrung, mir und sich selbst, die kluge Schlange. Zittere, Schelm«, rief der Prinz, »du bist des Todes, wenn du noch einmal lügst.« »Ich zittere, Herr, sieh, wie ich zittere«, flüsterte der Schlangenzähmer. Und in der Tat schüttelte die Angst seinen ganzen Körper wie Fieberfrost. »Und du hast Grund dazu«, sagte Ayata Satu kalt. »Weiß, weiß, bist stark, bin schwach«, stöhnte der Elende. »Der Stolz unseres ganzen Landes, der Greiseheld, der in hundert Schlachten siegreich unser Heer geführt hat, und wenn Feinde nahen noch führen wird, der edle Mahim Sasa.« Als ob dieser Name ein Stück hingeworfener Lockspeise gewesen wäre, machte der Schwarze eine unwillkürliche, raubtierartige Bewegung. »Du kennst den Namen?«, fragte Ayata Satu plötzlich und scharf. Aber der Schlangenzähmer kauerte schon wieder schlaff vor ihm, mit blöder Stirn vor sich hinblickend. »Ich? Oh nein, Mem Sasa? Niemals nicht gehört.« »So höre ihn denn und merke ihn dir, denn der Name Mahim Sasa sollte keinem deines Stammes fremd sein.« Mahim Sasa war es, der vor zehn Jahren die schwarze Hand, die höhlenbewohnenden Schlangenanbeter besiegte und uns völlig unterwarf. In ihr Heiligtum drang er hinein und schlug den Schlangengott, der täglich ein Kinderhirn als Opferschmaus fraß. Aus seinem Schuppenkopf aber nahm er den Edelstein, der eure Tempelgrotte erleuchtete, und trägt seitdem an seinem Stirnband diesen wundermächtigen Stein, der gegen Pfeil und Schwert und Speer ihn feit, auch gegen Schlangenbiss. »Nicht gegen Rajanagas!«, rief der Schwarze mit zischender Wut. Ayata Satu lachte laut auf. »Aha! Dachte ich's mir doch!« Aber der Wilde war schon wieder in seine schlaffe Blödigkeit zurückgesunken und murmelte mit abgewandtem Blick, »Meine nur nicht glauben, Rajanaga, scharfes Gift, Gift der Gifte, glaube nicht, niemand ist gefeit.« »Schweig, feiger Hund!«, herrschte Ayata Satu ihn an. »Du hast dich verschnappt.« »Oh, jetzt kommst du zu spät mit deinen Ausreden.« »Die, du glaubst nicht!« »Oh, du weißt es nur zu gut, der du hier mit deiner Rajanaga nach dem Schlangenstein fahndest.« »Den zu gewinnen, du hergekommen!« Diese Worte übten eine vernichtende Wirkung auf den schwarzen Schlangenzähmer aus. Er richtete sich in den Knien auf, hob die Hände gegen den Himmel, und platt vor ihm niederfallen, schlug er die Stirn gegen den Boden. »Oh, Herr, schone mein Leben! Gnade, Herr, du weißt alles, schone nur mein Leben!« »Schrankwinschruh, nicht arm!« »Oh, unter den seinen nicht eisernen Ring in Nase, Goldring in Nase!« »Schrankwinschruh zeigt dir, wo Schätze ruhen, unermesslich große Schätze, von Schlangen bewacht, Edelsteine wie Eier!« Mit einer gebieterischen Bewegung unterbrach ihn der Prinz. »Ich schenke dir das Leben, ja, wenn du mir alles eingestehst. Aber versuche nicht, mich zu hintergehen.« Der Schlangenzähmer fing an, den Prinzen anzureden, erst mit unterwürfiger, von kriechenden Bewegungen unterstützter Stimme, nach und nach aber mit wachsender, bis zum dämonischen Triumph sich steigernder Leidenschaft, die, fortgerissen durch Wut und Hoffnung, nunmehr die vorhin so sparsam und zerstreut kommenden Worte schnell fand und verbannt, zumal seine stotternde Sprachschwierigkeit mehr gestellt, denn wirklich gewesen war. »Dich hintergehen? Wie könnte ich, Herr? Wer könnte? Weißt alles. O Herr, du saßt, Rajanaga, zahm, zärtlich wie ein Hündchen. Ein Kind kann mit ihr spielen, wenn ich flöte. Doch sieht die Kluge den Stein im Dunkeln leuchten, den Stein, den einst ihr Vater, der Schlangengott, als Auge in die Stirne gefügt besaß, in der dunklen Tempelgrotte thronend, den Mann, der den Stein trägt. Ihn beißt die Naga, und alle Kräuter Indiens, aller Zauber, selbst der götterstarke Garuda-Spruch, den euer Priester kennt, sie retten nicht den Mann, den Rajanaga beißt.« Nach diesem Ausbruch sank der Wilde sofort in sein kriechendes, tierisches Wesen zurück. Ajatasattu betrachtete ihn eine kleine Weile mit einem durchbohrenden Blick. »Du hast wahrgeredet. Diene mir getreu, und du sollst den Schlangenstein haben.« Ein gellender Schrei aus der Kehle des Wilden dankte ihm. »Ja, du kriegst den Stein. Du hast mein Wort. Doch solltest du dich unterwinden, auch nur das Geringste auf eigene Faust zu tun, ich sage dir, es wäre dir besser.« Der Wilde erhob die Hände wie abbittend. Dann, als Ajatasattu schwieg, ergriff er dessen rechten Fuß, und seinen Kopf an den Boden drückend, setzte er den Fuß auf seinen Nacken. »Schrankwinschru, großer Häuptling seines Stammes, Schrankwinschru ist dein Sklave.« »Sei es mit Haut und Haar,« antwortete Ajatasattu, »und du wirst es nicht bereuen.« »Jetzt aber verbirg dich, wie du selbst es willst, denn das verstehst du doch wohl nach Schlangenart. Schlüpfe in ein Loch, verschwinde, als hätte dich die Erde verschlungen. Doch wenn hier drei Reiherrufe ertönen, dann sei zur Stelle.« Der Schwarze kreuzte die Arme über die Brust und berührte die Erde mit der Stirn als Zeichen des Gehorsams. In diesem Augenblick sah Ajatasattu, dass von dem Mangohain der Nonnen her, der hinter der Stupakuppel seine blühenden Wipfel erhob, eine Schwester mit langsamen Schritten sich näherte. »Die Nonne,« murmelte er, »gut, auch die kann ich gebrauchen. Wer auf verschiedenes Wild ausgeht, braucht verschiedene Hunde. Doggen für den Eber, Windspiele für Gazellen.« Mit einer herrischen Handbewegung wandte er sich an den Schlangenzähmer. »Fort, schwarzer Hund!« Der Schlangenzähmer ergriff schnell seinen Korb und lief mit tierischer Schnelligkeit davon. »Und nun die gelbe Hündin angeködert,« murmelte der Prinz, sich an die Nonne wendend. Diese hatte sich still und unauffällig, niedergeschlagenen Blickes, an diesen Stufen hingestellt. Eine schlanke Gestalt, vom Scheitel bis zu den Füßen in einen lachsfarbenen Mantel gehüllt, der mit seinen geraden Falten das edle Gesicht streng umrahmte. In der rechten Hand hielt sie eine irdene Almosenschale. Mit einem verbindlichen und ehrfurchtsvollen Lächeln um die Lippen trat der Prinz auf sie zu und verbeugte sich tief. »Gepriesen seien deine Schritte, ehrwürdigste Isidasi, die dich heute mit leerer Schale zuerst an meine Schwelle führte. Hochgepriesen seien sie. »Nicht weiter wolle wallen, fromme Schwester. Erlaube mir mit eigener Hand deine Schale bis zum Rand zu füllen und so das leichte Mittel zu deiner heutigen Lebensführung zu schaffen, gleichzeitig mir selbst verdienst von ihrer Heiligkeit erwerbend.« Isidasi beugte dankend den Kopf. Schnell stieg Ajatasato die Stufen zur Halle hinab und rief den Dienern, dass sie eiligst die besten Speisen aus der Küche herschaffen sollten. Dann wandte er sich wieder an Isidasi. Ein Fest, ehrwürdigste, wird heute in meinem Hause vorbereitet, dessen Bau gerade jetzt vollendet worden ist, um diese geringe Behausung einzuweihen und dadurch, dass ihr Dach eine hohe und würdige Gesellschaft überschattet, bleibenden Segen für seine Hallen zu gewinnen. »Mein erlauchter Bruder, der Fürst und sein erhabenes Gemahl tun mir heute die Ehre an, bei mir zu speisen. Auch der Feldherr kommt, der greise Mahim-Sasa, der eurem Orden herzlich zugetan ist. Baku, der Meister, der mir diese Wohnung errichtet, und dessen hoher Sinn dieses wunderherrliche Heiligtum«, dabei zeigte er auf die Stupa, »erschaut und erbaut hat, hat freundlich zugesagt, und mit ihm dein Liebling«, »aller Liebling in der Tat«, die Holde Amara, seine Tochter.« »Würdest du, ehrwürdigste, bei diesem Fester anwesend sein, so wäre das ja schon ein Segen für mein Haus. Es würde uns allen die höchste Freude bereiten, und nicht am wenigsten Amara, die dich wahrlich als eine Mutter ehrt, und die sich wohl sonst etwas fremd fühlen dürfte, wo keine Hausfrau waltet, wie leider bei mir. Doch darf ich auch auf eine solche Gunst hoffen?« Durch eine Neigung des Kopfes gab Isidasi schweigend ihre Zustimmung. Dankend verbeugte der Prinz sich, die Hände über die Post gekreuzt. »Dank dir, ehrwürdigste, durch diese Gunst ermutigt, bitte ich jetzt um Erlaubnis für die Hallen der Schwestern in dem Mangoheine, die jetzt, wie ich höre, vollendet steht, die Matten stiften zu dürfen. Ein geringes Weihgeschenk freilich, doch bei euch gibt ja die Gesinnung des Gebers erst der Gabe den wahren Wert. Und könntest du in meinem Herzen lesen?« Der Blick Isidasis, der sich plötzlich vom Boden erhob und dem Seinigen mit seltsamem Leuchten begegnete, unterbrach seine Rede. »Ich lese darin.« Die unerwartete Unterbrechung hatte den Prinzen offenbar verblüfft, und er schien durch ihren Blick seltsam beunruhigt zu sein. Doch antwortete er sofort mit einem etwas erzwungenen Lächeln. »Das hoffe ich. Zweifle auch nicht daran, denn du bist ja weise.« »Denn also sagt der Buddha, der Erhabene, »ich habe meinen Jüngern auch jene Pfade gewiesen, auf denen sie das innerste Herz der anderen Wesen durchschauen. Das edle Herz als edel, das gemeine als gemein, das hasserfüllte als hasserfüllt, das freigemachte Herz als freierkennen. So gewahre ich Herz und Herzensart. Soll ich dir deine deuten?« »Deute sie, Herzenskundige,« antwortete der Prinz. »Ich danke dir, denn sein eigenes Innerstes kennt der Mensch ja nicht.« »Du denkst, die Nonne, die hier so sitzsam vor mir steht, ist eine Gleisnerin, denn heiligen Wandel, Keuschheit und Seelenreinheit gibt es nicht. Das alles ist nur heuschlerisches Wesen. Wie, wenn ich sie mir jetzt mit klugen Schmeichelworten und mit reichen Gaben ködern könnte, dass sie meine Liebessache bei Amara betreibt und durch falsche Rede das fromme Kind in meine Arme jagt. Als Kupplerin für wahr taugt Isidasi. Erschrocken trat der Prinz zurück. »Was sagst du, Heilige? Willst du mich auf die Probe stellen?« »Soll ich dir noch mehr sagen? Wie? Soll ich etwa von der Fürstin sprechen, bei der du keine Kupplerin brauchst?« »Schweig«, rief der Prinz. »Selbst für einen Scherz geht dies zu weit.« »Oh, deine Scherze, Prinz«, antwortete die Nonne, »die gehen weit, zumal beim Fest.« Als diese Worte mit bedeutsamer Betonung von einem durchbohrenden Blick begleitet, ihm gleichsam entgegengeschleudert wurden, zuckte Ayatasattu sichtbar zusammen. »Muss ich auch von dem Feste dir sprechen?«, fuhr die Nonne nähertretend und mit erhobener Stimme fort. Ayatasattu erblasste. »Was kann sie von meinem Vorhaben beim Feste wissen?«, dachte er, »von dem ich noch niemand etwas sagte, ja, das kaum noch in meinen Gedanken reif ist.« »Oh, sie denkt gewiß an jenes Fest beim Hofe im Penjab, wo mein Anschlag mißlang. Diese Bettelnonnen hören ja durchwandernde Brüder und Schwestern, was in dem entferntesten Winkel vorgeht. Möge sie die Pest holen, die faulen Schwätzer.« Aber ihre nächsten Worte belehrten ihn eines Besseren. »Muss ich dir vom Feste sprechen und von dem, was du dort vorhast?« »Ich?«, stammelte der Prinz. »Was habe ich vor? Du träumst.« »Nein, du träumst, Prinz.« Und böse Träume. »Doch sprich nicht mehr vom Feste mit Erwachten. Lade sie nicht ein, damit nicht deine Stimme, der süßen Worte spottend, dich verrate, dich, der du, Verrat im Sinne, Schüsseln füllst.« Gerade als sie diese Worte mit drohender Stimme und gebieterischen Gebärden an den blaß und verwirrt darstehenden Prinzen richtete, erschienen auf den Stufen mehrere Diener mit goldenen Schüsseln. Ajatasatu winkte sie heran und begann, die Almosenschale Isidasis zu füllen. »Wie sagtest du noch, Erwürdigste, dass ich, Verrat im Sinne, Schüsseln fülle?« »Bei deiner Schüssel wahrlich trifft dies nicht zu. Denn was die anderen angeht, dass ich's gestehe, die möchte ich allerdings heute Abend gern verraten an die schnöde Sinnenlust. Doch darüber bist du ja erhaben. Dir haftet nichts an, wie das Wasser nicht am Lotusblatt. Und so wähle ich denn ohne Furcht für dich die feinsten Leckerbissen aus. Was für andere ein süßes Gift ist, das nur des Lebensfieber noch tödlicher schürt, dir kann ich ja damit nicht schaden.« Isidasi blickte ihn ernst an. »Niemand kannst du schaden, Thor, als nur einem, dir selbst. Und helfen kann dir niemand, als du selbst.« Als sie diese bedeutungsvollen Worte gesagt hatte, wandte sie sich und ging langsam nach dem Mangoheine der Nonnen zurück. Ayatasattu stand noch an demselben Ort, finster vor sich niederblickend, als sein Hauspriester Baradvaya mit allen Zeichen der höchsten Erregung aus der Vorhalle seines Palastes trat und die Stufen hinunterschritt. »Prinz, hast du schon gehört?« rief er, noch bevor er an der Seite Ayatasattus war. Dieser blickte fast zerstreut in die Höhe. »Nun, was gibt's denn Neues, was dich so aufregt, edler Baradvaya? Ich denke, einem Priester ziemt es, seine Würde zu wahren, was auch die Wandelwelt treibt.« »Wenn gegen die Götter gefräfelt wird, dann ziemt es dem Priester, sich selbst zu vergessen.« Ayatasattu lachte spöttisch. »Dann müssen die Götter wohl unangefräfelt leben, denn meines Wissens geschah es noch nie, dass ein Priester sich selbst vergaß. Doch sprich, was ist es?« »Dein Bruder.« »Narada, was ist's mit ihm?« fragte Ayatasattu mit plötzlicher Aufmerksamkeit. »Man sagt, ich kann es freilich kaum glauben. Zwar haben ja diese kahlen und fahlen, gottlosen Buddhamönche unseren Fürsten schon zu manchem Streich verleitet, der den Zorn der Götter sichtbar herniederrief, darunter das Land noch blutend stöhnt. Doch sollten diese Gerüchte sich bestätigen?« »Welche Gerüchte?« »Tausend Dämonen!« rief Ayatasattu vor Ungeduld stampfend. In diesem Augenblick ertönten dumpfe Trommelschläge aus nächster Nähe. Kinder und junge Männer, Leute aus niederer Kaste, Handwerker, Tagelöhner, strömten herein und drängten sich um die Stupa zusammen. »Nun werden wir jetzt erfahren, ob es erlogen oder übertrieben ist,« antwortete Baradwaja, »und hoffentlich bleiben meine Lippen verschont, mit Unrecht einen Bruder des Frevels zu zeihen, der bis zum Throne des Indra schreit.« Er stieg wieder die Stufen hinan, um den Volksauflauf besser übersehen zu können, während der Prinz reglos stehen blieb. Ein öffentlicher Ausrufer, von einem Trommelschläger und zwei Hornbläsern begleitet, trat jetzt heran und stellte sich vor der Stupa auf. Die große Trommel schwieg, und ein Hörnerruf ertönte, worauf der Ausrufer mit lauter Stimme Folgendes verkündete. »Merkt auf! Der Fürst Narada tut kund. Mitleid mit allem, was lebt und leidet, lehrt der Erhabene, der Meisterherr, der Buddha. Und so verbiete ich fürderhin in meinem Reiche das Schlachten der Haustiere. Auch am Altar gilt dies Verbot. Unblutig ehrt die Götter.« Die Hörner erschollen, die Trommel wurde gerührt, und der Ausrufer entfernte sich, von seinem jauchzenden Gefolge begleitet, um die Botschaft des Fürsten in den nächsten Dörfern zu verkünden. Baradwaja trat wieder auf den Prinzen zu. »Hast du gehört, mein Sohn?« fragte er mit erkünstelter Ruhe. »Noch habe ich Ohren.« »Doch kein Herz, wahrlich,« sprach der Brahmane heftig, »da du ruhig hier stehen kannst und zuhören, wie unser heiliger Opferdienst von deinem Bruder verboten wird.« »Und das zur größten Lust des Volkes, wie es scheint,« bemerkte Ayatasattu mit aufgestacheltem Spott, der auch am Priester nicht verloren ging. »Das Pest dieses Pöbelpack vernichte,« rief er und spuckte verächtlich aus. »Oh ja, das glaub ich, das ist Ihnen lieb zu hören, unblutig ehrt die Götter. Freilich, dann braucht ja niemand mehr sein gutes Geld für einen Opferwidder oder einen Stier herzugeben. Und die paar Blumen, die dem Ketzer Götzen hingelegt werden, hat man ja für ein gutes Wort. Was man nachher verliert, wenn Hungersnot, Viehseuche, Pest und Überschwemmung auf Indras Zorngebot das Land verheert, ja, daran denkt niemand jetzt.« »Man muss das Volk darüber aufklären, Priester.« »Prinz, man wird es aufklären.« »Und zwar sofort,« drängte Ayatasattu, »denn dieses Verbot ist gar wohl dazu geeignet, unseren Anhang anzuspornen und uns neue Kräfte zuzuführen. »Lasst nur diese Hungerleider Beifall schreien, die ja doch kein Fleisch zu kauen kriegen. Ihr Brahmanen, die ihr von Opferfett trieft, die Krieger, die gewohnt sind, ihre Kraft durch Rindermark zu stärken, ihnen wird diese Botschaft zeigen, wo sie hingehören.« »Oh, das wissen Sie schon, daran fehlt es nicht,« antwortete der Priester. »Das Missvergnügen wächst schon breit und hoch.« »Allein, was hilft uns das, solange der Greisefeldherrn noch neben dem Thron als eine treue Stütze steht?« »Du weißt ja, dass ohne ihn, und gar gegen ihn, kein Krieger seinen Arm erhebt. Längst schon hast du gesagt, du würdest durch List ihn von hier entfernen. Dein Witz scheint aber zu kurz zu sein.« »So ist denn Mahim Sasa deine einzige Sorge?« fragte Ayatasattu. »Nun, wer sonst?« »Dann sei getrost, Brahmane.« »Was sinnst du, Prinz?« »Bedenke doch, er ist gefeit, der Schlangenstein.« »Schützt ihn zwar gegen Männer, nicht aber gegen Tiere und tote Sachen.« »Ach, die vermögen wir nicht zu lenken«, seufzte der Priester. Diese Kraft besaßen zwar unsere Altvorderen. Da leitete der Zauberspruch den Blitz. Der Blick des zornigen Asketen sandt tödliche Krankheiten aus. Seine emporgestreckte Hand ließ einen Felsensturz den Schuldigen begraben. Das war einst. Doch in diesen Zeiten verfallenen Glaubens kommt selbst dem Frömmsten solche Kraft abhanden. »Also selbst dir?« fragte Ayatasattu mit schneidendem Spott, der aber an der Dickhäutigkeit des Priesters völlig abglitt. Denn diese Frage missverstehend blickte der Hauspriester den Prinzen ernst und kopfschüttelnd an. »Mir auch«, rief er. »O Prinz, hoffe nichts von Priestersprüchen, noch von der Magiegewalt der Brahmanen. Die Götter trauen uns nicht mehr. Wir müssen uns ihre Hilfe erst würdig zeigen.« Ayatasattu zuckte die Achseln. »Nun, ich bin nicht selbst der Frömmsten einer. Doch du wirst erfahren, was ich zu lenken vermag. Hast du nun auch mein Haus geweiht, wie es sich gebührt, so dass es zum festlichen Empfang des Fürstenpaares bereit ist?« »Es ist geweiht«, antwortete der Priester, »und möge sein Gebälk einstürzen, wenn Mahim Sasa jetzt seine Schwelle betritt. »Es scheint ja, dass die Gäste schon nahen«, fügte er mit einem über die Schulter geworfenen Blick hinzu. »Wie? So früh?«, rief der Prinz. Sie hatten in ihrer Erregung nicht gemerkt, dass auf dem Wege vom nächsten Tor des Palastparkes ein stattlicher Zug von Elefanten daher schritt. Lauter Prachttiere, deren Perlen glitzernder Kopfputz und goldige Schabracken blendend strahlten und blitzten, während die großen Sonnenschirme sich über ihrem Rücken wie ungeheure Blumen leise schaukelten. »Der ganze Hof«, meldete Baradwaja dem Prinzen, der aus irgendeinem Grunde selbst nicht hinblickte, sondern näher vor die Stupa hintrat. »Donnerwolke, der alte Kriegsilf Mahim Sasa ist der dritte. In seinem Hauda sehe ich neben dem Feldherrnmeister Baku.« »Ist nicht auch seine Tochter Amara da?«, fragte der Prinz über die Schulter zurück. »Die schätze ich am meisten von seinen Werken.« »O ja, jetzt sehe ich sie.« »Blicke nicht mehr hin«, riet der Prinz ihm, und indem er in der Stellung eines Anbetenden vor dem Buddha-Bild der Stupa sich beugte, sagte er, »diesem seinem Werke will ich mich jetzt beugen. Das möge ihr gefallen und alle täuschen. Sie haben uns schon gesehen und dürfen keinen Argwunsch schöpfen. Stell dich deshalb jetzt an, als ob du mich wütend schältest, aber höre mich an. »Ich höre, Prinz«, antwortete der Brahmane. Ajatasattu erhob die Hand, als ob er ein Gebet an den Buddha richtete, und sagte mit klarer, ruhiger Stimme, »heute Nacht beim Fest stirbt Mahim Sasa.« »Prinz«, rief der Brahmane entsetzt, einen Schritt zurückweichend. »Recht so, Bharadvaja«, sagte Ajatasattu, »nur heftiger.« Die Mahnung war überflüssig. Jene unerwartete Verkündigung hatte den Priester in großen Schrecken versetzt. Mußte er doch befürchten, dass der Prinz, durch seine Vorwürfe angespornt, alle Vorsicht beiseite schiebe und irgendeinen verzweifelten Schritt vorhabe, der sie alle vernichten würde. Flehen streckte er die Hand nach Ajatasattu aus. »Aber bedenke, mein Prinz, ich bespöre dich keine Gewalt.« »Zufall, reiner Zufall«, antwortete der Prinz mit milder Stimme, »niemand wird uns beschuldigen, kein Verdacht wird sich regen. Du aber sorge dafür, dass alle, die es mit uns halten, zu meinem Fest zusammenströmen und bereit sind.« »Ich werde dafür sorgen, Prinz«, antwortete der Brahmane, ein wenig beruhigt. »Aber vergiß vor allem das Schelten nicht«, mahnte Ajatasattu, »doch merke dir, ich will nicht, dass mein Bruder getötet wird. Frei ziehe er seines Weges, wird er uns doch nie mit Waffen bedrohen. Mit einem rohen Lachen antwortete der Brahmane, »Sein Gewand sei der gelbe Mantel eines Buddha-Mönches und die Heimatlosigkeit sein Reich.« »Zu seinem Seelenheil«, setzte der Prinz fort, »wie dankbar muss er mir sein, dem kann er ja jetzt ganz leben. Ich nehme ihm die Last der Krone ab und eine ungetreue Frau dazu, »den ich dir jetzt schicke, erhabener Buddha, und nimm ihn gnädig auf und rechne es mir günstig an, dass ich ihn so befreie.« »Nimm ihn, du Götterfeind«, rief der Brahmane mit heftiger Gebärde, »und möge er die letzte Gabe von diesem Lande sein.« Während nun die beiden scheinbar sich zankend so sich unterhielten, waren die Elefanten schon in eine Frontlinie geschwenkt und auf einen Ruf der Lenker alle gleichzeitig niedergekniet, worauf die Insassen der Hodars herunterstiegen. Schon wollte Amara, die ihren Blick von dem Prinzen und seinem Hauptpriester nicht wegwandte, näher an die Strupe herantreten, als sie sich an einem Zipfel ihres Kleides zurückgehalten fühlte. Es war das Tier mit der Hand, wie unsere vedischen Altvorderen so sinnig den Elefanten nannten, der sie nicht gehen ließ. Mahimsasa, der sich soeben mit der Behändigkeit eines Jünglings heruntergeschwungen hatte, sagte lachend, »Ei, was hat denn unsere liebe Amara so in Anspruch nehmen können, dass sie vergißt, Donnerwolke den gewohnten Bissen zu reichen?« Errötend und verwirrt fand Amara in einer Falte ihres Kleides ein paar große Bananen, die sie für den Elefanten mitgenommen hatte, und kaufte sich durch die Gabe los. Deutlich konnte man jetzt die Worte vernehmen, die der sichtbar auf das höchste erbitterte Brahmane mit wahrer Donnerstimme, dem ihm den Rücken zukehrenden Prinzen nachschleuderte. »Ich aber, Baradwaja, der Priester, ich schüttele jetzt den Staub von meinen Füßen, Prinz, nimmermehr die Schwelle hier zu überschreiten. Nein, Abtrünniger, der du dich hier dem Ketzergotte beugst, suche dir einen anderen Priester für deine Hallen, deine weiten Höfe, wo von jetzt ab kahle, gelb gekleidete Asketen ein- und ausgehen. »Baradwaja, flucht dir und deinem Hause!« »O Erhabener«, rief der Prinz, seine zusammengelegten Hände gegen das Buddha-Bild ausstreckend, »lehre du mich solche Worte in Demut tragen!« Amara wandte sich zum Feldherrn und zeigte mit der Hand nach den beiden. »Sieh doch, o Heim, o Vater!« wandte sie sich dann an Meister Baku, der sich jetzt ihnen zugesellt hatte. »Siehe, wie der stolze Prinz so fromm vor dem Werk deiner Hände dasteht und so böse Worte demütig über sich ergehen lässt.« »Freilich ein wunderlicher Anblick«, meinte Mahim Sasa. Der Brahmane, der, im Begriff wegzugehen, sich ihnen einige Schritte genähert hatte, wandte sich noch einmal gegen den Prinzen und rief mit drohenden Gebärden nach, »Fluch dir und deinem Hause!« »Und dich«, wandte er sich nun an den Fürsten, dem er gegenüberstand, »dich, der du den Opferdienst verbietest, Fürst! Dich treffe der Zorn der Götter!« »Er treffe mich«, antwortete der Fürst mit milder Ruhe, »wenn sie blutdürstige Dämonen sind. Sind sie aber wirklich Götter, dann werden sie mich lieben, und euch werden sie nicht länger hassen, euch Brahmanen, weil ihr nun nicht mehr in ihren Tempeln unschuldige Geschöpfe hinschlachtet, jenen zur Schande und euch selbst zum Verderben.« Dann eilte Narada, ohne der Drohung des abgehenden Brahmanen zu achten, auf seinen Bruder zu und umarmte ihn herzlich. »Gesegnet sei die Stunde, mein lieber Bruder, da ich dich vor dem Bilde des Erhabenen Andacht üben finde.« »Mein Herr und Bruder«, antwortete Ayatasattu, »du wurdest wahrlich vom Geiste der Weisheit gelenkt, als du hier so nah an meinem Hause diese Stupa bauen ließest, die Bakus kunstreiche Meisterhand gar herrlich schuf, denn vor den Zügen dieses Heerenbildes mußte mein Herz wie Eis in der Sonnenglut zerschmelzen, und Sehnsucht nach dem Frieden, dessen Abglanz uns aus diesen Zügen entgegenstrahlt, ergriff mich.« Lächelnd wandte der Fürst sich an Baku. »Habe ich nicht immer gesagt, das sei ein Wunderwerk, und ein Wunder hat es auch schon bewirkt? »Vielleicht macht das die Andacht, Herr, die meine Hand geführt hat«, antwortete der Künstler. Mahamaya betrachtete das Buddha-Bild mit jenem oberflächlichen Blick, den große Herren und Frauen, die als Gönner auftreten, allemal für solche Werke übrig haben. In einem Ton, der nicht frei von Übermut war, und mit einem huldreichen, herablassenden Lächeln, dass der Meister in seiner durch Bewunderung für die schöne Frau gesteigerten Künstlereitelkeit für wahre Münze hinnahm, sagte sie, »Das Bild ist gut, und ich bereue es jetzt auch nicht, dass ich mein Badegeld für dieses Jahr, den ganzen Zins zweier Dörfer, auf Vergoldung und Edelsteiner daran verwendet habe.« Ayata Satu ergriff ihre Hand, und über diese sich beugend flüsterte er leise, mit schmeichelnder Stimme, »daher der Zauber.« Darauf wandte er sich an Baku. »Verehrter Meister, ich bitte, erkläre nun meiner neu bekehrten Unwissenheit, wie du uns hier den Buddha dargestellt hast.« »Mein Prinz«, antwortete Baku, »als ich vor dieser Aufgabe stand, da habe ich mir gedacht, was kann ich wohl Besseres tun, als meine fromme Tochter zu fragen, wie sie am liebsten ihren Herrn und Heiland abgebildet sähe.« »Das hast du wahrlich wohlgedacht«, sagte Ayata Satu und wandte sich sofort an Amara. »So möge uns des Meisters Tochter berichten, was sie zur Antwort gab.« Tief errötend und verlegen stand das liebliche Mädchen da. Mahim Sasa aber streichelte ihr leise den Kopf und ermunterte sie, dem Verlangen des Prinzen nachzukommen. »Der Prinz hat ja recht, von deinen Lippen erklingt es am lieblichsten.« »Du weißt ja, Ohaim«, fing Amara schüchtern an, indem sie dadurch Mut schöpfte, dass sie es nur dem guten Greis erzählte. »Du weißt ja, wie froh ich immer war, wenn ein Jakarta-Erzähler kam und uns aus den früheren Geburten Buddhas so manches wissen ließ. Sind es auch nur Märchen für das Volk, wie die weisen Nonnen behaupten, mir war alles heilig wahr, und manche Träne habe ich vor Rührung geweint, wenn er, als Tier im wilden Forst geboren, voll Treue und Liebe fröhlich sein Leben hingab, um seine Gefährten zu retten. So bat ich also den Vater, den Vollendeten unter dem Boda-Baum sitzend darzustellen, in jener Schreckensnacht, als er gegen Mara, den Bösen, die Erde als Zeugin seiner guten Taten in vergangenen Leben anrief. »So ist es denn«, flüsterte Ajatasato, »der goldene Mantel zwar die Gabe der Fürstin, die Seele des Bildes aber die Deine.« »Prinz«, sagte Amara erschrocken und verwirrt, »ach, rede doch nicht so, die Seele eines sündigen Geschöpfes.« »Gewiss nicht sündig, aber schwach«, scheint mir. »Du zitterst, deine Hand ist kalt, dein Auge brennt.« Baku trat bei diesen Worten näher heran und betrachtete seine Tochter mit einem tief bekümmerten Blick. »Ja, ich weiß nicht, was in diesen Tagen dem Kinde fehlt. Ein schleichendes Fieber scheint ihr zu drohen.« »Ja, das Mädchen siegt so dahin«, seufzte Mahim Sasa kopfschüttelnd. »Es macht mir rechten Kummer. Oh, es ist nichts«, antwortete Amara ausweichend. Aber der Fürst erklärte, so etwas dürfe nicht leicht genommen werden. Ihr Wohlsein sei ihnen allen gar zu teuer und er würde noch heute seinen eigenen Leibarzt zu ihr schicken. »Mich nimmt es wahrlich nicht Wunder«, sagte die Fürstin. »Wenn diese zarte Pflanze in einer Luft schmachtet, die jetzt so schwer, ja, gewitterschwanger ist, »dass selbst meine kräftig blühende Statur auch darin krankt.« Und indem sie sich zum Prinzen wandte und diesen mit einem festen, bedeutungsvollen Blick ansah, fügte sie hinzu, »Wie meinst du, lieber Schwager, ob nicht Indra bald diesen schwülen Dunst zu Wolken ballern wird und mit Blitzen und Gewitterluft die Erde erquicken?« Ihren Blick mit einem Ähnlichen erwidert, sagte der Prinz. »Die Priester, die solche Wetterzeichen wohl zu deuten wissen, sagen mir, sie seien gerade jetzt eines solchen Umschlags gegenwärtig.« Dann verbeugte er sich vor dem Fürsten und lud ihn ein, in den Palast einzutreten. »Nicht jetzt, lieber Bruder,« antwortete Narada. »Noch ist es zu früh. Wir beabsichtigen, uns nach dem Heine der Nonnen zu begeben, um uns dort die Versammlungshalle zu besehen, die unser Meister Baku sehr kunstvoll gebaut hat. Benutzen wir die Zeit.« »Ach, mir ist es wirklich gar nicht wohl,« sagte die Fürstin. »Der Tag ist mir zu heiß, und ich kehre lieber nach der Gartenhalle zurück, wo kühle Brunnen Labung spenden, um dort die Abendstunde abzuwarten. Ein anderes Mal, mein lieber Meister, wandte sie sich hultvoll an Baku, werde ich dein neues Kunstwerk bewundern.« »Bis diese ersehnte Abendstunde meine lieben Gäste nach meiner Halle ruft,« sagte der Prinz, »darf auch ich nicht müßig sein, damit sie nichts vermissen, was ihren Sinn festlich erfreuen kann.« Und nachdem er sich höflich verabschiedet hatte, trat er in seinen Palast hinein, wo die Vorhänge der Halle jetzt von den Dienern vorgezogen wurden, damit nicht die Hitze der Mittagsstunde zu sehr eindringe. Der Fürst aber, von dem Feldherrn, dem Meister und seiner Tochter, wie auch von seinem allerhöchsten Gefolge begleitet, begab sich zu Fuß nach dem Mangohain der Nonnen. Die Elefanten wurden zurückgeschickt, da für sie kein Gebrauch mehr war, denn der Fürst beabsichtigte, im Haine zu verweilen, bis die Abendkühle eintrat. Mahamaya blieb mit Nimbawati und ihren Frauen zurück, schickte sie aber bald fort, unter dem Vorwande, dass sie dort am heiligen Bilde in Einsamkeit um Heilung stehen möchten, denn ihr käme es vor, als ob ein schleichendes Fieber ihr in den Gliedern läge. Was das nun für ein Fieber war, verstand Nimbawati nur zu gut. Sie bat dringend, bei ihr bleiben zu dürfen, denn sie fürchtete, dass die Sehnsucht und die Ungeduld, die in der Fürstin raste, sie zu einem unüberlegten Schritt von gar zu großer Unvorsichtigkeit treiben könnte. Aber vergebens, Mahamaya wollte auf keine Vorstellung hören, und die Milchschwester musste ihrem ausdrücklichen Befehl gehorchen. Ende von Abschnitt 27 Gelesen von Hokus Pokus Abschnitt 28 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Weltwanderer von Karl Kjellerup Zweites Buch Kapitel 10 Der Schlangenstein Zweites Hauptstück Teil 2 Kaum war die Fürstin allein, als ihr Ausdruck und ihr ganzes Gebaren, die innere Unruhe, die sie fast aufreiben wollte, deutlich verrieten. Mit hastigen, gehetzten Blicken schaute sie hin und her, ob irgendwo ein Späherauge sie belauere, sprang dann von der marmornen Bank auf, worauf sie sich im Schatten eines blühenden Salerbaumes niedergelassen hatte, ging mit eiligen Schritten auf den Palast zu, blieb stehen, um mit der Hand das schmerzliche Pochen ihres Herzens zu hemmen, näherte sich wieder den Stufen, lauschte, sah sich nach allen Seiten um, trat näher, wich zurück, stieß einen Freudenschrei aus, als Ayata Satu nun zwischen den Falten der Vorhänge heraus schlüpfte und eilig zu ihr hintrat, indem er mit ängstlichen Bewegungen sie zu beschwichtigen suchte. Was wagst du, Mahamaya, bedenke? Oh, der Kranke muss es wagen, den Arzt zu suchen. Siehst du denn nicht, du Kalter, wie mir die Glieder zittern? Brennt dir nicht die Fieberglut der ausgeweinten Augen tief ins Gewissen, weil du mich so lange hast schmachten lassen? Zwei volle Tage, nein, drei, ich weiß nicht mehr, nicht einmal von fern dein Gesicht gesehen, nicht ein einziges Mal, und ich sollte doch gesund sein. Mit solchen ungestümen Worten und leidenschaftlichen Gebärden schmiegte sie sich an ihn. Glaubst du denn, Liebste, dass ich mich weniger gesehnt habe? versuchte er sie zu trösten, aber diese Worte gossen nur Öl ins Feuer. Ist es wahr, du hast dich gesehnt, wie ich? Sind das nicht leere Worte nur, mit denen du mich beschwichtigen willst? Oder hast du, wie ich, dich schlaflos mit schlaffen Gliedern auf dem Lager gewälzt und mit verweinten Augen das Zeichen betrachtet, dass ich mit spitzen Nägeln dir in den Arm ritzte? In der letzten Nacht, als ob mir ahnte, dass uns Trennung droht? Sag, du Liebster, hast du das getan? Nein, Mahamaya, antwortete Ayata Satu kühl, Ich bin ein Mann, ich träume nicht über Narben, ich schlage Wunden, denen, die uns beiden im Wege stehen. Und wenn ich dich auch gemieden habe, Oh, so hast du mich gemieden, rief das vor Leidenschaft misstrauische Weib, du gestehst es selbst, und ich glaubte, ich hoffte noch, weh mir. Ich habe dich gemieden, ja, weil jede Stunde, doch am meisten jede der verschwiegenen Nacht mir nötig war, nötig am Dienst unserer Liebe, um ihr den Palast zu bauen, wo sie fürstlich und sicher leben soll, statt obdachlos und scheu nach Diebesart umherzuschleichen. Hast du denn nicht verstanden, was ich vorhin von den Wetterzeichen sagte? Du fragtest doch selbst danach. Mahamaya strich verwirrt mit der Hand über die Stirn. Von Wetterzeichen? Oh doch, ich hatte schon vergessen. Ach, ich kann nichts mehr behalten, und meine Sinne schwinden mir. Sag schnell, hab ich dich recht verstanden? So steht es bevor, du reißest meinem frömmelnden Gemahl das Diadem vom Kopfe? Ich tue es noch heute Nacht. Doch Mahim Sasa, oh, für ihn ist schon gesorgt. Es ist ein hohes Spiel. Murmelte Mahamaya zitternd. Und eines, das ich gewinnen muß und werde. Darum nur wenige Stunden noch im Zwang gelebt und Vorsicht geübt. Dann wirft unsere Liebe stolz den Schleier von sich, und wir gehören uns vor den Augen aller Welt, der Fürst und die Fürstin des Landes. Mahamaya sank wie überwältigt auf die Bank nieder. Noch heute Nacht, in wenigen Stunden nur, flüsterte sie vor sich hin. Ganz dein, ich kann es kaum fassen, der Gedanke benimmt mir den Atem. Fasse dich, sei stark, beschwor der Prinzi. Aber sie starrte wie traumverloren vor sich hin, murmelte halblaut mit blassen, zuckenden Lippen. Im hellen Tageslicht, im Glanz der Sonne, was bis jetzt sich nur bei Sternenschimmer scheu hervorgewagt, wie ein Traum lautlos im Dunkeln lebte, selbst sein eigenes Licht, und wird es dasselbe werden? Werde ich dieselbe dir bleiben, angetraut und erlaubt? Das Lager hoch auf goldenen Stufen errichtet, Elfenbein geschnitzt und purpur bedeckt, nach Sandelholz duftend, sanft von Silberlampen erleuchtet und weich umflutet von klingenden Harfentönen. Ach, wird das dich auch so unwiderstehlich anziehen, wie jene traute Laube, duftgesättigt vom Hauche des Jasmin, geheimnisvoll vom unsicheren Sternenlicht durchwoben, das Silbern zwischen tauigen Blättern glänzt, jenes verborgene Nest gestohlener Liebeswonnen, wo noch ein Echo lebt von seligem Flüstern, von heißen Küssen, von Seufzern tiefster Sehnsucht. Ach, nur daran zu denken! Der Kopf sank ihr zurück auf die Lehne der Marmorbank. Schweißtropfen glänzten zwischen den Perlen des Stirnschmuckes, ihre Brust flog, ihre Augen schlossen sich, und sie schien einer Ohnmacht nahe zu sein. Ayatasattu beugte sich über sie, und mit zärtlicher Stimme und vorsichtigen Liebkosungen versuchte er sie zu beruhigen. »Wenn ich nur dich habe, was kümmert mich dann Jasmin, was Sandelholz und Purpur, wenn ich nur deinen göttlichen Leib umfange?« Mahamaya ergriff seinen Arm, wie ein Ertrinkender sich an den Retter festklammert. »Wirklich? Ist es wahr? Meinst du das?« »Wie kannst du fragen, Liebste?« Das Wort sollte versichernd sein, klang aber in ihren argwöhnischen Ohren fast ausweichend. »Du flüsterstest Amara so schmeichelnd zu«, stammelte sie. »Aus reiner Vorsicht, es kann leicht Verdacht erregen, wenn ich einem schönen Mädchen zu kühl begegne.« Wie von einer Wespe gestochen fuhr die Fürstin auf. »Schön nennst du das Püppchen?« »Oh nein, nicht ich. Wie könnte ich, wenn ich sie mit dir vergleiche? Aber« Mahamaya unterbrach ihn heftig. Sie erblasste, sie zitterte bei der Berührung. »Wenn das Mädchen wagt, wenn du...« »Was fällt dir ein?« rief der Prinz. »Was ist dir?« Mit einem wilden Aufschrei warf sich ihm die Fürstin um den Hals. »Ach, Ayatasattu, lieber töte mich sofort!« »Komm zu dir selber, Mahamaya, sei doch nicht so...« Die Worte erstarben auf den Lippen des Prinzen. An der Ecke des Palastes stand Amara. Sie mußte sich mit sichtbarer Anstrengung am Pfeiler aufrechterhalten und hatte nicht vermocht, einen leisen Aufschrei zu unterdrücken, als sie so plötzlich das Paar gewahrte. Denn um der Sonnenglut des Platzes zu entgehen, war sie im schmalen Schatten des Hauses hergeschlichen und hatte die beiden bisher ebenso wenig gesehen, wie sie von ihnen hatte bemerkt werden können. Ayatasattu fasste sich schnell und winkte sie mit eifriger Handbewegung heran. »Komm, Amara, hilf mir! Sie, der Fürstin schwindelt! Eine Ohnmacht befiel sie!« Aber Mahamaya raffte sich mit furchtbarer Anstrengung auf. »Nur ein leichter Anfall«, sagte sie mit kaltem Lächeln. »Die Ärmste dort wird mir nicht viel helfen können.« Und mit spitzem, anzüglichem Tone fügte sie hinzu, »Sie scheint ja noch kränker zu sein als ich selbst, und zwar wohl an demselben Siechtum.« Zu ihrer größten Verwunderung warf sich Amara ihr jetzt zu Füßen. »O Fürstin, du kannst mir helfen, du kannst mir Heilung verschaffen.« »Heilung? Ich dir?« »Ja, wenn du bei meinem Vater Fürbitte tun willst, dass er mir die ersehnte Erlaubnis gebe, in den heiligen Orden des Buddha einzutreten.« »In den Orden?« rief Ayatasattu erschrocken. Mahamaya betrachtete mißtrauisch und finster das knieende Mädchen, dessen Blick am Boden haftete. Dann lachte sie verächtlich. »Ist es möglich? Danach also steht dein Herzenswunsch, und dein Vater will es nicht erlauben?« »Ach, ich konnte es ja nicht über das Herz bringen, ihn zu bitten, denn es würde ihm bitteren Schmerz bereiten. Doch ich kann nicht mehr in dieser Welt der Sünde und des Todes leben. Du hörst ja selbst, Fürstin, wie mein Vater befürchtet, und auch der Oheim, dass ein schleichendes Fieber an meinen Lebenskräften zehrt.« »Wie?« »Dieses Fieber sollte Sehnsucht nach dem gelben Nonnenmantel sein?« lachte die Fürstin spöttisch. »Es ist die Sehnsucht nach dem Heil, nach einem Herzensfrieden, der nicht in der Weltlichkeit zu finden ist. Die frommen Worte der heiligen Isidasi haben mein Herz aus dem trüben Sinnestraum erweckt. Sie zeigten mir den Weg nach dem zeitlos höchsten Ziel, nach der Wahnerlöschung, und gleich einem der himmlische Musik vernahm und dem Misstöne aller Art, seitdem das Ohr zerschneiden, so schmachte ich, o Fürstin.« »Du sollst nicht länger schmachten,« sagte Mahamaya, und streichelte ihr herablassend die Wangen. »Sei getrost, mein Kind. Ich und der Fürst mit mir, wir wollen beide deinen Vater bitten, heute bei dem Feste.« »O nein, sofort!« »Sofort?« fragte die Fürstin verwundert. »Ja, jetzt ist die Zeit und auch der Ort dazu, denn der Fürst hat mich ja hergeschickt. Er lässt dich sehr bitten, wenn es dir irgend möglich ist, zu ihm zu kommen, um dir die neue Halle zu besehen und ihm einen guten Rat zu geben. Denn wie dort den lieben Schwestern zuliebe alles am besten eingerichtet werde, das, meint er, kann ihm nur ein Frauenblick sagen. So bat ich ihn um Erlaubnis, dir diese Botschaft zu bringen, und der Fürst hat seine eigene Sänfte geschickt, damit der Weg dich nicht ermüde.« »Dann muss man freilich sich dazu bequemen,« sagte Mahamaya. Auf einen Wink Amaras trugen die reich gezierten Diener eine goldglänzende Sänfte heran. »Auf Wiedersehen beim Feste, mein Prinz,« sagte Mahamaya, und fügte leise hinzu, »Ich tat doch der schwärmerischen Närrin Unrecht.« Mit den Worten, »Sei unbesorgt, mein Kind, ich werde deine Sache nicht vergessen,« setzte sie sich in der Sänfte zurecht, mit der sich die Diener sofort entfernten. Amara wollte ihr folgen, aber Ayatasattu vertrat ihr mit halb beschwörender, halb drohender Gebärde den Weg, sodass sie in sichtbarer Verwirrung unentschlossen stehen blieb. »Kaum konnte ich mich bezwingen,« rief der Prinz. »Ich vermag es nicht zu fassen. Du, eine Nonne!« »Wenn der Vater es erlaubt,« stammelte Amara schüchtern. »Ich aber nicht,« rief Ayatasattu, fast außer sich. »Du nicht?« »Ich sollte dich mit geschorenem Kopfe sehen, in der groben Hülle des fahlen Fetzenmantels, dessen plumpe Falten kaum die Knospenhülle deines jugendlichen Körpers ahnen lassen? An meiner Schwelle, hier an diesen Pfeiler gelehnt, sollte ich dich warten sehen, den Blick traurig zu Boden senkend, deinen Napf mit Bettlerbrocken blöde vor dich hinhaltend?« Amara lächelte mild. »Du würdest mich dann sicher nicht mit leerer Schale von dannen wandern lassen, und so würde mein Bettlergang dir selbst zum Verdienst gereichen.« Ayatasattu lachte wild auf. »Ich sollte dir gar die Schale füllen, wie ich es vorhin mit Isidasi tat?« »Warum nicht?« »Warum nicht?« »Bei dem blumenfeiligen Gott!« »Warum nicht deine Schale schaumbegrenzt vom feurigen Wein an deine Lippen pressen, bis sie vom Rausche lachten, und deine Fetzen von deinen Schultern zerren, und deine goldlichte Schönheit auf das Lager werfen, eine Opfergabe für Kama, den Weltenherrn!« Zitternd, aber mit einem Ausdruck von großer Würde trat Amara zurück, und ihr verweisender Ausruf »Mein Prinz!« unterbrach schneidend den wilden Wortstrom des Erregten. »Mein Prinz!« »Ja, dein!« »Verstehst du, was du sagst? Bist du denn blind gewesen, oder ist dir meine Liebe so?« Mit erregter Stimme fiel ihm Amara ins Wort. »Schweig! Es nimmt mich wahrlich Wunder, wo du nur den Mut hernimmst, mir von deiner Liebe zu sprechen, mir, der sie allein gegolten hat und gilt,« rief der Prinz. »Mir, vor deren Augen du soeben eine Frau umfingst, und welche Frau, die Gemahlin deines Bruders, o, wehne nicht, dass ich so töricht sei, an eine Ohnmacht zu glauben!« »Nicht?« »Aber töricht genug,« antwortete der Prinz mit leisem Spott, »um selbst der Ohnmacht nahe zu sein, weil du die Fürstin in meinen Armen sahst.« »Ja, das nennst du mit Recht töricht. Du hast meine letzte Schwäche gesehen.« »Ajata Satu, als die eitlen Mädchenträume, die sündhaft aufgeregten Herzenswünsche mich auf immer verließen, und ich, erschüttert vom Flügelschlag der wilden Dämonenschar, bebte und schwankte, zu schwanken nimmermehr.« »Hör mich, Amara,« sagte der Prinz und trat näher an sie heran, mit einem flehenden Blick sie betrachtend, dem sie nicht widerstehen konnte. »Mich hat Mahamaya mit ihrer Liebessucht verfolgt. Mit würzig-starkem, giftig-süßem Trank der Lust aus vollen Schalen genossen hat sie mich zauberhaft berauscht. Ja, ich gestehe es. Die Sinne schwelgten, doch das Herz blieb leer, und mehr und mehr verödet wachte es auf zur schmerzlich-seligen, sehnsuchtsgeborenen Erkenntnis der höchsten Weiblichkeit, die aus deinen reinen Zügen mir verheißungsvoll entgegenstrahlt. »Ach, Geliebte, kehre dich nicht ab von mir! Sei du mein Heil!« »Ich werde es sein,« antwortete Amara, »wenn ich dir den Weg zeige, indem ich selbst ihn betrete, der da führt zum Frieden und jedem Sinneswahn ein Ende macht.« »Mein Fuß ist zu jung, um den Weg zu betreten, und auch deiner ist es!« »Nicht doch, mein Prinz! Drei Dinge soll man nicht geringschätzen,« sagt der Meister. »Ein junges Feuer, eine junge Schlange und einen jungen Asketen. Nie ist es zu früh, den Heilpfad zu betreten. Nie zu früh! Und wie entsagst du denn, wenn du das, dem du entsagst, nicht kennst, o Luthusäugige Meid? Lass diese goldenen Locken erst welken, ehe sie der Schere verfallen. Zur Buße ist noch immer Zeit, doch jetzt zeitigt dein blumenhafter Leib die Lust des Lebens und der süßen Liebe. Ein Labsal der Toren ist der Leib, ein aufgeputztes Grab, sagt der Meister. Die Liebeslust, von der du sprichst, haben weise eine Lockspeise des Todes genannt. »O, lerne sie erst kennen!« rief der Prinz, mit sieghaftem Aufleuchten seines Blickes. »Lerne sie kennen, diese Speise, welche die Götter mit Unsterblichkeit sättigt. Mich lerne kennen, Mädchen, was ich liebend vermag, um die Heißersehnte zu beglücken. Das Gold deines Haares soll von Diamanten aufblitzen, wie ein Ehrenfeld bei Gewitterregen. Mit Musselin von Benares und mit seidenen Stoffen vom fernen Katumbara sollst du deine Gliederpracht verhüllen. In duftiger Wolke des roten Sandelstaubes sollst du ruhen. Nichts sei zu kostbar für dich, nichts zu selten. Ist dir der Boden zu rau? Ich lasse ihn schleifen. Zu hart? Mit weichen Teppichen bedecke ich ihn. Brennt dir die Sonne zu heiß? Den gelben Schirm des Königtums, den will ich dir gewinnen. Ob deinem teuren Haupte soll er schweben. Der gelbe Sonnenschirm, das indische Wahrzeichen des Königtums. Mit einer gebieterischen Bewegung streckte Amara die Hand aus. Genug, halt ein. Schon schwindet dein Verstand von deinem wilden Wunscheswillen berauscht. Sei mein, fliette der Prinz, was auch immer du begehren magst. Und könntest du dir auch alles erschwingen. Mich selbst, Verruchter, erschwingst du dir nicht. Betreten willst du das, was unbetretbar ist. Kindisch begehst du dir den Mond als Spielzeug. Du wähnst, über den Himalaya fliegen zu können, der du des Meisters Tochter minnen willst. Und ohne sich durch seinen schmerzlichen Ruf und durch den Versuch seiner zitternden Hände, sie am Gewande zurückzuhalten, hindern zu lassen, ging sie eilig von dannen. Wie betäubt starrte der Prinz ihr nach. Dann kräuselte ein immer freudiger, aufleuchtendes Lächeln seiner Lippen. Wie stolz, wie kalt und wie begehrenswert, dachte er, habe ich sie schon geliebt. Wie soll ich denn nun die Flamme nennen, die sie durch solches Gebaren in mir entfacht? Einem Wanderer gleich, der laues, staubig, trübes Trinkwasser stehen lässt und die steile Bergwand kühn hinanklettert, um den kristallklaren, eisig kühlen Sprudel der Felsenquelle zu trinken. Also, Mahamaya, lasse ich ab von dir, Amara zu gewinnen. Mit solchen Gedanken starrte er ihrer weißen Gestalt nach, die noch lange sichtbar blieb, als ein leuchtender Punkt im Dunkel des Baumganges, der nach dem Hause Mahimzasas führte, wo auch sie mit ihrem Vater lebte. Da ertönte aus dem Mangohain der Nonnen ein mehrstimmiger Chorgesang, womit die Schwestern den Meister lobten und den seligen Frieden eines beschaulichen, allen wilden Leidenschaften der Welt entronnenen Lebens priesen, in Tönen und Klängen priesen, die ebenso rein waren wie die Gefühle, denen sie entströmten. Aber weit davon entfernt, Frieden in das Gemüt Ayatasatas hinein zu singen, erweckten sie vielmehr seine Leidenschaft zum wildesten dämonischen Trotz. Ja, singt nur, ihr frommen Schwestern, nehmt sie in euren Orden auf, Nonne muss sie werden, oh, wie richtig hat sie das gesehen! Ein Nonnenraub, der größten Sünden einer, und mir als die höchste Lust erkoren. Wer will mich hindern, wenn ich erst Herr im Lande bin? Schon bin ich es fast. Sie zu besitzen, wahrlich, das ist mehr wert als selbst das Königreich. Und mit eiligen Schritten begab er sich in seinen Palast, um weitere Vorbereitungen für sein verräterisches Fest zu treffen. Still und öde lag nun der Platz da, und nur der bronzene Buddha in der Stupanische schien zu leben, indem er mit seinem unbeschreiblich milden, überirdischen Lächeln gleichsam dem ab und zu von dem Heine herströmenden Gesange lauschte, bis es sich endlich, als der Schatten des Kuppelbaus sich schon merkbar zu verlängern anfing, drinnen im Dämmerdunkel zwischen den Mangostämmen leuchtend rührte, als ob eine goldene Märchenschlange sich heranbuchtete. Es war der Zug der Nonnen, der sich näherte. Einer nach der anderen schritten die Schwestern niedergeschlagenen Blickes daher, jede ein Blumengewinde oder einen Kranz oder einen Strauß tragend, mit welchem sie, die Stupa umwandelnd, die Stufen des lieblichen Bauwerkes schmückten, während sie ihr frommes Lied sangen. Die Lüfte sollen meinem Sange lauschen, mein Lied tu ich den Lüften kund, der Liebe Lob aus Herzensgrund, o neigt euch nieder, und mit leisem Rauschen tragt fort das Liedlein wie das Boot der Fluss, den Weisen, die da Wahrheit suchen zum wonnevollen Liebesgruß. Dann stieg Isidasi mit zwei Schwestern zur Budhanische empor und legte um das hervorragende Ornament eine wahre Prachtgirlande von roten, blauen und weißen Lotusrosen. Tief sich verneigend sang oder rezitierte Isidasi »Preis sei dir, Meister, Allerbarmer, Wehüberwinder, Höchster Held, der du den Pfad gezeigt, geöffnet die Pforte aus der Wandelwelt.« Die Pforte aus der Wandelwelt wiederholten leise murmelnd die jetzt im Kreise die Stufen umstehenden Schwestern und Isidasi sang »Wie Flechtengras, wie Waldlianen, so wuchert Lust und Leidenschaft, in solcher Wildnis wandeln Toren, Geburten wechselnd, Affenhaft. Doch wie der Ahr im reinen Äther, dem Unermesslichen sich wiegt, so ist der Geist der Freigewordenen, der Wahnerlöschung sich ersiegt. So Furcht wie Hoffnung sind zerstoben, einselig Wissen bleibt allein, den letzten Leib leb ich zu Ende, und nimmer gibt es wieder sein. Und nimmer gibt es wieder sein, jubelte in immer sich übersteigenden Tonreihen der Chor der Schwestern. Noch war dies nicht ganz verhallt, als Amara in ihren Kreis trat, gänzlich schmucklos und in einen gelben Mantel gehüllt, der allerdings von Seide war, da sie keinen geringeren Stoff hatte finden können. In den Händen trug sie eine herrliche Blumengirlande. Sie schritt die Stufen hinan und breitete ihre Opfergabe auf dem hervorspringenden Sims zu Füßen des Bronzenen Buddha aus. Dann hob sie die zusammengelegten Hände empor und sprach, auch meine Lippen mögen lernen der seligen Töne Weihegruß, auch meine Füße mögen finden den Pfad gezeigt durch deinen Fuß. Eine Laien Schwester schmück ich heut dein Liebes Bild zum letzten Mal, getreue Nonne lass mich weilen, entwurzelt ledig aller Qual. Als Amara so ihre fromme Anrede beendet hatte, ergriff Isidasi ihre Hand und sah ihr mit bewegter Miene tief in die Augen. Willst du denn wirklich, Amara, in unseren Orden eintreten? Willst du die Häuslichkeit verlassen und das weiße Kleid mit dem Gelben tauschen? Ja, Isidasi, das will ich, antwortete das Mädchen gefasst und ruhig. Was hat denn dir das Auge jetzt so hell eröffnet? Eigenes Elend oder das Elend, das du rings um dich erblickst? Mir wurde eigenes Weh zur Arzenei. Mein Herz entbrannte in hellem Liebeslohn, aber jener Mann, der mir wie ein Gott war, sah ich, umgarnt durch Buhlkunst eines schlechten Weibes, sich gänzlich verbrecherischer Leidenschaft hingeben, ohne Scham und ohne Scheu. Da habe ich die Lust als Elend erkannt, die Wahrheit wurde mir im tiefsten Leid und fest im Busen wuchs mir der Entschluß. Und hat dein Vater ihm schon zugestimmt? Die Fürstin und der Fürst verwenden sich dafür bei ihm in dieser Stunde, und er wird's mir sicherlich nicht verweigern. Dann sollst du uns als Schwester willkommen sein. Willkommen, willkommen, murmelte es aus dem Kreis der Schwestern. Nun will ich hier warten, sagte Amara, bis der Vater aus eurem Haine zurückkommt, wo er jetzt dem Fürsten die Halle zeigt, die er für euch gebaut hat, damit ihr euch dort allabendlich nach beendigter Einsamkeit und Gedankenruhe zu belehrenden Gesprächen versammeln könnt. O möge auch ich bald ihrer teilhaftig werden. Ja, bleib hier, mein Kind, sagte Isidasi, setze dich vor dem Bild des Meisters in der Lotusstellung nieder und die Gedanken sammelnd, die Sinne zügelnd erwäge die Vergänglichkeit Zeit aller Dinge, ein Gedenk des großen Meisterwortes Es löst sich auf, was sich zusammen fand, vergehen muss einmal, was je erstand, obwohl dem, der den Wahn verwehen sieht, wo selig endet aller Unterschied. Isidasi schritt die Stufen hinunter und langsam entfernten sich die Nonnen in einer langen Reihe, wie sie gekommen waren und ihr Lied singend. Weht liebliche Lüfte um den Auferweckten, neigt her euch, tragt die Wahrheit fort, die Kunde von dem stillen Ort, wo Stürme nie die Seligen erschrecken, jenseits vom trüben Todesmeer, vom ewig heiteren Gestade, da stammen diese Töne her. Allein zurückgeblieben setzte sich Amara auf der obersten der breiten Stufen nieder mit untergeschlagenen Beinen, die Hände in dem Schoß ruhend, wie sie es bei den Nonnen gesehen hatte, wenn diese sich vorbereiteten, sich in Schauung zu vertiefen. Kaum hatte sie sich aber zurecht gesetzt, als sie den Schrei eines Reiers vernahm, dem bald noch ein anderer folgte. Hier tönen Reierrufe durch die Luft, dachte sie, ich sehe so gern die schön beschopften bunthalsigen Vögel, und indem sie umherspähte, sie sah sich noch eifriger um, da erblickte sie eine schreckliche schwarze Gestalt, wie die eines Dämonen schien ihr, die aus einem Gebüsch hervorkroch, mit struppigem Haar, grinsenden spitzen Wolfszähnen und einer aufgestülpten Nase, in der ein großer eiserner Ring steckte. Von furchtbarem Schrecken ergriffen sprang sie auf, und wollte in der entgegengesetzten Richtung entfliehen, als sie von dieser Seite den Prinzen Ayatasattu kommen sah. Sie stand wie fest gewurzelt, wenn er mich sähe, mich verfolgte, täte sie einen Schritt weiter vorwärts, würde er sie gewiß erblicken, schaudernd sah sie sich nach irgendeinem Ausweg, irgendeinem Schlupfwinkel um. Nun war, wie wir gesehen haben, die Stupa ringsum mit Nischen versehen, die dazu bestimmt waren, die Bildnisse der Heiligen zu bergen, aber nicht alle von ihnen hatten schon ihren Bewohner aufgenommen, und die, welche sich gerade über ihr befand, war noch leer. Schnell entschlossen, setzte sie ihren Fuß auf den Simps, und einen Haken ergreifend, der zum Aufhängen der Blumengewinde angebracht war, schwang sie sich behände hinauf. Schon saß sie in der berühmten Lotus-Stellung reglos da, und der Glanz ihres goldig-gelben, seidenen Gewandes ließ sie gar wohl als ein schmuckes Bildwerk erscheinen, das soeben die Hände des in Erz arbeitenden Bildners verlassen hatte. Als solches wirkte sie auch wohl auf den Prinzen wie auf den Schlangen Zähmer, als diese nun die Stupa umschlichen, um sich zu vergewissern, dass niemand in der Nähe wäre, wobei sie nur einen nachlässigen Blick über die Bildwerke streichen ließen und am nachlässigsten wohl über das, zu dessen Füßen sie sich begegneten. Ende von Abschnitt 28 Gelesen von Hokus Pokus. Abschnitt 29 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Carolin. Die Weltwanderer von Karl Gjellarup. Zweites Buch, Kapitel 11. Die Zwillingssteine. Karl Arama hielt inne. Er bemerkte, dass der junge Schotte die linke Hand gegen ihn ausstreckte, während er mit der rechten auf Amanda zeigte. Azu hatte, nach Art jünglicher Liebhaber, fast ununterbrochen das Gesicht des angebeteten Mädchens im Auge behalten. Und wenn er auch jedes Wort gehört hatte, war er doch noch mehr davon in Anspruch genommen gewesen, die Reflexe des Vernommenen zu beobachten, wie sie in den beweglichen Zügen Amanda's ihr Licht und Schattenspiel trieben, während sie mit atemlosen Interesse die Begebenheiten aufnahm, die der Greise Inder mit der Lebendigkeit des orientalischen Erzählens vorüberziehen ließ. Als aber dieser von der Nischeneinrichtung der Stupa sprach, hatte Arthur den Blick nach diesem Bau gewandt, und wie er ihn nun wieder auf Amanda richtete, fiel ihr verändertes Aussehen ihm auf. Das Gesicht war ausdruckslos. Die offenen Augen starrten gerade nach ihm, aber gewiss ohne ihn zu sehen. Das plötzliche Versiegen des Erzählungsstromes blieb offenbar von dem Mädchen unbemerkt, ebenso das gleichzeitige Aufspringen der drei Männer. Erst als der Vater sie besorgten, seine Arme nahm und sie mit erregtem Fragen, ob ihr Unwohl sei, bestürmte, kam sie wieder zur Besinnung, strich sich mit der Hand über die Stirn und begegnete dem Blick der Kalaramas, der sich über sie beugte mit der Sorgfalt eines Arztes, der ein neues und wichtiges Symptom beobachtet. Oh, ich habe nicht geschlafen, keinen Augenblick, rief sie, heftig errötend, denn der Gedanke, man könne glauben, dass sie während dieser Erzählung eingeschlafen sei, machte sie ganz heiß. Ich habe alles gehört, wie Amare sich zur Schau niedersetzte und von den drei Reha rufen. Haben sie auch gehört, wie der Prinz und der Schlangenzähmer sich um die Stupa herum schlichen? fragte Arthur. Gehört, ich habe sie gesehen, sagte Amanda. Mein gutes Kind, du bist übermüdet und erregt, komm, wir wollen nach Hause, meinte der Professor, und kopfschüttelnd befürchtete er, sie hätten doch vielleicht eine Unvorsichtigkeit begangen, als sie mit ihr diesen Nachtausflug unternahmen. Ich glaube nicht, dass es unvorsichtig war, sagte Carla Rama. Glaube nicht, dass wir Ursache finden werden, es zu bereuen. Und ich bin nicht weniger um ihre Tochter besorgt als sie selber, lieber Professor Sahib, obwohl sie als Vater mir das nicht glauben werden. Aber allerdings ist es jetzt das Richtigste, dass sie meine Gondel nehmen und nach Hause fahren, damit ihre Tochter so bald wie möglich sich recht gründlich ausruhen kann. Ich werde meinen Leuten sagen, dass sie aus Leibeskräften ausgreifen sollen. Ach, Exzellenz, sagte Amanda beunruhigt, dass die armen Leute sich doch nicht meinetwegen überanstrengen. Es ist gut und lieb von ihnen daran zu denken, und sie rechtfertigen nur dadurch den Namen, womit dieselben armen Leute sie nennen. Madre Mirban, Mutter der Barmherzigkeit, nennen sie sie. Aber es wird den Leuten nichts schaden, und sie werden ihren Wegen es gerne tun. Denn sie wissen es gewiss nicht. Aber wir lieben sie alle, auch jene nackten Parias. Hörte ich doch, wie sie vorher im Bote kauernd sich darüber einigten, dass die fremde Mem Sahib wahrscheinlich eine gute Fee, Madre Mirban wäre. Nun, über unsere gute Fee müssen wir alle wachen. Kommen Sie, liebes Kind, nicht wahr? Sie fühlen sich nicht zu schwach? Oh nein, nein, mir ist jetzt ganz wohl, antwortete sie, indem sie die Hand ergriff, die ihr Kalarama mit einem aufmunternden Lächeln reichte und sich durch ihre Hilfe erhob. Aber ihre Knie zitterten, und sie nahm dankbar den Arm an, den Arthur ihr Eifrig bot. Wie gern hätte er sie in seinem starken Arm zu Gondel hingetragen, so wie einst Edmund sie vom Verdeck der Brick getragen hatte. Denn sein Vetter hatte ihm schon in Kalkutta lachend das kleine Abenteuer ihrer ersten Begegnung gezählt. Wie er jetzt diesen Vetter hasste, und wie dieser Vetter jenem Schurken von einem Prinzen ähnelte, den die liebliche und edle Amare liebte. War das nicht, wie aus der Seele Edmunds gesprochen, wenn der Prinz ausrief, wer will mich hindern, wenn ich einst Herr am Lande bin, und würde Edmund in der Tat Herr in diesem Lande werden? Herr Steele, was ist Ihnen? fragte Amanda, die einen plötzlichen Ruck verspürte. Ach, verzeihen Sie, Fräulein Eichstätt, ich dachte nur an diesen, wie hieß er doch gleich? A-ja-ta-sa-tu Amanda sah ihn mit einem fast heimlich froschenden Blick an. Er lachte etwas gezwungen. Es scheint, dass ich nicht viel klüger geworden bin, seitdem ich als siebenjähriger Junge bei meinem ersten Theaterbesuch im Parterre aufsprang und den braven Mann vor dem Schurken warnte. Sie hatten den kleinen Landungsplatz erreicht. Die Gondel glitt aus ihrem Versteck zwischen den Säulen hervor. Das dadurch bewegte Wasser ließ das Spiegellicht des Mondes aufflackern und der gelbe Diamant am Kopf von Amandas blinkte. Als ob er den See begrüßte. Arthur hatte längst den glänzenden Stein in dem braunen Haar der Angebeteten bemerkt. Obwohl er ihr sonst alles zwischen Himmel und Erde, was ihr zum Schmuck dienen könnte, gern mit seinem jungen Blut gekauft hätte, wollte ihm doch diese prächtige Zürde keineswegs gefallen. Und als sich der Diamant jetzt so aufdringlich bemerkbar machte, verfinsterte sich sein Gesicht. Ah, Kalarama hat ihnen seinen Edelstein geschenkt, bemerkte er mürrisch. Geschenkt, lachte Amanda. Oh nein, solchen Stein verschenkt man wohl kaum. Ich weiß nicht, Kalarama scheint diese Gewohnheit zu haben, hatte doch heute Nachmittag Edmund den Schlangenstein zum Geschenk gemacht. Den Schlangenstein? Und ich glaubte, ihn zu tragen. Oh nein, dieser ist ein anderer, den er uns auch zeigte, einen Zwillingstein. Den Schlangenstein hatte Edmund geschenkt, und ihnen offenbar diesen. Die Steine gehören von all das her zusammen, glaube ich. Ja, die Steine gehören zusammen, sagte Amanda. Mahim Sassar fand sie beide in der Tigerhülle. Der eine war in den Boden einer Jarpissschale eingefügt, der andere saß in der Stirn des Schlangengottes, wenigstens so sagt die Sage. Und den letzteren hatte er also Edmund gegeben? fügte sie Sinn hinzu und bemerkte gar nicht, dass sie Sir Trevelyan mit seinem Eigennamen genannt habe. Aber Arthur hört es sehr wohl. Zum Glück starrte Amanda gedankenvoll in das blinkende Wasser zu ihren Füßen, so dass sie nicht sah, wie das gequälte Herz ihm das Blut aus den Wangen sog, bis er so blass wie ein Gespenst neben ihr dastand und mit bebenden Lippen murmelte. Er gehört Edmund an, so gewiss dieser ihnen, wenn sie das Geschenk annehmen wollen. Amanda besand sich jetzt darauf, dass Carla Rama im Studierzimmer ihres Vaters nach der Vorlesung geäußert hatte, wenn der Schlangenstein noch seine alte, schützende Eigenschaft behalten hätte, die er der Sage nach einst besessen, dann wäre es ein Glück für Sir Trevelyan, ein solches Amulett bei sich im wilden Afghanistan zu tragen. Die Bemerkung war zum einen Ohr hinein und zum anderen wieder herausgegangen. Denn die daran sich knöpfende Nachricht von der afghanistanischen Mission Edmunds hatte ihr ernsteres zu denken gegeben. Nun fiel es aber auch ihr als seltsam, ja bedeutungsvoll auf, dass der weise Carla Rama diese beiden Steine, die von Alters her zusammengehörten, ihm und ihr gegeben habe. Aber sie lachte diesen Gedanken hinweg, mit ihren unbefangenen Mädchenlachen, wie wohl dasselbe hier nicht so ganz echt war. Denn ohne Arthur anzublicken, bekam sie jetzt eine Ahnung von dem, was sich in seinem Gemüt so stürmisch bewegte. Wo denken Sie nur jetzt hin, Herr Stiel? lachte sie. Das Geschenk annehmen. Es ist ja nur eine Laune von seiner Exzellenz. Er wollte bloß sehen, wie der Stein sich dort ausnähme. Aber es ist gut, dass Sie mich daran erinnern, denn ich hatte es in der Tat ganz vergessen. Ach bitte, lösen Sie doch den Diamanten aus meinem Schleier, damit ich ihn seiner Exzellenz zurückgeben kann. Sie hätte in diesem Augenblick ihren Ritter um keinen Dienst bitten können, den er je lieber geleistet hätte. Wenn auch zu jeder Zeit eine solche intime und dauernde Berührung zwischen seinen Fingerspitzen und dem Spinnengewebe feinen, seidenweichem Haar der Geliebten ihm einen elektrischen Wonneschauer durch die Glieder gejagt hätte, so kam nunmehr das erhebende Gefühl hinzu, dass er ein zwischen seinem Vetter und dem lieben Mädchen schon geknüpftes Band wieder auflöste, und die kleine Zofenarbeit machte ihn so rot, wie er vorher blass geworden war. Amanda trat auf Kala Rama zu, der den Ruderern seine Anweisungen gab, dankte ihm, dass sie den kostbaren Stein so lange habe tragen dürfen, und befestigte sie denselben mit behemmten Fingern an seinem Turban. Was der Greis sich denn auch gefallen ließ, indem er ihn nur schmeichelnd versicherte, der Stein müsse, ob solcher Degradation vor Gram noch den letzten Rest seiner Leuchtkraft einbüßen. Einen Augenblick später stand Kala Rama allein auf dem Landungsplatz zwischen den Säulen, seine linke Hand winkte den Davonfahrenden eine glückliche Rückfahrt zu. Er sah ihn lange Sinn nach, bis die Gondel draußen in dem nebligen Glanze verschwunden war, und länger. Der Gedanke folgte, wo das Auge nicht mehr reichte. Als er sich endlich wegwarnte, drang sein Blick durch die Säulenhallen bis zur Stupa. Der Mond stand noch etwas niedrig, der Platz selbst, die Stufenbasis und der unterste Teil des Kuppelbaus lagen im Schatten der Baumkronen. Aber gerade am untersten Rande der hellen Luftschicht leuchtete etwas wie eine große weiße Tulpe, der Turban eines Inders, der neben der Stupa stand. Ende von Abschnitt 29 Abschnitt 30 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sascha, Die Weltwanderer von Karl Gerlerup Zweites Buch, Kapitel 12 Im Zeichen des zunehmenden Mondes Kind, wachst du! Es ist spät! Zieh dir des Palastes! Höre! Die Worte schienen von keinen Menschenlippen geflüstert, sondern von den taurigen Blättern gelispelt zu werden. Die Rani erhob den Kopf wie mit Beschwer und lauschte. Von weit, weit her klang es wie ein grollendes Gewitter, nur tönte der Donner nicht vom Himmelsgewölbe herunter, sondern schien den Erdboden entlang durch das Gras zu rollen. Schon gut, Ajach, ich komme! Sie beugte sich vor und flüsterte in die dunkelste Blätternacht hinein, flüsterte und summte in einem lullenden Sing-Sang-Ton, wie wohl eine Mutter zu ihrem Kindlein spricht. Erwache, mein Eber! Lausche den Zaunesausbrüchen des hungrigen Tigers, der von seiner beutelosen Jagd nach seinem Lager zurückschleicht. Alle Tiere der Jungle wissen jetzt, die Nacht geht zur Neige, bald schreit der Schakal zum dritten Mal. Der Tiger kehrt nach seiner Höhle zurück, mein Eber muss in seine Behausung zurückkehren. Lasse dich nicht vom gar zu leuchtenden, gar zu brennenden Tagesstern unterwegs antreffen. Das Herz eines Mungos, mit Koraka und Tumbi-Früchten gebraten und mit den alten, echten Zaubersprüchen geweiht, die die Brahmanen von heute Fluch über ihre Faulheit vergessen und verlernt haben. Ein solches hast du ja nicht gegessen, bist also dem feindlichen Speerauge nicht unsichtbar, mein Eber. Es lieben die Raiputten die Sauhatz. Schnell sind ihre Rosse, scharf sind ihre Speere, hüte dich wohl. Dem Brahmanenlöwen aber sage, was ich dir sang, wo die weißen Tauben kreisen, wo die weißen Tauben kreisen. Weise ist der Brahmanenlöwe, er wird es verstehen, wohl durch die jangeln, wohl über den See, warte, schwimme mein Eber, swacher ums wacher. Warum nennst du mich deinen Eber? fragte eine verträumte Stimme aus der Blätternacht heraus. Bist du es denn nicht, als ich dich bat, mich mit einem Zahn malen, als die Deinige zu stempeln? Wie hast du dann meine Schulter gezeichnet? Es war nicht die Edelsteinkette, die zerrissene Wolke war es nicht, auch nicht der Pfauenfuß, oh nein, den Eberbiss, oh Herr, hast du hineingebissen. Fern von dem heiligen Boden Indiens, bei den Franken bist du erzogen, unkundig unserer Sprache, unserer Sitten und Gebräuche, unserer Namen und Gestaltungen, doch aus der Tiefe deines Wesens heraus fandest du dein Zeichen, denn du bist ja, oh Herr, der Eber, du bist ja Rahm, der Wiedergeborene, neu erstandene Rahm, zu meiner Wonne, wiedergeboren, zu unser aller Heil neu erstanden, oh, die Priester haben mir das verraten müssen, ja, Rahm bist du und Rahm war der leuchtende Vishnu selber und Vishnu war der göttliche Eber, der die Welt aus dem keimschwangeren Schlamm der Urwasser emporhob, so dass die Erde wie ein Wurzelknollen an seinem goldenen Hauer hing, ebenso hast du ja auch, oh Herr, eine neue Welt, eine Welt ungekannter Wonnen und Schmerzen für mich emporgeführt und mit dem Eberbiss hast du auch diesen armen Leib, der bis dahin nur ein bewegter Leichnam war, gottähnlich gemacht, zum herrsten Liebesleben geweiht. Traumverloren lauschte Edmund, er fühlte sich wie von murmelnden Tonwellen in die fernsten Zeiten zurückgeflutet. Das war ja nicht die Rani, war ja kein Hindu-Weib von heute. Es war dies wundersame alte Indien selbst, das zu ihm sprach, murmelte und sang. Alte Hymnenfragmente, verirrte Kehrreime, seltsame Sprüche, mystische Ritualensilben, rätselhafte Worte, deren vergessener Sinn in den Urmythen seiner Rasse wurzelte. Da fühlte er, wie sein Arm in die Höhe gehoben wurde. Die Rani zog das starke Muskelgeflecht des Mannes Armes in den Dichtstrahl hinein, den der Mond zwischen die Blätter hereinschoss. Von ihm getroffen, erglänzte ein kreisrunder Fleck der Haut und mit dem rosig-roten Nagel des Zeigefingers, der so spitz zugeschnitten war, wie die Kralle eines Kätzchens, ritzte sie das Bild eines sichelförmigen Mondes in diesen Lichtfleck hinein, dass es da stand, wie das Zeichen auf einer Münze, denn größer war der beleuchtete Fleck nicht. So wahr der Mond der Herr der Heilkräuter ist, so wahr soll unsere Liebe gesund nicht hinsiechen, so wahr der Mond der Herr der Wasser ist und sie unwiderstehlich an sich zieht, so wahr soll das Blut in deinen Adern vor Verlangen brausen, wenn du dieses Nagelmal betrachtest. So wahr der Mond, wenn er auch schwindet, immer wiederkehrt, so wahr mögest du auch immer in meine Arme wiederkehren. Om 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 Sie drückte ihre Lippen auf den Fleck und zog, sodass ein prickelnder Schmerz ihn durchzuckte, dann ließ sie den Arm fallen. Das Laub raschelte leisernd anhaltend, wie wenn eine Schlange davon kriecht. Edmund lag noch mit geschlossenen Augen da. Es war ihm, als hätte er einen seltsamen, ungeheuerlichen Traum gehabt, als müsse er jetzt in seinem Bett in London erwachen. Er strich sich über die Stirn und erhob den Arm, bis in dem scharfen Licht des Mondstrahles etwas wie eine goldene Münze zum Vorschein kam, mit dem Zeichen des zunehmenden Mondes. Ende von Abschnitt 30 Abschnitt 31 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Weltwanderer von Karl Gialerob Zweites Buch Kapitel 13 Die Adepten Zwischen den Säulen am Landungsplatze, wo vorher Kalarama gestanden und den sich entfernten Freunden seinen Gruß, seinen Segen nachgewinkt hatte, standen nun zwei Männer, zwei Inder, Kalarama und der fremde Yogi, den sie den großen Bruder nannten. Guru und Shela standen dort schweigend nebeneinander. Sie blickten einem Bote nach, das hinter dem blühenden Gebüsch nach rechts hervorgeschossen war und nun über die matt leuchtende Seefläche davon eilte, der unsichtbaren Spur der vorübergleitenden Lakshmi-Lampe folgend. Im Vordersteven standen vier Schwarze und ruderten, im Hintersteven lag ein Europäer zurückgelehnt. Die von den kräftigen Ruderschlägen aufgeregten Wellen schlugen leise plätschernd an die Marmorfliesen. Endlich sprach Kalarama. Er würde jetzt dort nicht davon fahren, sondern in seinem schon gegrabenen Grab oben in den Hügeln am Krishna-Tempel liegen, wenn nicht ein zufälliges Dazwischentreten stattgefunden hätte. Zufälliges! Du weißt, wie ich es, meine Meister! Der Bruder nickte. Es ist wahr, ich wusste nicht, was bevorstand. Erst morgen wollte ich mich dir zeigen. Nach Mittag und Abend beabsichtigte ich, in jenem alten Tempelchen zuzubringen, wo ich schon ein paar Mal früher geruht und gute Gedanken gehabt hatte. Mit diesen ist es für mich gleichsam bevölkert. Ein Ort, gut zu Betrachtungen, gut zur Gedankenruhe. In der Nähe sah ich einen Europäer und einige ihn um schleichende Tags und rettete ihn. Du weißt ja, dass ich mir ihre wie auch andere Gaunersprachen angeeignet habe, sodass es mir nicht schwierig fiel, sie davon zu jagen. Und du erkanntest ihn, den du rettetest? Noch nicht, aber der Eindruck, den er in mir hinterließ, sagte mir, dass unsere Wege sich heute nicht zum ersten Mal kreuzten, auf dieser langen, irdischen Pilgerfahrt. So setzte ich mich dann hin und tat, was du auch bald wirst tun können, tauchte in jene Selbstschauung unter, von der es heißt, wenn der Asket wünscht, oh, möchte ich doch das erinnern und erkennen meiner früheren Existenzform wachrufen, meine verschiedenartigen früheren Lebensläufe mit allen ihren charakteristischen Merkmalen und Beziehungen wieder erwecken. Dann pflege ein solcher Asket der Einsamkeit, gebe sich der Beschauung hin, sei viel allein. Und ich fand, wo wir zusammen gewandelt hatten. In der Tat, gerade an demselben Ort, denn ich fand, Okalarama, das, als ich Fürst Narada und jener Prinz Ajatasattu hieß, da ging ich an diesem lieblichen Nachmittag mit ihm allein, nachdem uns die Elefanten die Steigung hier aufgetragen hatten, über eben diesen mit Felsblöcken und Kapern und Myrtengebüschen bedeckten Höhenzug, nach dem noch nicht ganz vollendeten Tempelchen, das mein Halbruder hier errichten ließ und dem Krishna weihen wollte, offenbar um bei den zahlreichen Krishna-Anbietern meines Reiches seinen Anhang zu mehren. Damals hatte ich keinen solchen Verdacht, sondern sah darin nur eine Äußerung angestammter Religiosität. Lieber wäre es mir ja gewesen, wenn er der reinen Lehre des Buddha dort ein Heiligtum gestiftet hätte, aber ich wollte ihn gerne durch meine Teilnahme erfreuen, und ich bedachte auch, wie viele gute und wahre Erkenntnisse im Krishna-Glauben erhalten sind, zumal in der herrlichen und tiefen Bhagavad-Gita. Wer in allen Wesen den höchsten Gott wohnen sieht, der nicht vergeht, wenn sie vergehen, der ist sehend, und indem er überall sein eigenes Wesen erblickt, wird er sich selbst nicht durch sich selbst schaden, und geht so den höchsten Weg, zitierte Kalarama. Freilich nicht den höchsten Weg nach unserem Begriffe, sagte der Guru, wohl aber, was der Buddha den Weg zum Brahman nennt. Und den habe ich ihm denn auch gezeigt, als wir in der stillen Abendstunde dort oben in Protikus saßen. Mittels dieser und ähnlicher Gita-Sprüche zeigte ich ihm, wie wir in allen Wesen, die da leben und leiden, und alles, was lebt, leidet, und selbst wiedererkennen sollen. Immer das große Wort der Upanishad, Tat-Tvam-Asi, Tat-Tvam-Asi, das bist du, wiederholend, und wie im Gemüte des solchermaßen Schauenden nie Übelwollen entstehen könne, sondern immer tieferes Mitleid sich entwickeln müsse. So stammt, wie du siehst, jene Bevölkerung des kleinen Heiligtums mit guten Gedanken von weit älterer Zeit her, als ich es mir bewusst gewesen war. Ich vermute, Meister, fing Kalarama nach einer kleinen nachdenklichen Pause an, dass es nach diesem Wiedererkennen dir nicht schwergefallen ist, das Treiben dieses Fremden, oder sagen wir lieber dieses uns Vertrauten, Wiedergeborenen, Ajatasattu, hier zu durchschauen, der Bruder nickte. Schon der Anschlag der Tax zeigte mir, dass er sich hier auf gefährlichen Wegen verirrt habe, denn um des Geldes wegen konnten sie ihm ja nicht nachstellen. Es bildete sich gleich bei mir der Verdacht, dass Rache oder Eifersucht hinter der Sache steckte, und dass Vergangenes sich hier wieder neu bilde. Ich vermutete ein Abenteuer mit der Rani, ich argwöhnte noch anderes und Dunkleres, und fand das Letztere auch bestätigt, als ich ihn in seinem Bungalow sah und mit ihm sprach. Du hast wieder mit ihm gesprochen, Meister? Ja, und bei der Gelegenheit schickte ich dir meinen Gruß. Ich hätte mir sagen können, dass du nicht nur deshalb nach dem Bungalow gingst, und ich wäre dann noch beruhigter gewesen, als ich es nach deiner schriftlichen Anmeldung schon war. Weniger das als ein Alarmschuss, um den in seinem Wahn dahintaumelnden zum Stutzen und vielleicht zur Besinnung zu bringen. Stillstehen, sich besinnen, das ist ja, o Kalarama, der Anfang aller Umkehr. Als ich nun da saß, besorgt um ihn und um seine Wege und mein Schauen auf ihn richtete, da sah ich ihn in einem Gartenzimmer mit zwei Freunden zusammen, im Begriff einen Brief zu lesen, und warf sofort auf die halbe leere Seite jene Worte hin. Finger zeigt der Vorsehung, sagte Kalarama. Die Mahnung hätte in der Tat keinen passenderen Platz finden können. Nicht, wo sie stand. Dass sie da stand, war die Hauptsache. Aber ich hatte allerdings das Regierungssiegel auf dem großen Umschlag bemerkt, und dachte mir wohl, dass man irgendwo für ihn Gebrauch hätte. Wo nun auch immer, und welchen Gebrauch, jedenfalls wäre das besser für ihn, als hier zu bleiben. Jeder Wegweiser war in der Tat ein Zeigefinger der Vorsehung, um in seiner Sprache zu reden, oder wenigstens der seiner Nation. Du hattest in der Tat ganz richtig erraten, Meister, und es könnte sich nicht glücklicher getroffen haben. Und Kalarama berichtete ausführlich über die afghanistanische Mission, welche die englische Regierung Edmund anvertrauen wollte. Der Bruder nickte nachdenklich. Du hast recht. Ein besserer Zufall könnte uns hier nicht die Hand reichen. Und in der Tat ereignet sich wenig Bedeutsames, ohne dass dieser unbekannte Faktor eingreift. Wir dürfen zwar in unseren Unternehmungen nicht auf ein solches Eingreifen warten, aber der Weise wird ihm immer einen Spielraum geben, und auch daraufhin etwas wagen. Wie fern liegen nicht die Streitigkeiten zwischen Dost-Mohamed und Shah Shulia und das Rivalisieren Russlands und Englands in Zentralasien und jener Begegenheit, die an einem kleinen indischen Fürstenhof sich zur Zeit Alexanders und Chandra Guptas ereignete. Und doch flechten sie sich zu einem Faden zusammen, der sich hier in das Muster einfügt und diesem eine neue Farbe gibt. Schon wirkt die Farbe auf die Fantasie unseres Helden. Schon neigt vielleicht im Geheimen sein Sinn mehr nach dem afghanistanischen als nach dem hiesigen Abenteuer. Nur muss es ihm anders scheinen, denn jenes ist das Neue, dieses aber das Alte, das mit der Macht der Fatalität wirkt. Diese Macht fühlt er, aber er fühlt nicht, dass die Fatalität nur darin liegt, dass er sich entscheidet, nicht wie er sich entscheidet. Er kann das Verbrechen durchführen, kann aber auch sich selbst davon lossagen. Und in letzterem liegt die Freiheit, sagte Kalarama, mit einem halb fragenden Blick den des Meisters suchend. Der Bruder nickte beifällig, mit einem wohlwollenden Lächeln. So können wir sagen, und werden auch wesentlich das Richtige treffen, wie wohl dies dem menschlichen Verstand auch in seiner höchsten Entwicklung immer ein Mysterium bleiben muss. Jedenfalls aber kann kein äußeres Eingreifen sein Wesen von der Notwendigkeit der Entscheidung befreien. Sogar die Selbstopferung Amaras konnte das nicht, wie wir das jetzt sehen. Und hätten die tags freies Spiel gehabt, so wäre freilich die Tat unterblieben. Für ihn aber wäre sie nur sistiert, denn von der Vorstellung dieser Tat gleichsam imprägniert, durch diese Selbstsuggestion geleitet, hätte sein Wille sich eben in ein solches Dasein gestürzt, das ihm die beste Möglichkeit, gerade für ein solches Tun, darbietet. Wenigstens scheint dies mir in Übereinstimmung mit jenen ewigen Karma-Gesetzen zu sein, soweit ich sie von meinem noch immer äußerst begrenzten Standpunkt aus zu schauen vermag. Der Bruder schwieg, und Kalarama sah eine Weile ernst Sinnen vor sich hin, mit zusammengezogenen Brauen, wie einer, der sich bemüht, schwer zu Sammelndes zu sammeln und hinter seinem Gewebe noch schwerer zu ergründendes zu ergründen. Schließlich sprach Kalarama. Wie verstehe ich jetzt so klar, warum ich so ungern gegen ihn in Kampfstellung trat und ihn mit Machtmitteln bekämpfte, so dass ich fast über meine Pflicht hinaus zögerte? Eine innere Stimme hielt mich zurück, aber in den letzten Tagen gab es schwere Stunden, zumal heute früh. Ich tappte im Dunkeln und wusste in diesem Selbstkampf nicht mehr das Richtige zu treffen. Der Kampf des Ministers mit dem Adepten. Da kam aus England diese Nachricht von der afghanistanischen Mission wie ein wahrer Hoffnungsstrahl. Wenn er sie nur annehmen wird, dachte ich. Als ich aber dann vollends deine Signatur auf dem Briefe sah, fing es an, hell in mir zu werden. Wusste ich doch, dass ich in dieser Sache nicht mehr allein stünde, dass die Meisterhand am Webstuhl wäre. Je nun, mein lieber Kalarama, sagte der Bruder in dem heiteren, fast aufgeräumten Ton des über der Sache stehenden. So wollen wir es doch nicht gerade nennen. Aber freilich, es müsste sonderbar zugehen, wenn wir zwei Adepten diesen gordischen Knoten nicht feiner lösen könnten als auf die Weise jenes Freundes Ajatasattus, des großen Alexander. Denn auf solche Weise kann man zwar das Schlimmste verhüten, aber nichts so Gutes anknüpfen. Mit freudiger Zuversicht blickte Kalarama ihm ins Auge. Du sprachst von der Tat Amaras. Oh, möchten wir morgen ihre Früchte erleben. Wir werden es, denn auch Amanda habe ich gesehen, wie du weißt. Wohl musste ich da über die Verblendung des Toren staunen, der, obwohl er dieses Mädchen an seiner Seite hatte, in den trüben und schwülen Liebesrausch mit der Rani versinken konnte. Aber die Wirkung wird umso entscheidender werden, wenn er, aus solchem Sinnestraum erwachend, das Auge aufschlägt und sie entdeckt. Ich habe sie schon etwas aufgeklärt, sagte Kalarama. Sie ist voll von dem, was sie für eine alte Sage hält, oder vielleicht auch das nicht mehr, denn sie ist wie eine Wachende, ein liebliches Wesen und in aller kindlichen Einfalt, wie nahe der echten Weisheit. Die einst Amara hieß, wie sollte sie anders und in geringerer Form zur Erscheinung kommen? So wenig wie Mahim Sasa etwas Geringeres hätte werden können, als was du bist und von heute ab in immer freiem Flug werden wirst. Und meinst du denn, Meister, dass ich schon jetzt, so wie die Verhältnisse liegen? Wie du's dir gedacht, wie wir es feinbart haben? So lass es werden, Kalarama. Dein Haus ist bestellt, dein Neffe ist in alles eingeweiht und fähig, die Geschäfte zu übernehmen. Also sieh nicht mehr zurück, lieber, sondern lege getrost diese kleine Sache in meine Hand. Du nimmst eine schwere Last vor meiner Schulter, Meister. Unendlich freue ich mich auf die Freiheit. Ich habe ja nun nach der Vorstellung des Westens das Jahr des Staubes erreicht, und ich darf sagen, ich bin nicht müßig gewesen. Jetzt bin ich aber auch des Kampfes recht müde. Das heißt, ich sehne mich nach einem anderen und reineren Kampf. Recht so, Schäler, sagte der Bruder. Wie sprach doch die edle und weise Isidasi, als wir zur Weihe dieser Hallen uns letztes Mal hier befanden. Nicht Frieden, Fürst, nein, Kampf, neuer Kampf, denn nur der Kämpfer siegt. Ja, sagte Kala Rama, in tiefer Erinnerung versunken. Also sprach Isidasi. Was spricht sie jetzt? Sie schweigt. Wo wandelt sie? Sie ruht. Und wir? Der Bruder legte seine Hand auf die Schulter seines Freundes und Schülers. Noch eine kleine Weile, dann ruhen auch wir. Kala Rama umfasste mit einem suchenden Blick das ganze Firmament, wo nach dem Untertauchen des Mondes, in der vor dem ersten Grauen des Tages eintretenden pechschwarzen Tiefe des Himmels die ganze Pracht eines tropischen Sternenhimmels strahlte und leuchtete. Und mit einem tiefen Seufzer sagte er, doch nimmer ruht das All. Und sein Meister sprach, in jedem von uns geht das All zur Rüste, in jedem von uns flammt es wieder zum Kampfe auf. Wohl ihm, indem es ruht. Wohl ihm, indem es ruht, wiederholte Kala Rama, und sein Blick suchte über den See hinaus. Längst war die letzte Bewegung der von den Ruderern erregten Ringwellen unmerklich hingestorben, still und blank wie ein geschliffenes Spiegelglas, und doch, wie von einem Nebel leicht angehaucht, streckte sich die Wasserfläche zu ihren Füßen. In diesem Spiegel ruhte der ganze Sternenhimmel, aber ein leises Zittern, die Vorahnung des erwachenden Morgenwindes, lief über das Wasser, selbst dem Auge unsichtbar, nur daß alles, was dort oben unbeweglich leuchtete, hier unten und steht, funkelte. Was hier wie leidenschaftliche Menschenaugen blinzeln starrte, schien dort blinzellos, wie die Götteraugen zu schauen, gleichsam an der Grenze dieser beiden, nur durch einen Hauch getrennten Welten, der Bewegten und der Ruhenden, des Samsara und des Nirvana, standen die beiden Adepten und schwiegen. Abschnitt 32 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Weltwanderer Von Karl Gjellarup Drittes Buch Die Lüftung des Schleiers Me thinks we must have sinned in some old world Byron Kapitel 1 Im Gartenkiosk Amanda saß in dem kleinen Gartenkiosk. Neben ihr, auf einem eingelegten Tischchen, stand der Elfenbein an der Schrein, geöffnet. Die Manuskriptblätter waren in ihrer Hand. Sie war spät erwacht und hatte keine körperliche Müdigkeit verspürt, wohl aber eine unheimliche Unruhe und Angst. Vor allem aber war es ihr, als ob es für sie das Leben gelte, alles von jener Amara und von dem Schicksal, Ayatacetus, zu erfahren. Zu ihrem größten Leidwesen fand sie, dass ihr der Vater zuvor gekommen war und selbst in Kala Ramas Manuskript las. Gewiß hätte er es ihr gerne überlassen, wenn sie ihn darum gebeten hätte, aber sie schämte sich. Oder war es ein anderes Gefühl, dass sie darin hinderte, sich das atemlose Interesse an jenen Vorgängen in längst vergangener, fast sagenhafter Zeit anmerken zu lassen? Sie fühlte nur, dass sie nicht imstande war, selbst mit ihrem Vater davon zu sprechen. Und so musste sie sich gedulden, indem sie sich damit tröstete, dass die Zeit, die Professor Eichstätt der leichteren Lektüre einräumte, eine äußerst beschränkte war. Es schien nun freilich zu ihrer wachsenden Enttäuschung, dass der Professor bei dieser Sache eine Ausnahme machte. Als sie aber endlich, wie sie wohl zum zehnten Mal in das Studierzimmer hineinguckte, den geleerten Kopf zwischen Palmblättern und Wörterbüchern vergraben sah, schnappte sie mit räuberischer Geschwindigkeit den elfenbeinenden Schrein und eilte damit nach diesem Zufluchtsort, den sie sich schon ausgewählt hatte, weil Bärbele noch immer im Begriff war, das Zimmer der Siebenschläferin in die sauberste Ordnung zu bringen. Sie stand sich gut bei diesem Tausch. In dem kleinen, nach allen Seiten offenen Kiosk, der fast über den See hinausging, war es an diesem, ausnahmsweise nicht drückend heißen Tag, frischer als sonst wo. Eine leise, kühle Brise atmete aus einer sonst fast immer verschlossenen Gegend der Windrose und hatte freies Spiel an dieser hervorstehenden Ecke des Gartens, wo der Hügel schroff nach dem See abfiel. Sie kräuselte sogar die Wasserfläche, kleine Wellen plätscherten mit monotonem, wohltuenden Klang am Ufer, und der Widerschein ihrer Sonnenblinke durchzog wie ein unaufhörlicher Schwarm von aufwärts flatternden, kristallenden Flämmchen den vom Dämmerlicht erfüllten kleinen Raum, während an den fortwährend bewegten Bambusvorhängen die kleinen Rohrstücke mit zartem Rasseln aneinander schlugen. Mit dem leisen Anschlag der Wellen mischte sich das ununterbrochene Blätterlispeln der Pipalbäume, die den Kiosk in ihren leichten Schleierschatten hüllten. Die Säuseln, von welchem der buddhistische Mensch so gern seine Meditation begleiten lässt. Denn der Pipal, der religiöse Feigenbaum, ist jener Bobbaum, unter dem einst der Buddha die Erlösung erran und sein rastloses Säuseln symbolisiert dem Mönch den Strom des Werdens, aus dem der Meister empor tauchte und aus dem er selber empor tauchen soll. So mag wohl der ruhelose Lärm des Samsara in das Nirwana hinübertönen und gleichsam seine Ruhe vertiefen. Der Tochter des gelehrtesten Indologen war dieser Umstand natürlich kein Geheimnis und sie liebte darum nur umso mehr diesen an sich schon lieblichen Laut, der auch ihre Träume so oft begleitet hatte. Aber einen Ton ganz anderer Stimmungsart brachte eine Cinnamon-Taube hinein, die oben am Rande der niedrigen Kuppel wie ein kleiner brauner Klumpen saß und das ihr eigentümliche, zärtliche Girn ertönen ließ, dem sie ihren englischen Namen verdankt. Do you love to? Amanda hat ein paar Stunden früher als gewöhnlich ihren Lieblingsplatz aufgesucht. Die Stadt war noch ziemlich still, nur ein undeutliches Summen, gleich dem eines Bienenkorbes, klang von dort herüber. Auf dem Gatz bewegten sich nur wenige farbige Punkte. Der Turmschatten auf der Frontmauer von Kala Ramas Haus war noch ganz schmal, auch war er nicht so violett und die Mauer nicht so orange-goldig wie sonst. Auch das andere Wahrzeichen der Stadt mutete das Mädchen anders denn gewöhnlich an. Blutiger und prächtiger schien ihr die hohe Kuppelgruppe des Khalid-Tempels herüber zu grüßen. Und in der Tat hatte man auch zum gestrigen Fest die Lackfarbe der Kuppeln aufgefrischt und verblichene Sterne neu vergoldet. Aber nur einen flüchtigen Blick warf Amanda nach der Stadt hinüber, denn sie hatte kaum noch anderthalb Stunden übrig, bis es Zeit war, sich für das Fest des Raja anzuziehen. Immer wieder hatte Bärbele ihr eingeschärft, wie wichtig es sei, dass diese Operation mit der rechten Andacht vollzogen würde und dass man vor allem nicht zu spät damit anfangen möge. So durchblätterte sie denn mit fieberhaftem Eifer den Teil des Manuskripts, der das gestern erzählte, enthielt. Ja, hier war es. Das Blatt zitterte in ihrer Hand. Amara schwang sich in die Nische hinauf. Der Prinz und der schreckliche Schwarze umschritten die Stupa, um sich zu vergewissern, dass niemand dort sei. Sie begegneten sich zu den Füßen des in der Nische sitzenden Mädchens, das sie ohne weiteres für ein buddhistisches heiligen Bild hielten. Nun kommt es. Und während draußen die heiligen Bohrbäume das geheimnisvolle Säuseln ihres ewig zitternden Laubes ertönen ließen, jenes Säuseln, das der einst das Auftauchen der Heilswahrheiten im Gemüte des Buddhas begleitet hatte. Und während das Täubchen oben in der Wölbung von Zeit zu Zeit seine zärtliche Frage gierte, Do you love to? Do you love to? Vertiefte Amanda sich in das Schicksal Amaras. Ende von Abschnitt 32 Abschnitt 33 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Weltwanderer von Karl Gjellerup Drittes Buch, Kapitel 2 Der Schlangenstein, drittes Hauptstück, Teil 1 Nun, du schwarzer Hund, sagte Ayatazatu mit einem strengen Blick. Herr, rief der Schlangenzähmer, sich vor ihm niederwerfend, Schrankwinschru ist dein Sklav. Begib dich sofort in meinen Palast, gebot der Prinz. Du klopfst am Südtor an. Der Pförtner dort weiß Bescheid. Heute Abend sollst du meinen Gästen die Rajanagar zeigen, wie sie zur Flöte tanzt. Der Feldherr... Mahim Sasa, zischte der Schlangenzähmer. Wird da sein, nickte der Prinz, in erster Reihe sitzend. Ich lasse dann alle Fackeln entfernen, unter dem Vorwand, dass sie die Schlange blenden. Wenn es nun dunkel wird, dann leuchtet in Mahim Sasasas Stirnband der Schlangenstein hell auf. Der Schlangenzähmer fuhr halbwegs in die Höhe, als er mit Augen wie glühenden Kohlen den Prinz anstarrte und zischend rief. Und Rajanagar beißt ihn tot. Wenn sie den Schlangenstein leuchten sieht, beißt sie den, der ihn trägt, tot. Doch wenn nun die Leute deshalb Schrankwinschru ergreifen, dann bin ich schon Herr im Lande. Und ich schwöre dir bei deinen eigenen und bei meinen Göttern, du sollst unbehelligt mit dem Schlangenstein heimkehren. Wieder warf der Schlangenzähmer sich platt vor ihm nieder und küßte seinen Fuß. Rajanagar ist dein Sklav, Schrankwinschru ist dein Sklav. Gut, nun spute dich. Der Schlangenzähmer ergriff den Korb, den er vor sich gestellt hatte, und mit den unsteten Bewegungen eines wilden Hundes schlich er im Schatten des Palastes davon. Ayatasattu ging schon den Stufen seines Palastes zu, als ein leises Geräusch hinter ihm ihn veranlasste, sich umzusehen. Amara hatte sich heruntergeschwungen und stand vor ihm, ihn mit einem unaussprechlichen Ausdruck anstarrend. Unwillkürlich suchte der Blick des Prinzen die Nische hinter ihr, die er jetzt leer fand, während er sich noch eines heiligen Bildes dort erinnerte. Er verstand. Amara, du hast gehört. Wehe mir, rief Amara, was habe ich hören müssen? Ach, schon hatte dich die Sinneslust zum grässlichsten Verbrechen verleitet. Doch nun ziehen Hass und Machtgier dich in den tiefsten Höllenschlund hinunter. Ein Mord! Und welch ein Mord! Ein edler Greis, geliebt und hochgeachtet von allen, und dein eigener Gast! Ich tue es ungern und nicht aus Hass, antwortete der Prinz, ihren Blick scheuend. Aber er muss fort, er steht mir im Wege. Dir nicht, nur dem Verbrechen, das du vorhast und das schon schwarz genug ist, so aber, durch diese verruchte Bluttat ins Ungeheure wächst, bedenke doch, unseliger, was du auf dich ladest. Bedenke und schaudere, wie du selbst im zukünftigen Leben immer wieder durch Verrat umkommen wirst, bis diese Gräueltat ausgesühnt ist. Dir scheint das zwar schrecklich, mir nicht. Dir nicht? fragte Amara verständnislos. Gewiss nicht, denn ich will ja leben, immer wieder will ich leben, so muss ich auch immer wieder sterben, denke ich. Was liegt daran, ob durch Verrat, wenn es schnell geschieht und nicht durch faules Siechtum, dann umso besser. Ach, Verblendeter, habe doch Mitleid mit dir selbst, flehte Amara. Wie schrecklich ist der Gedanke, immer wieder zu leben, immer wieder sündigend zu leben, die böse Tat auszusehen, um Elend zu sterben und Neugeboren zu ernten, was man gesät. Und erntend, sähend und immer wieder ernten, unendlich, die kannst du den Gedanken nur ertragen. Erntragen? lachte der Prinz übermütig. Er gefällt mir. Oh, Scherze, nicht so frevelhaft, meinte das Mädchen. Gefallen, sage ich. Nein, er berauscht mich. Der Schmerzensdorn stachelt mir nur die Lust auf. Was soll mir schmerzlose Wonne dauer? Welche Liebe zum Leben wäre die, die nur eine solche begehrte? So liebe denn nicht mehr das Leben, die, weil es von uns nicht Liebe verdient. Du bist noch ein Mägdlein, Amara, der Liebeskunst unkundig. Doch hast du wohl schon vom Nagelmal gehört, womit sich Liebende verwunden, dem Siegel Kamas, das den jungen Leib zum Eigentum des Minnegottes stempelt, wie der gemalte Stirnstrich Shivas Diener kennzeichnet. Mit einem schnellen Griff entblößte er seine linke Schulter, die durch tiefe Narben entstellt war. Wohl an, rief er, schau her, Amara, sieh hier das Nagelmal, das mir das Leben tief in das Fleisch gedrückt hat, im feurigsten Umarmungsrausch, mich so auf immer als sein Eigenhold zeichnend. Entsetzt wandte Amara sich ab und bedeckte unwillkürlich ihre Augen mit den Händen. Barmherzige Götter, welche Wunden, wie schrecklich! Ich ging allein in die Jungeln, den Waldeskönig zu bestehen. Laut brüllend warf der Tiger sich über mich. Sein Fell liegt drinnen vor meinem Lager. Diese Narben trage ich von ihm bis in den Tod. Und dann? Dann mögen, wie Sie sagen, die Fäden Karmas es so fügen, dass der Mut, der mich beseelt, seine Brust mit jenem braun- und goldgestreiften Prachtpelz deckt und wildgewordene Kraft sich mit scharf bekrallten Pranken bewaffnet. Lust soll es mir sein, einsam in Waldesgründen zu schweifen, aller Kreaturen Schreck. Dann nahe sich auch der Jäger, ein Prinz, wie ich jetzt einer bin, denn wer sonst hätte wohl das Herz dazu? Wieder entbrennt der Kampf. Aber er wird dann mit dem Tod des Jägers enden, denn ich bin zum Sieg geboren. »Weh«, rief Amara, »wie tief bist du in den Lebenswillen verstrickt, wie unabsehbar lang ist dein Leidensweg!« »Unendlich sei er, wie mein Sterben es ist«, rief Ayata Satu frohlockend. »Mögen müde Seelen sich eine ewige Ruhe ersehnen. Ich bin stark genug. Ihr Götter, gebt mir das Lust- und Leiden erfüllte Leben, die Sünde gebt mir, die sich ewig neu gebärt. Mich schrecken nicht Gefahren, nicht der Tod, und von der Macht, die mir schon zum Greifen nahe ist, lasse ich nicht ab.« »Du musst«, sagte Amara mit festem Blick. »Muss?«, fragte Ayata Satu. »Ja, denn die Götter, die du so frevelnd anrufst, haben dich aus Mitleid betört, sodass du meinem Ohr unfreiwillig dein furchtbares Geheimnis anvertrauen musstest.« »Ja«, sagte der Prinz mit finsterem Blick, »und wärst du eine andere, wahrlich Mädchen, du lebtest jetzt nicht mehr, um mich daran zu mahnen.« »Nein, zittere nicht.« »Ich zittere nicht für mich, nur für dich, weil du so Sünde auf Sünde häufst.« »Ich habe dir gesagt, dass ich dich liebe. Wenn du es bezweifelt hast, dann hast du hier den Beweis. Du lebst noch, denn dich kann ich ja nicht töten.« »Eben darum auch haben die Götter mich dazu auserkoren, dein Hindernis und deine Rettung zu sein.« »Sie wählten weise«, sagte der Prinz in bitterem Ton und starrte vor sich nieder. »Und je finsterer sein Blick wurde, umso leuchtender wurde das freudige Hoffnungslächeln in den Zügen Amaras.« Plötzlich warf der Prinz seinen Kopf zurück und lachte wild auf. »Frohlocke nicht zu früh, noch bin ich frei«, und er zog sein Schwert. »Warum blickst du mich so wild an? Warum ziehst du das Schwert?« »Um den Knoten zu zerhauen, den die Geburt mir schlecht in matter Sternenstunde geschürzt hat.« »Dich kann ich zwar nicht töten, wohl aber mich selbst.« Amara wich bestürzt zurück. »Dich töten?« »Lieber will ich sterben, als so schmählich aufgeben, was sich fast vollendet sah.« »Nein, nein«, jammerte Amara, »das darf, das kann nicht sein.« »Willst du es verhüten, so schwöre mir, dies mein Geheimnis treu in deinem stummen Herzen zu bewahren und auf keine Weise Mahim Sasa zu warnen.« »Wie könnte ich das geloben? Was verlangst du von mir?« »Oh, ich verlange nichts. Zittere ich denn? Erflehe ich wohl mein Leben von dir?« »Doch an dir liegt es. Du siehst mich sterben, Mädchen, oder schwörst.« »Du flehst nicht, sagst du?« »Nein.« »Doch ich tue es«, rief Amara und warf sich vor ihm nieder. »O Ayatazatu, sieh mich zu deinen Füßen, höre mich. Ach, hab Erbarmen mit dir selbst. Sei nicht dein eigener Henker für und für.« »Steh auf, Amara. Wie kannst du dich vergebens so um mich erregen?« »Nicht vergebens. O sage das nicht.« »Um mich, den schlechtesten der Männer.« »Du bist es nicht, Ayatazatu. O lerne dich besser kennen. Glaube an dich selbst, wie ich es tue.« »Sie liebt mich«, dachte Ayatazatu. »Nimmermehr bringt sie es über das Herz, mich in den Tod zu jagen.« Und indem er sich die Spitze des Schwertes vor die Brust setzte, rief er dem verzweifelten Mädchen zu. »Schwöre, oder?« »In schrecklicher Verwirrung starrte Amara ihn an.« »Er führt es aus. Weh mir, wenn ich nicht schwöre, führt er es aus. Und doch, wie kann ich schwören? Ach, was soll ich tun? Will mir kein Gott in meiner Not beistehen?« Da zeigte der Prinz auf das leuchtende Bild in der Nische der Stupa. »Bei dem Vollendeten selbst musst du mir schwören, bei dem Buddha, wie ihn dein Vater unter dem Bohbaum abgebildet hat, als er ihn jener Schreckensnacht die Erde anrief zum Zeugen seiner guten Taten in den vergangenen Leben.« Da Amara diese Worte vernahm, ergriff sie ein plötzlicher, schrecklich schöner Gedanke, dessen Abglanz auf ihrem Gesicht sofort sichtbar wurde, sodass der Prinz sie verwirrt und seltsam ergriffen anblickte. Amara aber dachte, während sie mit frohem Blick das in überirdischer Ruhe lächelnde Gesicht des Buddha-Bildes betrachtete, »den Buddha selbst soll ich zum Zeugen anrufen, ihn, der uns in so manchem Leben Selbstaufopferung gezeigt hat, wie sie ja erzählen, dass er selbst als Tier im wilden Forst geboren, voll Treue und Liebe sein Leben zur Rettung der Gefährten hingab. »Was beschließt sie wohl?«, dachte Ayatasattu, »so leichenblass, und doch leuchtet ein übermenschlicher Glanz aus ihren Zügen.« Und Amara wandte sich mit einer entschlossenen Bewegung an den Prinzen. »Wohl an, Ayatasattu, so höre mich an. Ich nehme den Vollendeten zum Zeugen des Eides. Möge seine heilige Lehre, die Leidenvernichtende, die Beseeligende mir nie mehr zuteil werden, weder in diesem noch in zukünftigen Leben, möge ich, immer unerlöst der Wandelwelt des Lebens angehören, immer wieder geboren werden, immer wieder geboren wandern, wenn ich meinen Eid breche.« Unwillkürlich trat der Prinz zurück und streckte seine Hand wie abwehrend aus. »Welch fürchterlicher Eid!« »Scheint er dir furchtbar?«, fragte Amara. »Und doch sagtest du ja selbst, dass du leben wolltest, und immer wieder leben.« »Ich, ja, ich bin stark,« antwortete der Prinz, nicht ohne Verwirrung. »Ich halte vieles aus, du aber...« »Ich weiß nicht.« Mich schauderte, als ich deinen Eid vernahm. »Aber ich will ihn ja nicht brechen.« »Nein, das wirst du nicht.« »O Amara, was hast du getan, die du mit einem Fuße schon im Heiligtum standest?« »Wahrlich, das tut nur die Liebe.« »Leugne sie nicht,« jauchzte er. »Sie liegt am Tag.« Und er zog das zitternde Mädchen leidenschaftlich an seine Brust. »Und jetzt keine Rede mehr von Nonnentum. Jetzt bist du mein.« »Bis in den bitteren Tod,« flüsterte Amara mit bebenden Lippen. »Ja, doch durch ein Leben, das wonniglich von meiner Liebe versüßt wird, von meiner Liebe, die mit herrischer Macht über alle Herrlichkeiten gebietet, um sie dir zu Füßen zu legen.« »Doch die Zeit eilt, und noch ist vieles zu tun. Lebe wohl, du Einzige.« Er drückte einen langen Kuss auf ihre Lippen und ging schnell in seinen Palast hinein. Amara hatte ihr Gesicht mit den Händen bedeckt und bemerkte nicht, dass Isidasi sich vom Mango-Heine näherte. Als sie endlich aufblickte, stand die Nonne vor ihr, sie besorgt und prüfend anblickend. »Oh, Mutter!« rief Amara in tiefster Beschämung. »Ach, was musst du von mir denken? Aber verdamme mich nicht ganz und gar.« »Nicht zu verdammen, zu verstehen bin ich da,« lautete die ruhige Antwort Isidasis. »Ach, du kannst mich unmöglich verstehen. Nicht jetzt wenigstens. Und ich, ich Ärmste, ich kann dir ja nichts sagen. Oh, wie erbärmlich leicht und wankelmütig muss mein Herz dir scheinen, hin und her schwankend wie ein Schilfrohr im Winde.« In solchem Sturm zerbrach wohl längst ein Schilf. »Ein leichtes, schwankendes Herz, das sehe ich nicht. Doch auch nicht eines, in das der Frieden zieht.« »Du bist ja eine Herzenskennerin,« weinte Amara. »Oh, so siehst du gewiss auch, dass ich in den Orden nicht eintreten kann. Die Welt hält mich zurück, doch wahrlich nicht ihre Lust. Oh, glaube das nicht. Mich zehrt nicht Sehnsucht, Hoffnung lockt mich nicht. Hoffnung, ihr Götter! Nicht das Leben ist es, ja, dem ich mich weihe. Du weißt dich dem Tode. Weißt du dich dem Tode, so weißt du dich auch dem Leben, denn nur das Tor des Lebens ist der Tod. »Ich weiß, oh, ich weiß es,« seufzte Amara. »Durch diesen finsteren Torweg geht es in das nächste Leben hinein, und dort winkt Hoffnung. Doch sie lockt mich nicht. Nein, wahrlich nicht. Ach, könnte ich dir doch alles anvertrauen, dürfte ich doch mein bedrängtes Herz an deinen Busen rückhaltlos ausschütten. Wie sich der Wildbach in den klaren Gebirgsee stürzt, dass ich doch wenigstens deinen Segen als Amulett mitnehmen könnte. Aber ach, noch stärker als das Siegel des Todes ist dasjenige, womit ich mir selbst die Lippen verschloss. So muss ich denn allein den schweren Weg wandern.« »Doch nicht allein genug,« sagte Isidasi in ernstem, trauerndem Ton. Amara blickte sie überrascht an. »Wie meinst du das? O, so wähnst du, dass er mich überredet habe?« »Ich wähne nichts. Mein Wähnen ist zu Ende. Doch das sehe ich jetzt wohl ein. Ich war nicht weise vorher, als ich dir den Spruch als Geleit zur Selbstvertiefung gab.« »Und warum nicht weise?« »Einen anderen Spruch hätte ich wählen müssen. Und zwar diesen.« »Dein eigenes Heil gib nimmer auf, um fremdes, noch so großes Heil.« Betroffen trat Amara einen Schritt zurück. »Um fremdes?« »So sagte ich, denn so heißt es. Wie meinst du das? Mein eigenes Heil aufgeben, Isidasi, wie könnte ich das? Sieh zu, dass du es nicht tust.« »O nein, nein, denn so habe ich ja gehört.« »Als unser Herr und Meister unter dem Bohbaum sich den großen Sieg errungen hat und ewige Erleuchtung teilhaftig worden ist,« Da trat Amara der Böse, der Versucher an ihn heran und sagte, »Möge der Erhabene in das Nirwana eingehen. Jetzt so ist es Zeit, für den Erhabenen in das Nirwana einzugehen.« Jedoch der Herr sprach zu ihm, »Gib die Hoffnung auf, du Böser, denn wohl erkenne ich dich. Nicht eher gehe ich in jenes Höchste der Gefilde ein, bis ich mir nicht erworben habe Hörer des Wortes, weise und tugendhaft, die der Welt die Lehre künden werden. Nicht gehe ich ins Nirwana ein, du Böser, solange nicht der gequälten Menschheit durch die Erlösungsbotschaft eines Buddha das Tor der Ewigkeit geöffnet steht.« Da zitterte das All von seinen tiefsten Höllenwurzeln bis in den blühenden Himmelsgipfel Brahmas vor freudiger Erwartung. Erstanden war ja ein Welterlöser, ein allerhöchster Buddha. Sich selbst rettend, rettete er andere. Er hat sich gerettet, hat sich die selige Gewissheit errungen, nur die letzte Frucht, die ihm schon unverlierbar zu eigen war, ließ er noch unberührt, aus Mitleid mit den Wesen. »Ja, aus Mitleid«, wiederholte Amara tiefsinnig. Isidasi aber legte eine milde, warnende Hand auf ihre Schulter. »Mein gutes Kind, hüte dich nun, dass nicht die Anhänglichkeit im Dasein in solcher frommen Vermummung dich listig verführt, dich von dem nächsten Schritt des Pfades seitwärts zu locken und dich immer tiefer in den Wahn verstrickt. Im Schaudern schaffe heil dein Herz. Denn wer schaudernd die Unendlichkeit des Leidens überblickt, die sicher seiner wartet, er hat genug zu tun, um sich selbst zu retten. Die Enge seiner Angst lässt ihm nicht Raum für üppige Regungen, die in die Weite schweifen, wo doch das Nächste zu tun ist.« »Wohl hat mein Herz geschaudert«, antwortete Amara, »aber nicht um mich allein und nicht am meisten um mich. Es hat geschaudert heute wie noch nie zuvor.« Und zurücktretend, die gefalteten Hände gegen die Nonne ausstreckend, fragte sie in einem plötzlichen Ausbruch, »Ach, Isidasi, hast du je geliebt?« »Ich liebte, was vergänglich war«, antwortete die Nonne, »vergänglich wie ihr Gegenstand war jene Liebe.« »Und auch diese Liebe, die mich mit allen Wesen, die da leiden, noch mitleidend verknüpft, auch die ist vergänglich, wie diese Wesen sind und wie alles ist.« Nur eines ist unvergänglich und unerschütterlich, das Verwehen alles Wahnes im Nirwana. Mit betrübtem Kopfschütteln antwortete Amara, »du tadelst mich, weil ich den geraden Weg zum Ziel verlassen will, den ich schon betreten hatte, weil ich ihn verlassen zu müssen glaube.« Isidasi blickte das Mädchen eine Weile prüfend und sinnend an. Dann sprach sie, »Mein Kind, Amara, höre mich an. Unendlich weit, selbst im Geistesauge im Nebeldunkel der Vorzeit entschwindend, erstreckt sich hinter dir die Spur deiner Schritte. Unendlich auch durch ungezählte Weltgezeiten führt die Bahn, die dein Fuß noch zu betreten hat. Vor dir wie hinter dir, Unendlichkeit. Nun kannst du sagen, da ich schon unendlich weit gewandelt bin, weit genug für wahr, um unbefriedigt von der Wanderung zu sein und ihrer Eitelkeit einzusehen, Was Eiligeres kann ich denn zu tun haben, als dieser müden Fahrt ein Ende zu machen und aus der Unendlichkeit mich in den Schoß der Ewigkeit zu retten? Du kannst auch sagen, da mir unendliche Zukunft zu eigen ist, warum mich denn übernehmen? Warum durch einen gar zu dreisten Sprung vielleicht meinen Fuß verstauchen, sodass ich nicht weiter kann? Darum Schritt für Schritt, Gemach und besonnen, und lieber einen kleinen Umweg gehen, als sich in der Übereilung zu viel zumuten. Beides ist wahr. Ein jeder muss selbst wählen. Doch wenn du mich um Rat fragst... Ich frage nicht, unterbrach Amara sie. Um Rat frage ich nicht mehr. Verzeih mir, denn ich muss. So ist es recht, sagte Isidasi. Wandle den Weg mit festem Fuß, wo er auch hinführt, dein Ziel im Auge behaltend, mit wachem Geiste, niemals schwärmerisch und traumhaft schweifend, und du wirst nicht straucheln. Ich habe mir ja gedacht, fügte sie mit einem stillen Seufzer hinzu, dass wir beide zusammen pilgern würden, und ich freute mich, mit schützender Erfahrung deine Jugend gleiten zu können, auf dem wohlgeebneten Heilspfade, der unter deinen Füßen blühen würde. Ja, oft, so dachte ich mir's, wenn die abendkühle Friede atmend auf die Landschaft sank, würden wir, am Fuß eines Boh-Baumes, dessen Blätter lispelnd uns zu lauschen scheinen, traulich sitzen, in die tiefsten Tiefen der Leere zusammen niedersteigen, wo der kühlste, kristallklare Wahrheitsborn quillt und uns schon mit Ewigkeitsgeschmack labt. So dachte ich mir. Es war geträumt, wohl gar geschwärmt. Sei's drum. Vom Traum erwachend sehe ich jetzt, wie du dich auf fremden Pfaden entfernst, die sich bald in dunklem Schicksalsdickicht verlieren, wo dir noch kaum die Ahnung folgen kann, nur mein Vertrauen, das keiner Schranken achtet. Schluchzend warf sich Amara an ihre Brust. Oh, Mutter, deine treue Liebe taut mir die Seele auf, die in eisigem Entsetzen erstarrte. Lass mich an deiner Brust weinen. Ja, weine, Kind. Und meine Tränen sollen sich auch nicht schämen, sich mit den deinigen zu vermischen. Solche Tränen stärken, sie schwächen nicht. Und auch ist es zum letzten Mal, das fühle ich. Mehr als Mutter bist du mir, seufzte Amara. Denn deinen edlen, wahrheitshellen Worten verdanke ich ja meine geistige Geburt, meine Geburt zum Leben, nicht wie jene andere zum Tod. Und dass diese vielgeliebten Worte jetzt sich nicht in ihrer Strenge gegen mich mit scharfer Rüge wenden, ja wohl gar mich verstoßen, wie ich fürchtete, dass sie mir noch so liebend das verheißene Geleit geben. Oh, wie danke ich dir dies! So gehe ich denn nicht allein. Und jetzt, nicht wahr, willst du mich auch mit deinem Segen stärken? Ich will es, denn ich kann es, antwortete Isidasi. Und die Hand auf ihren Kopf legen, sprach sie, So segne ich dich im Namen des Erhabenen, im Namen der Lehre und im Namen unseres Ordens. So gehe denn, mein geliebtes Töchterlein, wohin dein Geist dich führt, und sei getrost, sähe deine Tat und ernte ihre Frucht. Denn was ein Wesen Gutes je getan, das bleibt ihm unverloren in Zeit und Raum. Ende von Abschnitt 33 Gelesen von Hokus Pokus Abschnitt 34 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Isidasi entfernte sich langsam durch den Baumgang, der als Verlängerung jenes von der Stadt kommenden nach dem Seeufer führte, Wo sie in der ärmlichen Hütte eines Fährmannes ein Werk der Barmherzigkeit zu verrichten hatte, Bevor sie dies Fest besuchte, vor dem es ihr innerlich jetzt doppelt graute. Sie hatte den Besuch des Königs bei der neu errichteten Vihara im Nonnenhain nicht ungenutzt gelassen, sondern den guten Herrscher eindringlich vor einem bei diesem Fest bevorstehenden Verrat gewarnt, jedoch vergebens, wie sie es in der Tat kaum anders erwartet hatte, da sie die Gesinnung Naradas kannte. Es gezieme ihm besser, sagte er, durch Verrat ums Leben zu kommen, als durch Verdacht seinem Bruder Unrecht zu tun. Da sie nun gar nichts Handgreifliches hatte, womit sie diese Warnung begründen konnte, da ihr Verdacht, obwohl er mehr Gewissheit als Verdacht war, doch nur auf der augenblicklichen Intuition beruhte, die ihr, als Ayatasattu sie mit schmeichelnden Minen und Worten zu seinem Feste einlud, warnend zuflüsterte, bei diesem Feste hat dieser Mann Verrat und Mord im Sinn, was sie gerade veranlasste, die Einladung anzunehmen. So hatte sie gar kein Mittel, den Fürsten zu überzeugen, dass er nicht die Gefahr liefe, seinem Bruder Unrecht zu tun. Und nun war die Sache mit Amara hinzugekommen. Sie trat vom Orden zurück, aber nicht um sich mit dem Prinzen zu vereinigen, nicht um des Lebens willen. Was bedeutete das? Was war das für ein Siegel, stärker als das des Todes, womit sie selbst ihre Lippen gebunden hatte? So unmöglich es war, das liebliche und fromme Mädchen mit Verrat und Verbrechen in Verbindung zu setzen, so konnte Isidasi doch nicht umhin, hier einen Zusammenhang zu ahnen, der furchtbarer war, als ihre Gedanken sich denken konnten. Und auch hier war sie in die Bande der Ohnmacht geschlagen. So ging sie denn ihres Weges schwereren Herzens denn je, schwereren Herzens in der Tat, als es sich für eine Buddha-Nonne geziemt, die im Rufe der Heiligkeit stand. Gestärkt durch ihre Worte und doch bis zum Tode betrübt sah Amara ihr nach. Die Sonne stand schon niedrig, und die dunkelvioletten Schatten der Baumstämme lagen in regelmäßigen Streifen quer über dem goldigen Wege. Es schien Amara, dass die Nonne eine unendliche Leiter hinanschwebte, die sie auf immer von ihr hinwegführen müsse. Während sie mit solchen wehmütigen Gedanken Isidasi nachblickte, bemerkte sie nicht, dass von dem Mangoheine der Nonnen her sich der Hof nahte, bis das Fürstenpaar schon neben ihr stand und Mahamaya, die sich jetzt tief verneigende, mit huldreicher Miene ansprach. »Nun, du schwärmerische Seele, sei nur getrost und schaue nicht der Nonne so sehnsuchtsvoll nach. Du darfst ihr ja folgen. Ja, dein Wunsch ist dir gewährt. Ich habe es dir erwirkt.« »Ich danke dir herzlich, Fürstin«, antwortete Amara befangen, »aber«, ihre Stimme stockte, sie schien nach Worten zu suchen. »Nun«, fragte Mahamaya verwundert, »aber ihr Vater, dessen Wesen man seine starke Bewegung wohl anmerkte, hatte schon Amara in seine Arme genommen. »Mein einziges herzgeliebtes Kind, fern sei es von mir, deinem Seelenheil im Wege stehen zu wollen. Es wird ja zwar nun einsam für mich werden, aber wenn dein Herz so mächtig spricht...« »Nein, Vater, nein«, unterbrach Amara ihn, »ich bin zu einem anderen Entschluss gekommen.« »Was sagst du?«, rief Baku. »Verstehe ich dich recht, du bleibst bei mir. Du gehst nicht fort!« Die Freude des Vaters hatte Amara auf das Schmerzlichste berührt, und vollends die letzten Worte, die wiederholte Frage, »Du gehst nicht fort!«, brachte sie den Tränen nahe. Ausweichend und zögernd sagte sie, »Ich, ich trete jetzt nicht in den Orden der Schwestern ein.« Außer sich vor Freude drückte der glückliche Vater das Mädchen an seine Brust und küsste sie. »Wie segne ich dich, wie danke ich dir, du Gute! Mit einem Wort gibst du mir das Glück wieder!« Aber Amara machte sich sofort frei von seiner Umarmung, und mit einem fast verzweifelnden, von einer stehenden Gebärde unterstützten Blick sagte sie, »Ach, sage das nicht, Vater, das nicht!« »Wie soll ich denn das nicht sagen?«, rief Baku, und wandte sich an Narada und Mahim Sasa, die auch schon ihre Teilnahme bekundeten. »Hört ihr's? Sie bleibt bei mir, sie bleibt im Vaterhaus!« »Ach, Vater!«, sagte Amara mit gebrochener Stimme. »Was bin ich doch, dass mein Bleiben dir das Glück bedeuten könne? Deine hehre Kunst ist es, die dir das Glück bringt, und die verläß dich nie!« »Ja, ja, die Kunst, das weiß ich besser, Kind, die ist eine gar launische Gebieterin, die uns auch viel Mühe und Kummer schafft. Aber den Alten kehrt sie gerne den Rücken und wendet sich den Jungen zu. Doch von dir habe ich nur Freude erlebt. Du sollst auch bei mir nicht die frommen Schwestern vermissen. Sie gehen ja doch schon aus und ein in unserem Hause. »Täglich werde ich von jetzt ab Reis für hundert Nonnen bereiten lassen.« Mahamaya, die zur Seite stand und das Mädchen mit einem finsteren Blick betrachtete, bemerkte jetzt mit einem argwöhnischen Ton, »Prinz Ayatasattu war da. Vielleicht hat er durch seine Beretsamkeit diese Wendung hervorgebracht?« »Der Prinz?«, stammelte Amara. »Oh nein, wie sollte denn der Prinz?« Ihre große Verwirrung war offenbar. Um ihr zu Hilfe zu kommen, sagte Fürst Narada, »Oh, wenn er es getan hätte, dann wären wir ihm wahrlich zu Dank verpflichtet. Denn das ist ja so unsere schwache Art. Obwohl wir wissen, dass das wahre Heil in der Entsagung liegt, klagen wir doch immer, wenn von unseren Lieben jemand diesen Weg betritt, anstatt uns darüber zu freuen.« »Auch denke ich, mein Fürst,« sprach Mahim Sasa, »dass unsere fromme Amara, selbst wenn sie in der Häuslichkeit verbleibt und weiß gekleidet Wünsche genießt, lebt, auch so das ewige Ziel erreichen wird, zwar bedächtigen Schrittes, doch unaufhaltsam.« »So ist es, Feldherr,« nickte der Fürst mit beifälligem Lächeln. »Die Sonne neigt sich schon dem Untergang zu,« sagte Mahamaya, »gewiss erwartet dein Bruder uns nun bald.« »Nun, so wollen wir ihn nicht länger warten lassen,« entgegnete ihr Gemahl. Und das Fürstenpaar begab sich mit seinem Gefolge in den Palast. Die beiden Brüder und das Mädchen blieben allein auf dem Stupaplatz zurück. »Du gehst ja doch nicht mit zum Fest, mein Kind,« fragte Baku. »Oh, doch, Vater, ich werde mitgehen. Ich bitte dich, gehe und sage den Dienerinnen, dass sie mir die schönsten Stoffe zurechtlegen und den reichesten Schmuck hervorsuchen. Gehe voraus, lieber Vater, denn ich habe etwas hier mit dem Ohrheim zu besprechen.« »Mit mir?« fragte Mahim Sasa, freudig überrascht. »Ja, ein Geheimnis.« »Wohl ein Scherz,« vermutete Baku. »Du gutes Kind, wie bist du plötzlich so ganz verändert?« Amara schien seine Worte kaum zu hören. Sie stand abseits in Gedanken verloren und flüsternd wandte Baku sich an seinen Bruder. »Es ist die Liebe, glaube mir. Sie will gern dem Prinzen behagen, deshalb will sie sich besonders schmücken.« »Wie, dem Prinzen?« fragte Mahim Sasa peinlich überrascht. Baku nickte wohlgefällig. »Oh, ich habe es schon längst erraten. Und mir scheint auch, dass Ayata Sato in seinem Wesen ihr gegenüber...« »Ja, wie soll ich sagen?« »Es könnte wohl sein, dass binnen Kurzem der ihr von ihrem Karma vorgeschriebene Weg sie nicht in das Kloster, sondern in einen Palast führt, der gar nicht zu weit entfernt ist.« »Da seien die Götter vor«, rief Mahim Sasa in großer Bestürzung. Stirnrunzelnd und kopfschüttelnd fügte er hinzu, »Mir gefiel der Prinz von jeher nicht. Und nun gar als Gatte des lieben Kindes.« »Nun, es ist wahr«, gab Baku zu, »da du es sagst, kann ich es auch nicht leugnen. Der Prinz hat etwas Wildes, möchte ich es nennen, etwas Unheimliches. Und er ähnelt nur wenig seinem Bruder, dem milden, kunstverständigen Narada, den alle Götter schützen mögen. Aber er zeigt doch auch manchmal edlere Art. Und wenn Amara ihn liebt, ist er gewiß kein schlechter Mann. Auch hat er sich jetzt zur Lehre bekannt.« »Ja, und recht plötzlich hat er es getan«, sagte Mahim Sasa mit einem Ausdruck des Zweifelns. »Ja, lieber Bruder«, wollte ihn Baku beruhigen, »das ist nun manchmal so mit solchen übermächtigen Naturen, wie er mir eine zu sein scheint. Oh, glaube mir, wir Künstler verstehen das schon eher.« Und auf das Buddha-Bild der Stupa zeigen, fügte er mit sichtbarer Selbstgefälligkeit hinzu, »er sagte ja selber, dass der Anblick dieses Bildes in ihm seine bessere Natur geweckt habe.« »Oh, welch erhabenes Bewusstsein ist das für mich, welche wundersame Bürgschaft das meiner Hände Werk mir geraten ist, und auch vielleicht eine Bürgschaft dafür.« Aber Mahim Sasa legte die Hand auf die Schulter des Bruders und unterbrach seine hoffnungsvolle Rede. »Das Bild ist dir geraten. Nun lass es aber nicht ein Wegweiser werden, um durch deine Eitelkeit dein Urteil zu bestechen, wo das Wohl der besten Tochter auf dem Spiele steht.« »Du magst Recht haben«, antwortete Baku nach kurzem Bedenken. »Immer warst du mir voraus, in Weisheit wie im Alter, Bruder. Ich werde deiner Warnung eingedenken, mit offenem Sinne und Auge über sie wachen, denn Liebe träumt, und was sie träumt, ist nicht immer Wartraum. Und mit den an Amara gerichteten Worten »Ja, liebe Tochter, ich will mich beeilen, damit du den ganzen Staat bereits vorfindest«, entfernte er sich. »Nun, liebes Kind«, fragte der Feldherr, »was ist es also, das du mir zu sagen hast?« »Erst sage mir, Ohheim, bist du denn wirklich froh, weil ich nicht Nonne werde?« »Ja, ich fühlte mich recht betrübt, daß ich es gestehe. Der Fürst hat das ja so wahr gesagt. Wir sind gar töricht.« »So willst du mir sicherlich heute auch gerne eine Freude bereiten?« »Von Herzen gern.« »Es war schon lange mein Wunsch«, fing Amara schüchtern an, »jenen Stein zu tragen, den du an deinem Stirnband hast.« »Den Schlangenstein?« »Ja, der im Dunkeln leuchtet.« »Und gerade heute beim Fest.« Schmunzelnd unterbrach sie der Greisefeldherr. »Nun, ich muss sagen, es ist leichter, die Bewegung des vierfach aufgestellten Feindesheeres vorauszusehen, als die Sinnesschwenkungen einer jungen Maid, die sich vor Frömmigkeit das Haar abscheren lassen will und im nächsten Augenblick nur dafür Gedanken hat, in dieselben Locken den schönsten Edelstein einzuflechten.« Aber mit schmeichelndem Lächeln antwortete das Mädchen, indem sie ihm das Kinn streichelte, »und leichter ist es für so einen tapferen Ohrheim, ein vierfach aufgestelltes Feindesheer, Fußvolk, Reiter, Wagen und Elefanten, ganz in die Flucht zu schlagen, als mir diese kleine Bitte zu verweigern?« »Wie sie zu schmeicheln weiß,« lachte Mahim Sasa. »Doch, kleine Bitte, weißt du denn auch, Kind, seitdem ich diesen leuchtenden Stein in finsterer Tempelgrotte dem Schlangenkönig entnahm, hat er mich keinen Augenblick verlassen?« »Oh, du willst nur die Bitte so groß erscheinen lassen, damit die Gabe eine recht große wird,« spöttelte das Mädchen. »Und es ist doch nur ein Darlehen. Du solltest dich recht schämen, so damit zu geizen.« »Nur Geduld, kleine. Du sollst heute nach den Stein tragen.« »Ich danke dir,« rief Amara und umarmte ihn heftig. »Bin ich nun ein guter Ohrheim?« »Oh, du wirst mich wahrlich nicht undankbar finden.« »Nun musst du aber auch einen anderen Stein in dein Stirnband setzen.« »Hast du nicht einen, der ihm so ähnlich sieht, dass er die Leute täuschen kann?« »Allerdings habe ich einen solchen Stein, Kind, und zwar im innersten Verschluß meiner Schatzkammer, und niemand weiß darum. Du siehst, nicht einmal dir habe ich ihn gezeigt. Er ist aber dem Schlangenstein so ähnlich, dass wohl keiner die beiden unterscheiden kann, und er kommt auch aus derselben Höhle. Dort war er in jene Jaspiskummer eingefasst, von der ich dir schon erzählt habe. Es war die Opferschale, in die der Priester die Hirnschalen der Kinder legte, und jener Schlangenkönig kam dorthin und fraß sie aus. Nachdem ich nun diesen erlegt und aus seinem Kopf den Schlangenstein genommen hatte, zerschmetterte ich auf meinem Rückweg die Jaspiskumme mit meiner eisernen Keule. Da sprang dieser Stein heraus und rollte mir vor die Füße. Ich hob ihn auf, und als ich seine große Ähnlichkeit mit dem Schlangenstein gewahrte, steckte ich ihn ein. Wusste ich doch nicht, welche köstlichen Eigenschaften er vielleicht gleich jenem besitzen möchte. Ich fand jedoch, dass er nicht wie jener von selbst im Dunkeln leuchtete, und auch seine wunderbarste Eigenschaft, den Träger gegen Waffen und Gift zu feiern, wird er kaum besitzen. Umso mehr hielt ich nun aber den Stein geheim, denn ich dachte mir, dass, wenn mir der Schlangenstein gestohlen werden oder sonst wie verloren gehen sollte, dann könne dieser an seine Stelle treten und vielleicht gleich in Dienst tun. Denn in dieser Welt, mein Kind, wirken die Dinge nicht so sehr nach ihrer inneren Tugend, wie nach dem, wofür sie die Toren halten. In tiefer Nacht freilich würde er sich verraten, da er, wie gesagt, nicht von selber leuchtet. Triumphierend rief Amara, »Wenn es dunkelt, zeigt es sich, wer von uns beiden den rechten Schlangenstein an der Stirne trägt?« »Wie dich das freut, du Schelm«, lachte Mahim Sasa. »Aber sei dessen nicht so gewiss, denn bei dem vielfachen Schein der Lampen und der Fackeln eines solchen glänzenden Festes wird eine solche Dunkelheit wohl gar nicht eintreten.« »Aber lass uns jetzt gehen, damit es nicht zu spät werde.« Vom Mango-Hein her ertönte in diesem Augenblick der Chor der Nonnen. Amara lauschte und drückte sich zitternd an den Ohrheim fest. »Nein, nein, ich muss erst meine Abendandacht hier vor dem Buddha-Bilde üben. Sieh doch, wie es im letzten Sonnenschein glänzt und horch, wie feierlich sie drüben hinter den hohen Wipfeln im stillen Mango-Hein singen. Ach, Ohrheim, es klingt, als riefen mich die lieben Nonnen, mich, ihre verlorene Schwester. Mir wird so weh, so bang. Was fällt dir ein, mein Kind? Du, verloren? Liebster, bester Ohrheim, ich bitte dich, lass mich allein. Das Herz schmilzt mir von überirdischem Weh. Dann ergieße es im Gebet. Sieh, ich gehe schon. Und zu Hause soll bei dem Putz auch der Stein nicht fehlen. Mit eifriger Bewegung hielt Amara ihn fest. Ja, der Stein, vergiss ihn ja nicht und verwechsel ihn nicht, sonst golle ich dir. Mahimsasa beugte sich hinüber, so dass Amaras Augen in gleicher Höhe mit seiner Stirn waren. Blicke nur her, Kind. An diesem winzigen Ritz links oben im Stein kannst du dich überzeugen, dass es der rechte ist. Denn er rührt noch aus dem Schwerthieb her, womit dich den Kopf des Kobra-Königs vom Körper trennte. Bist du nun beruhigt? Oh, mein Herz ist voll von Dank und Liebe. Und nun küsse mich, o Heim, wie du es so oft getan, als ich ganz klein war, wenn ich auf deinem Schoße saß, weißt du noch? Da habe ich dich auch so lange geplagt, bis du dein Stirnband abnahmst und mir den Stein zum Spielen gabst. Wie heute wieder. Bei diesen Worten überschlich den Feldherrn jener grausige Schatten des Tigerrachens, jene schreckliche Ahnung, dass eine tödliche Gefahr Amara bedrohe, die ihn immer befallen hatte, wenn er das kleine Mädchen mit dem Schlangenstein spielen sah. Alle guten Mächte mögen dich beschützen, sprach er leise, als er sie geküsst hatte und legte seine Hand auf ihren Kopf. Mahim Sasa ging mit schnellen Schritten den Baumgang hinunter nach seinem Palast, blieb aber bald stehen und blickte zurück. Und wie er Amara dort vor dem Buddha-Bilde stehen sah, in die einfachen Falten des gelben Mantels gehüllt, dessen Seide in den letzten Sonnenstrahlen wie eitel Gold leuchtete, traten ihm die Tränen in die Augen. Da leuchtete die Gestalt noch mehr, bis ein flimmerndes Netz von Goldlicht sie wie eine Glorie umgab. Und Mahim Sasa murmelte, indem er sich zum Weitergehen wandte, »Halb spielend Kind, halb sündenlose Nonne, so ist sie meines Lebens Abendsonne.« Und er entfernte sich schweren Schrittes. Amara lauschte unbeweglich dem Gesang der Nonnen, und ihre Lippen wiederholten die Worte, deren kristallene Töne hinüberschwebten. Jenseits vom trüben Todesmeer, vom ewig heiteren Gestade, da stammen diese Töne her. Dann seufzte sie plötzlich tief auf, rang die Hände und warf sich vor dem Buddha-Bilde nieder. Und ihre Gefühle ergossen sich in ein lautes Gebet. »Vollendeter, der du im Leibe Nirwanas Wonnen atmend schon, zu dieser Welt zurück dich wandest, verzichtend auf gewonnenen Lohn, um uns die Wahrheit zu künden, die wir in Sünden irren hier. O sie, was deinem großen Herzen die ganze Welt ist, dieser mir. Um ihn zu retten, muss ich meiden den Port, der sicher öffnet sich. Von seinem ruhigen Gewässer wie tönet jetzt so wonniglich Gesang erretteter hinüber zu mir, die ich in Angst und Not dem wilden Wogenschwall entgegen nun lenke mein zerbrechlich Boot. Ja, in den offenen Todesrachen mich willig werfend, ohne Scheu, o möge doch bei diesem Anblick sein Herz, erfüllt von bitterer Reu, vom Sündenwege Absicht wenden und aufgeschreckt die Sinnenlust, die Leidensähende auf immer entfliehen der geheilten Brust. Doch lass mich nicht nach solchem Opfer zum Tatenlohn erstehen, dann in hohen Himmelswonne steppen, wo er mich nicht erreichen kann, weil ihn die Erde zu sich zieht. Sondern wo er ist, sei mein Ort. Einander immer wieder findend, mögen wir beide fort und fort zusammen pilgern, so durchkreuzend die weite Wüste der Natur, bis recht geläutert, Lust entronnen, nicht leidend selber, mitleidend nur, den buntgewobenen Schleier Majas zerreißend einst, gemeinsamlich ins ewige Licht empor wir tauchen, vereint, dort wo kein du und ich. Ende von Abschnitt 34 Gelesen von Hokus Pokus Gelesen